Oliver Twist von Charles Dickens, erstes Kapitel, handelt von dem Orte, wo Oliver Twist geboren ward und von Umständen, die seine Geburt begleiteten. In einer Stadt befand sich unter anderen öffentlichen Gebäuden auch eines, dessen sich die meisten Städte rühmen können, nämlich ein Armenhaus. In diesem wurde an einem Tage der Kandidat der Sterblichkeit geboren, dessen Namen Oliver ist. Lange noch, nachdem er bereits durch den armen Arzt in dieses irdische Jammertal eingeführt war, blieb es höchst zweifelhaft, ob das Kind lange genug leben würde, um überhaupt eines Namens zu bedürfen. So lag Oliver eine geraume Zeit nach Luft ringend auf einer kleinen Matratze, wobei sich die Waagschale seines Lebens entschieden einer besseren Welt zuneigte. Oliver hatte die Sache mit der Natur allein auszufechten. Das Ergebnis war, dass Oliver nach einigen Anstrengungen atmete, nieste und den Bewohnern des Armenhauses die Ankunft einer neuen Bürde für die Gemeinde durch lautes Schreien ankündigte. Da erhob sich das bleiche Gesicht einer jungen Frau mit Mühe von den Kissen und eine schwache Stimme flüsterte, kaum vernehmbar, lassen Sie mich das Kind sehen, dann will ich gerne sterben. Die Wöchnerin streckte die Hand nach ihrem Kind aus, der Arzt legte es ihr in die Arme, sie küßte es leidenschaftlich auf die Stirn, dann fuhr sie mit den Händen über ihr Gesicht, blickte wild um sich, schauderte, sank zurück und starb. Sie hat ausgerungen, sagte der Arzt nach einer kurzen Untersuchung. Ihr braucht nicht nach mir zu schicken, wenn das Kind schreit. Wahrscheinlich wird es etwas unruhig sein. Er zog bedächtig seine Handschuhe an. Ihr könnt ihm dann ein wenig Haferschleim geben. Er setzte den Hut auf und trat, bevor er das Zimmer verließ, noch einmal ans Bett und sagte, es war ein hübsches Mädchen. Woher kam sie? Sie wurde gestern Abend auf Anordnung des Armenvorstehers hier eingeliefert, antwortete die alte Frau. Man fand sie auf der Straße ohnmächtig. Sie muss weit gelaufen sein, denn ihre Schuhe waren ganz zerrissen. Jedoch, woher sie kam oder wohin sie wollte, weiß niemand. Der Arzt beugte sich über die Verblichene und hob ihre linke Hand hoch. Ich sehe schon, es ist die alte Geschichte, sagte er kopfschüttelnd. Kein Trauring. Na, gute Nacht. Er ging zu seinem Abendessen und die alte Frau setzte sich auf einen Schemel in der Nähe des Kamins und begann, das Kind zu kleiden. Oliver schrie laut und kräftig. Hätte er wissen können, dass er eine Weise war und der zärtlichen Fürsorge von Kirchen und Armenvorstehern ausgeliefert, so hätte er vielleicht noch lauter geschrien. Zweites Kapitel. Handelt davon, wie Oliver Twist heranwuchs, erzogen und ernährt wurde. In den ersten acht oder zehn Monaten war Oliver das Opfer eines systematischen Betrugs und einer unausgesetzten Gaunerei. Er wurde nämlich aufgepäppelt. Die Armenhausbehörde meldete den ausgehungerten und elenden Zustand des Waisenkindes pflichtschuldigst an den Gemeindevorstand. Worauf der Gemeindevorstand den hochherzigen und menschenfreundlichen Entschluss fasste, Oliver in einem fünf Kilometer entfernten Filialarmenhaus unterzubringen. Dort wuchsen unter der mütterlichen Aufsicht einer älteren Frau 20 bis 30 andere jugendliche Übertreter der Armengesetze auf, ohne von Kleidung und Nahrung allzu sehr belästigt zu werden. Die Matrone nahm die kleinen Verbrecher gegen eine Entschädigung von wöchentlich sieben und einem halben Pens für den Kopf auf. Sie verwendete den größeren Teil des Kostgeldes zu ihrem eigenen Nutzen und setzte die heranwachsende Jugend auf noch kleinere Rationen, als von der Behörde beabsichtigt war. Man kann nicht erwarten, dass diese Erziehungsmethode glänzende Ergebnisse zeitigte. Oliver Twist war an seinem neunten Geburtstag ein blasses, schmächtiges, im Wachstum zurückgebliebenes Kind. Aber Natur oder Vererbung hatte in seine Brust einen gesunden, kräftigen Geist gepflanzt, der auch, dank der spärlichen Diät der Anstalt, hinreichend Raum hatte, sich auszudehnen. Er feierte seinen neunten Geburtstag in der erlesenen Gesellschaft zweier anderen jungen Herren im Kohlenkeller, wo sie nach einer tüchtigen Tracht Schläge eingesperrt worden waren, weil sie sich erdreistet hatten, hungrig zu sein. An diesem Tage wurde Frau Mann, die würdige Vorsteherin der Anstalt, durch die unerwartete Erscheinung des Gemeindedieners, Herrn Bambel, in Schrecken gesetzt. Er bemühte sich gerade, die Gartentür zu öffnen. »Herr, du meine Güte, sind Sie es, Herr Bambel?«, rief Frau Mann, indem sie ihren Kopf aus dem Fenster steckte, anscheinend hoch erfreut, den Kirchendiener zu sehen. »Susen, hol rasch den Oliver und die beiden anderen Rangen aus dem Keller und wasche Sie.« »Ach, wie mich das freut, Herr Bambel! Freue mich wirklich, Sie mal wiederzusehen!« Herr Bambel war ein dicker und außerdem je zorniger Mann, und anstatt die freundliche Begrüßung zu erwidern, gab er der Gartentür einen Stoß, wie ihn nur der Fuß eines Gemeindedieners zu geben imstande ist. »Mein Gott!«, sagte Frau Mann hinauseilend, »dass ich das vergessen konnte! Der lieben Kinder wegen hatte ich ja die Tür verriegelt. Treten Sie näher, Herr Bambel, bitte kommen Sie herein!« Obgleich diese Einladung mit einer Liebenswürdigkeit vorgebracht wurde, die sogar das Herz eines Kirchenältesten erweicht hätte, besänftigte sie den Gemeindediener durchaus nicht. »Ist es etwa ein geziemendes und höfliches Benehmen, Frau Mann?«, fragte Herr Bambel, »die Gemeindebeamten am Gartentor stehen zu lassen, wenn sie in Angelegenheiten, die die Gemeindeweisen betreffen, hierher kommen?« »Glauben Sie mir, ich war gerade dabei, den lieben Kindern zu erzählen, dass sie kämen,« erwiderte Frau Mann unterwürfig. »Schon gut, Frau Mann,« entgegnete er in sanfterem Tone, »ich will es Ihnen glauben. Ich komme dienstlich und habe Ihnen etwas auszurichten.« »Darf ich Ihnen ein Gläschen aufwarten, Herr Bambel?«, sagte Frau Mann. »Nicht einen Tropfen, nicht einen,« erwiderte Herr Bambel und wehrte mit seiner rechten Hand würdevoll, aber nicht unfreundlich ab. »Sie dürfen es mir nicht abschlagen,« sagte Frau Mann. Herr Bambel hustete. »Was ist es denn?«, fragte der Gemeindediener. »Wacholder,« sagte Frau Mann. »Naja, mit Vergnügen trinke ich auf Ihre Gesundheit, Frau Mann.« Damit trank er das Glas zur Hälfte leer. »Doch nun zu unserem Geschäft,« rief der Gemeindediener, indem er eine lederne Brieftasche herauszog. »Das mit der Nottaufe versehene Kind, Oliver Twist, ist heute neun Jahre alt geworden. Gott segne ihn,« fiel Frau Mann ein und rieb sich mit dem Schürzenzipfel ihr linkes Auge rot. »Und trotz der angebotenen Belohnung von zehn Pfund, die nachher auf zwanzig erhöht wurde, trotz der äußersten, ich möchte fast sagen übernatürlichen Anstrengungen seitens der Gemeinde, sind wir nicht imstande gewesen, seinen Vater oder die Heimat noch den Namen und den Stand seiner Mutter ausfindig zu machen.« »Wie kommt es aber, dass er überhaupt einen Namen hat?«, fragte Frau Mann. Der Gemeindediener warf sich in die Brusten und entgegnete, »den habe ich erfunden.« »Sie, Herr Bambel?« »Jawohl, wir geben unseren Findlingen Namen nach dem Alphabet. Der letzte war ein S, ich taufte ins Wabbel. Dieser war ein T, ich benannte ihn Twist.« »Oliver ist nun zu alt für dieses Haus. Der Vorstand hat beschlossen, ihn wieder zurückzunehmen, und ich soll ihn abholen. Bringen Sie ihn bitte her.« »Ich werde ihn sofort holen«, sagte Frau Mann und verließ das Zimmer. Oliver war inzwischen von dem Schmutz, der sein Gesicht und seine Hände bedeckte, so weit gereinigt worden, als es durch eine einmalige Wäsche geschehen konnte. An der Hand seiner wohlwollenden Beschützerin betrat er nun das Zimmer. »Mach einen Diener vor dem Herrn, Oliver«, sagte Frau Mann. Oliver machte eine tiefe Verbeugung vor Herrn Bambel. »Willst du mit mir gehen, Oliver?«, fragte Herr Bambel mit hoheitsvoller Stimme. Oliver wollte gerade sagen, dass er gern mit jedem fortgehen würde, als er bemerkte, dass ihm Frau Mann, die hinter den Stuhl des Gemeindedieners getreten war, mit wütender Miene die Faust zeigte. Er verstand diese Zeichensprache. »Wird sie auch mitgehen?«, fragte der arme Junge. »Nein, aber sie wird dich hin und wieder besuchen,« sagte Herr Bambel. Das war kein sonderlicher Trost für Oliver. Trotz seiner Jugend war jedoch klug genug, sich so zu gehaben, als verließe er Frau Mann nur ungern. Es wurde ihm nicht schwer, Tränen ins Auge zu locken, da Hunger und kürzlich überstandene Misshandlungen recht geeignet sind, sie herbeizuführen. So weinte Oliver sehr natürlich. Frau Mann umarmte ihn wohl tausendmal und gab ihm ein großes Butterbrot, damit er nicht allzu hungrig im Armenhause ankäme. Mit einer kleinen braunen Tuchmütze auf dem Kopf verließ nun Oliver die armselige Stätte, wo nie ein freundliches Wort oder ein zärtlicher Blick das Dunkel seiner Kinderjahre erhellt hatte. Herr Bambel holte mit weiten Schritten aus und der Kleine trabte neben ihm her. Oliver war noch keine Viertelstunde im Armenhaus und kaum mit der Vertilgung eines zweiten Stückchen Brotes fertig, als Bambel ihm sagte, dass heute Abend eine Vorstandssitzung sei und dass er unverzüglich vor dem Kollegium zu erscheinen habe. Die Begriffe von Sitzung und Kollegium waren Oliver nicht besonders klar. Er wusste deshalb nicht, ob er bei dieser Nachricht lachen oder weinen sollte. Bambel führte ihn in ein großes, weiß getünchtes Zimmer, wo acht bis zehn wohlbeleibte Herren um einen Tisch saßen. »Verbeuge dich vor den Vorstandsmitgliedern«, sagte Bambel, und Oliver tat es. »Wie heißt du, Junge?«, fragte der Mann im hohen Lehnstuhl. Der Anblick von so vielen Herren brachte Oliver so aus der Fassung, dass er zu zittern anfing. Er antwortete daher nur leise und schüchtern. »Junge«, sagte der Vorsitzende, »du weißt doch, dass du eine Weise bist.« »Was ist das?«, fragte der arme Kerl. »Du weißt doch, dass du keinen Vater und keine Mutter hast und dass du von der Gemeinde erzogen wirst, nicht wahr?« »Jawohl, Herr«, erwiderte Oliver bitterlich weinend. »Warum heulst du?«, fragte ein Herr mit einer weißen Weste. »Ich hoffe, du betest jeden Abend vom Zu-Bett-Gehen für die Leute, die dich aufziehen, wie es sich für einen Christen geziemt,«, fragte ein anderer Herr mit barscher Stimme. »Ja, Herr«, stotterte der Junge. »Nun? Wir haben dich hierher kommen lassen, damit du erzogen wirst und ein nützliches Gewerbe lernst,«, sagte der Vorsitzende. »Du wirst daher morgen früh um sechs Uhr anfangen,«, fügte der Herr mit der weißen Weste hinzu. Für die Verbindung dieser beiden Wohltaten machte Oliver auf einen Wink des Gemeindedieners eine tiefe Verbeugung und wurde dann schnell in einen großen Saal geführt, wo er sich auf einer harten Pritsche in den Schlaf weinte. Armer Oliver. Er dachte nicht daran, als er so in einer glücklichen Selbstvergessenheit schlummernd dalag, dass jene Männer am selben Tage einen Entschluss gefasst hatten, der den größten Einfluss auf sein künftiges Geschick haben sollte. Der Raum, in dem die Jungen abgefüttert wurden, war eine große Halle aus Stein, an der an einem Ende ein kupferner Kessel stand. Aus diesem schöpfte der Speisemeister, unterstützt von einigen Frauen, zur Essenszeit den Haferschleim. Von dieser köstlichen Speise erhielt jeder Junge einen Napf voll und nicht mehr. Festliche Anlässe ausgenommen, an denen sie auch noch ein nicht allzu großes Stück Brot bekamen. Die Näpfe brauchten nicht abgewaschen zu werden. Die Jungens bearbeiteten sie mit ihren Löffeln so lange, bis sie wieder spiegelblank waren. Kinder haben fast immer Hunger. Oliver und seine Kameraden hatten die Qualen des langsamen Hungertodes drei Monate lang ausgehalten. Da erklärte ein ziemlich großer Junge, dessen Vater eine kleine Kneipe hatte und der daher reichliches Essen gewöhnt war, er fürchte seinen Schlafkameraden einmal nachts aufzuessen, wenn er nicht noch einen weiteren Napf-Haferschleim täglich erhielte. Dabei rollten seine Augen wild. Die Jungen beratschlagten und losten dann, wer nach dem Abendessen zum Speisemeister gehen und ihn um mehr bitten sollte. Das Los fiel auf Oliver Twist. Der Abend kam heran, der Speisemeister stellte sich an den Kessel und nachdem ein langes Tischgebet über das kurze Mahl gesprochen war, wurde der Haferbrei ausgeteilt. Dieser war schnell im Magen der Kinder verschwunden, als Oliver aufstand und mit Napf und Löffel vor den Speisemeister hintrat. Hunger und Elend ließen ihn alle Rücksichten vergessen, doch zitterte er, als er sagte, »Bitte, Herr, ich möchte noch etwas mehr.« Der wohlgenährte, rotbäckige Koch wurde bei diesen Worten blass und musste sich am Kessel festhalten. Er blickte mit starrem Entsetzen auf den kleinen Rebellen und stieß schließlich mit schwacher Stimme aus, »Was?« »Bitte, Herr, ich möchte noch etwas mehr.« Da schlug ihn der Küchenmeister mit dem Löffel auf den Kopf, packte Oliver bei den Händen und rief laut nach dem Gemeindediener. Der Verwaltungsausschuss hielt eben eine Sitzung ab, als Herr Bambel aufgeregt ins Zimmer stürzte. Er warnte sich an den Vorsitzenden. »Verzeihung, Herr lieben Kinds, Oliver Twist hat mehr haben wollen.« Alle waren starr. »Mehr?«, fragte Herr Limbkins. »Nehmen Sie sich zusammen, Bambel, und antworten Sie mir klar und deutlich. Habe ich das so zu verstehen, dass er noch mehr verlangte, nachdem er bereits seinen vorschriftsmäßigen Anteil erhalten hatte?« »Jawohl, Herr.« »Der Junge wird am Galgen enden,« sagte der Herr mit der weißen Weste. »Ich bin ganz sicher, dass dieser Bursche dereinst gehängt wird.« Niemand widersprach dieser Prophezeiung. Nach kurzer Beratung wurde Oliver eingesperrt. Am nächsten Morgen wurde ein Anschlag an das Tor geklebt, der jedem, der Oliver der Gemeinde abnehme, eine Summe von fünf Pfund verhieß. Mit anderen Worten, Oliver Twist wurde nebst fünf Pfund jedem Mann oder jeder Frau, wer eben einen Lehrling oder einen Laufburschen brauchte, angeboten. Drittes Kapitel Berichtet, wie Oliver Twist dicht daran war, eine Stellung zu bekommen. Oliver blieb eine Woche lang in einer dunklen, einsamen Kammer eingesperrt. Er weinte den ganzen Tag über bitterlich. Wenn dann die lange, traurige Nacht kam, legte er seine Händchen auf die Augen, um nicht ins Dunkel starren zu müssen, kroch in eine Ecke und versuchte zu schlafen. Nun begab es sich, dass eines Morgens der Schornsteinfegermeister Gemfield die Landstraße entlang zog. Er dachte darüber nach, wie er gewisse Mietrückstände, um die ihn sein Hauswirt ziemlich energisch gemahnt hatte, bezahlen solle. Er wusste nicht, wie er die ihm fehlenden fünf Pfund herbeischaffen könnte und martete damit bald sein Gehirn, bald den Kopf seines Esels. Da fiel ihm plötzlich der Anschlag ins Auge, als er beim armen Haus vorbeikam. Halt, sagte der Meister zum Esel. Dann begann der Meister aufmerksam den Anschlag zu lesen. Gemfield lächelte, als er das Schriftstück durchgelesen hatte, denn fünf Pfund waren gerade die Summe, die er brauchte. Was die Beigabe des Jungen anbelangte, so wusste der Meister, der die Armenhauskost kannte, dass es sich nur um ein ziemlich schmächtiges Menschenexemplar handeln könnte. Er buchstabierte also den Anschlag nochmals von Anfang bis zu Ende durch und redete dann den Herrn mit der weißen Weste am Tor an. Diesen Jungen hier will also die Gemeinde als Lehrling vergeben. Ja, lieber Freund, erwiderte der Herr mit der weißen Weste leutzielig. Warum? Wenn die Gemeinde ihn ein leichtes, angenehmes Handwerk lernen lassen will, so möchte ich mein Schornsteinfegergeschäft empfehlen, entgegnete der Meister. Ich brauche einen Lehrling und bin bereit, ihn zu nehmen. Kommen Sie rein, sagte der Herr mit der weißen Weste. Gemfield folgte diesem in das Sitzungszimmer und trug Herrn Limkin seinen Wunsch vor. Es ist ein schmutziges Handwerk. Man hat auch erlebt, dass Jungens in den Schornsteinen erstickt sind, meinte Limkinz. Naja, dies kommt daher, versetzte Gemfield, dass man das Stroh anfeuchtete, ehe man es im Kamin anzündete, um die Jungen herunterzuholen. Es gab nur Rauch, aber kein Feuer. Rauch hat aber keinen Zweck, denn er veranlasst einen Jungen nicht runterzukommen, er macht ihn nur schläfrig, und das ist es ja gerade, was solch ein Bursche will. Jungen sind faul und widerspenstig, meine Herren, und ein schönes, heißes Feuer, das Beste, um sie im Galopp herunterzubringen. Es ist auch ein humanes Mittel, meine Herren, denn wenn einer im Schornstein stecken bleibt und sich die Füße verbrennt, dann tut er schon selbst alles Mögliche, um sich aus dieser Lage zu befreien. Die Vorstandsmitglieder berieten sich einige Minuten, dann verkündete Herr Limkinz, wir haben ihren Vorschlag überlegt, können aber nicht darauf eingehen. Ganz und gar nicht, sagte der Herr mit der weißen Weste. Entschieden nicht, fügten die anderen Vorstandsmitglieder hinzu. So soll ich ihn also nicht haben, meine Herren, fragte Gemfield. Nein, antwortete Herr Limkinz, oder sie müssten mit einer kleineren Summe zufrieden sein, da es doch ein zu schmutziges Handwerk ist. Drei Pfund und zehn Schilling, sagte Herr Limkinz. Wir wollen die Differenz teilen, meine Herren, drei Pfund und 15 Schillinge also. Nicht einen Penny mehr, lautete die feste Antwort Herrn Limkinz. Sie sind mächtig hart zu mir, sagte Gemfield kleinlaut. Unsinn, sagte der Herr mit der weißen Weste. Es wäre ein feines Geschäft auch ohne jeden Zuschuss. Treffen Sie zu, Mann. Er ist gerade der richtige Junge für Sie. Ab und zu hat er den Rohrstock nötig, und sein Essen braucht nicht üppig zu sein, denn er ist von seiner Geburt an nie überfüttert worden. Der Handel wurde also abgeschlossen, und Bumble bekam den Auftrag, Oliver Twist noch am selben Nachmittag vor den Friedensrichter zu führen, um seinen Lehrbrief genehmigen und unterzeichnen zu lassen. Der kleine Oliver wurde daher zu seinem großen Erstaunen aus der Haft entlassen, und er hielt den Befehl, ein reines Hemd anzuziehen. Er hatte kaum diese ungewohnte gymnastische Übung beendet, als ihm Herr Bumble eigenhändig einen Napp voll Haferschleim und das sonntägliche Stück Brot brachte. Bei diesem Anblick fing Oliver kläglich an zu weinen, denn er dachte nichts anderes, als dass die Behörde ihn zu irgendeinem nützlichen Zwecke schlachten lassen wollte, da sie ihn wohl sonst kaum in dieser Weise mästen würde. »Meine dir nicht die Augen rot, Oliver, sondern iss und sei dankbar«, sagte Herr Bumble würdevoll, »du sollst Lehrling werden, Oliver.« »Lehrling, Herr?« rief der Junge zitternd. »Jawohl, Oliver, die guten Herren, die an dir Elternstelle vertreten haben, wollen dich in die Lehre geben, damit du später im Leben vorwärtskommst und ein tüchtiger Kerl wirst. Das kostet der Gemeinde drei Pfund und zehn Schillinge. Denke, Oliver, drei Pfund, zehn Schillinge, siebzig Schillinge, hundertvierzig Sixpence und all das für einen ungezogenen Waisenjungen, den keiner leiden kann.« Als Herr Bumble innehielt, um Atem zu schöpfen, rannen dem armen Oliver nur so die Tränen über die Backen und er schluchzte bitterlich. »Weine nicht«, sagte Herr Bumble, der von der Wirkung seiner Beretsamkeit sehr befriedigt war, »wisch dir die Tränen mit dem Ärmel ab und lass sie nicht in die Suppe fallen, das ist töricht.« Das stimmte, denn in der Suppe war ohnehin schon Wasser genug. Auf dem Weg zum Friedensrichter belehrte Herr Bumble seinen kleinen Begleiter, dass er dort weiter nichts zu tun habe, als recht glücklich auszusehen. Als sie an Ort und Stelle eintrafen, wurde Oliver in ein kleines Zimmer gebracht und von Herrn Bumble ermahnt, dort so lange zu verweilen, bis er ihn holen würde. Klopfenden Herzens wartete der Junge bereits eine halbe Stunde, als endlich Herr Bumble seinen Kopf, der jetzt der Zierde des dreieckigen Hutes entbehrte, durch die Tür steckte und laut sagte, »Nun, liebes Kind, komm zu dem Herrn!« Dabei warf er Oliver einen drohenden Blick zu und flüsterte ihm zu, »denke daran, was ich dir gesagt habe, Bengel, ja?« Oliver sah bei diesem sich widersprechenden Ton der Anreden unschuldig zu Herrn Bumble auf. Dieser führte ihn sogleich in ein anstoßendes Zimmer, dessen Tür offen stand. Hinter einem Pult saßen dort zwei alte Herren mit gepuderten Berücken. »Der Junge will also gern Kaminfeger werden,« sagte der Friedensrichter. »Er ist ganz verrückt danach, euer Gnaden,« sagte Bumble, »er würde davonlaufen, wenn wir ihn zwingen wollten, etwas anderes zu lernen.« »Und dieser Mann da soll sein Meister sein, nicht wahr?« »Sie werden ihn doch gut behandeln, und was das Essen und die Kleidung anbelangt, nicht Not leiden lassen, versprechen Sie das?« »Wenn ich einmal gesagt habe, ich will, so werde ich es auch tun,« entgegnete Gemfield mürrisch. »Ihre Ausdrucksweise ist nicht gerade fein, mein Freund, aber sie scheinen ein offener, ehrlicher Mensch zu sein,« sprach der Richter, den Meister dabei durch seine Brillengläser flüchtig anschauend. »Wäre er nicht halb blind und beinahe schon kindisch gewesen, so hätte ihm die Brutalität in Gemfields Gesicht auffallen müssen.« »Ich denke, das zu sein,« entgegnete der Meister mit einem hässlichen Blick. »Daran zweifle ich auch nicht, mein Freund,« fuhr der alte Herr fort und suchte nach dem Tintenfass. Es war für Olivers Schicksal ein kritischer Augenblick. Hätte das Tintenfass da gestanden, wo es der alte Herr vermutete, so hätte er seine Feder hineingetaucht und den Lehrbrief unterzeichnet. Gemfield hätte dann Oliver gleich mitgenommen. Aber da es unmittelbar vor seiner Nase stand, so suchte er natürlich vergebens nach ihm auf dem Pulte herum. Er begegnete dabei dem verstörten Blicke Olivers, der trotz aller ermahnenden Winke und Püffe Bambels seinen künftigen Lehrherrn mit Furcht und Schrecken betrachtete. Halb blind, wie er war, fiel es doch dem Friedensrichter auf. Er hielt daher inne, legte die Feder hin und schaute von Oliver zu Herrn Limkins hinüber. »Mein Junge,« sagte der alte Herr und beugte sich über das Pult. Oliver fuhr bei diesem Tone zusammen, denn er war eine freundliche Anrede nicht gewohnt. »Mein Kind, du siehst blass und verstört aus, was ist dir?« »Tretet ein wenig auf die Seite, Bambel,« sagte der andere Ratsherr. Er sah Oliver teilnahmsvoll an und sprach, »Junge, sag uns, was dir ist. Hab keine Angst.« Oliver fiel auf die Knie und bat mit gefalteten Händen, man möge ihn lieber in die finstere Kammer sperren, ihm nichts zu essen geben, ihn prügeln ja totschlagen, nur solle man ihn nicht mit diesem schrecklichen Manne fortschicken. »Nun«, sagte Herr Bambel, indem er feierlich Augen und Hände gegen den Himmel hob, »von allen lügnerischen, hinterlistigen Waisenkindern, die mir je vorgekommen sind, bist du der Frechste. Haltet den Mund, Gemeindediener«, sagte der zweite alte Herr, als ich Herr Bambel in dieser Weise Luft gemacht hatte. »Verzeihung, euer Gnaden«, entgegnete Bambel, der seinen Ohren nicht traute. »Haben euer Gnaden mich gemeint?« »Jawohl, Sie sollen den Mund halten«, Herr Bambel war starr. »Einem Gemeindediener den Mund zu verbieten, das war ja Revolution.« Der Friedensrichter blickte seinen Kollegen bedeutungsvoll an und sagte dann, »Wir versagen dem Lehrbriefe unsere Genehmigung.« Damit schob er das Pergament beiseite. »Ich hoffe«, stotterte Herr Limkins, »Sie werden nicht glauben, dass die Behörde fahrlässig gehandelt hat, noch dazu auf das unhaltbare Zeugnis eines Kindes hin.« »Wir sind nicht berufen, darüber eine Meinung auszusprechen.« »Versetzte der alte Herr ziemlich scharf.« »Nehmen Sie den Jungen wieder mit und behandeln Sie ihn anständig.« »Er scheint es nötig zu haben.« Am nächsten Morgen wurde Oliver wieder für fünf Pfund ausgeboten. Viertes Kapitel Oliver findet eine Stelle und macht den ersten Schritt ins Leben. Angesehene Familien schicken die jüngeren Söhne, die sonst keine Aussicht haben, vorwärts zu kommen, gern auf die See. Der Armenhausvorstand beschloss, dieses weise Beispiel nachzuahmen. Er glaubte, es wäre das Beste für Oliver. Vielleicht würde ihn ein Schiffer in der Trunkenheit zu Tode prügeln oder sonst wie um die Ecke bringen. Herr Bumble erhielt also den Auftrag, einen Schiffer ausfindig zu machen, der Oliver nehmen würde. Als er von dieser Mission zurückkehrte, traf er in der Haustür den Leichenbestatter Herrn Sawberry. Dieser war trotz seines ernsten Berufes keinem Scherze abgeneigt. »Herr Sawberry, wissen Sie keinen, der einen Lehrjungen gebrauchen kann?« fragte Herr Bumble. »Sehr günstige Bedingungen, sehr günstig.« »Nun, wie wär's?« »Ach, Sie wissen, Herr Bumble, dass ich viel Abendsteuer bezahle.« »Nun?« »Da dachte ich, wenn ich so viel bezahle, hätte ich auch ein Recht, wieder etwas davon herauszubekommen. Ich möchte deshalb schon den Jungen nehmen.« Herr Bumble fasste den Leichenbestatter am Arme und führte ihn ins Haus. Dort hatte Herr Sawberry eine Unterredung von fünf Minuten mit dem Vorstand und man kam überein, dass Oliver noch am selben Abend auf Probe übergeben werden solle. Dies wurde Oliver von den Herren mitgeteilt und ihm gleichzeitig angedroht, dass man ihn auf die See schicken würde, wenn er es in der Lehre nicht aushielte und der Gemeinde nochmals lästig viele. Oliver hörte das schweigend an, dann führte ihn der würdige Herr Bumble an den neuen Schauplatz von Leiden. Als sie dem Ort ihrer Bestimmung näher kamen, sagte Herr Bumble, »Schieb dir die Mütze aus dem Gesicht und halt den Kopf hoch!« Der Leichenbesorger hatte eben die Fensterläden seiner Werkstätte geschlossen und trug beim Schein einer Kerze einige Posten in sein Buch ein, als Herr Bumble eintrat. »Sind Sie es, Bumble?« sagte Sawberry und blickte von seinem Buche auf. »Niemand anders,« versetzte der Gemeindediener, »und da ist der Junge.« Oliver machte einen Diener. »Also das ist der Junge,« sagte der Leichenbesorger und hob die Kerze hoch, um ihn besser betrachten zu können. »Liebe Frau, komm doch einmal herein.« Frau Sawberry kam aus einem kleinen Zimmer hinter der Werkstätte. Sie war eine kleine, magere Person mit einem Gesicht wie eine Xantippe. »Das ist der Junge aus dem Armenhause, von dem ich dir gesprochen habe.« »Mein Gott,« sagte sie, »der ist aber doch zu klein.« »Klein ist er freilich,« bemerkte Herr Bumble, »aber er wird wachsen, sicher. Er wird wachsen.« »Das glaube ich wohl,« sagte Frau Sawberry, »aber von unserer Kost.« »Da geht die Treppe herunter, kleines Gerippe.« »Charlotte, gib dem Jungen etwas von dem, was für den Hund zurückgestellt war. Er kriegt nichts mehr, und da er heute Morgen nicht nach Hause gekommen ist, sowieso nicht,« rief sie dem Dienstmädchen hinterher. Oliver verschlang mit Gier den Hundefraß. »Nun,« sagte Frau Sawberry, »bist du fertig?« Sie hatte mit Entsetzen und düsterer Ahnung zugesehen, wie ein solcher Appetit in Zukunft zu befriedigen sei. Oliver bejahte, »so und jetzt komm mit. Dein Bett ist unter dem Ladentisch. Ich denke, es macht dir nichts aus, unter den Särgen zu schlafen. Doch gleich viel. Eine andere Schlafstelle können wir dir ohne dies nicht anbieten.« Fünftes Kapitel. Oliver lernt seine neue Umgebung kennen und nimmt zum ersten Mal an einem Leichenbegräbnis teil, erfasst eine ungünstige Meinung vom Geschäfte seines Meisters. Am Morgen wurde Oliver durch lautes Pochen an der Ladentür geweckt. Während er in seine Kleider fuhr und die Sperrkette zu lösen begann, ließ sich eine Stimme vernehmen. »Öffne die Tür ein bisschen schnell!« »Sofort, Herr«, antwortete Oliver und schloss an der Tür. »Ich vermute, du bist der neue Lehrling, nicht wahr?« sagte die Stimme durchs Schlüsselloch. »Jawohl.« »Wie alt?« »Zehn Jahre.« »Dann setzt es Keile, wenn ich erst drin bin. Pass bloß auf, du armen Häusler!« Dann hörte man Pfeifen. Oliver schob zitternd die Riegel zurück und machte die Tür auf. Ein paar Augenblicke sah Oliver auf die Straße rauf und runter. Im Glauben, der Unbekannte sei einige Schritte weitergegangen. Er sah aber niemand, als einen dicken Bengel, der auf einem Stein vor dem Haus saß und ein Butterbrot verschlang. Da Oliver sonst niemand in der Nähe sah, sagte er zu ihm, »Verzeihung, haben Sie geklopft?« »Jawohl«, antwortete der Bengel, »wünschen Sie einen Sarg?« fragte Oliver harmlos. Der Bengel schnitt ein grimmiges Gesicht und schrie ihn an, es werde nicht lange dauern, bis er selbst einen brauchte, wenn er sich derartige Witze mit seinem Vorgesetzten erlaube. »Du weißt wohl nicht, wer ich bin, armen Häusler«, fuhr der Bengel fort und kam näher. »Allerdings nicht.« »Ich bin Herr Noah Claypole und du bist mein Untergebener«, sagte der Bengel. »Mach die Fensterläden auf, Faultier!« Mit diesen Worten versetzte Herr Claypole unserem Oliver einen Tritt und ging mit gewichtiger Miene in den Laden. Bald nachdem Oliver die Fensterläden aufgemacht hatte, kamen Herr und Frau Sorberry herunter. Claypole und Oliver gingen nun die steile Treppe zur Küche hinab, um zu frühstücken. Charlotte, die Köchin, legte Noah die besten Bissen vor, während Oliver mit dem Abfall Vorlieb nehmen musste. Noah war zwar der Zögling einer Armenschule, aber keine Weise. Seine Mutter war eine Waschfrau und sein Vater ein abgedankter, immer betrunkener Soldat. Sie wohnten in der Nachbarschaft. Die Ladenschwängel schimpften Noah, Lederhose, Barmherzigkeitsschüler und dergleichen, und er steckte es schweigend ein. Nun warf ihn der Zufall eine namenlose Weise in den Weg, und an dieser nahm er nun mit Wucherzinsen Rache. Oliver war schon drei Wochen im Hause des Leichenbesorgers, als eines Morgens Herr Bumble in die Werkstätte trat und aus seiner großen ledernen Brieftasche ein Blatt Papier herausnahm, dass er Herrn Sowerberry einhändigte. Aha, sagte letzterer, wohl eine Bestellung auf einen Sarg, nicht wahr? Zuerst auf einen Sarg und dann auf ein Begräbnis, erwiderte Herr Bumble, sich verabschiedend. Nun, meinte Herr Sowerberry und nahm den Hut, je eher dieses Geschäft erledigt wird, desto besser ist es. Noah, du bleibst in der Werkstatt, und du, Oliver, setz die Mütze auf und kommst mit mir. Sie zogen los und waren bald vor dem Haus, wo man ihrer Dienste bedurfte. Es stand in einer schmutzigen, armseligen Gasse. Sie stiegen die Treppe hinauf und machten an einer offenen Tür Halt, die weder Klingeln noch Klopfer hatte. Herr Sowerberry pochte mit den Fingern an die Tür. Ein junges Mädchen von 14 Jahren öffnete. Sie waren am richtigen Orte. In einem kleinen, der Tür gegenüberliegenden Alkoven lag unter einer Decke die Leiche. Der Leichenbesorger zog ein Band aus der Tasche, kniete an der Seite der Toten eines jungen Mädchens nieder und nahm Maß. Dann eilte er, Oliver hinter sich herziehend, rasch hinaus. Am nächsten Tage kehrten Oliver und sein Meister wieder nach diesem Ort des Jammers zurück. Der rohe Sarg wurde zugeschraubt und auf die Straße gebracht. Am Kirchhof las der Prediger aus dem Gebetbuch so viel, als sich in fünf Minuten zusammenfassen ließ. Darauf gab er dem Küster seinen Talar und eilte fort. Nun, Bill, sagte der Leichenbesorger zum Totengräber, wirft das Grab zu. Nachher wurde der Kirchhof geschlossen und Sowerberry fragte auf dem Heimweg Oliver, wie es ihm gefallen hätte. Mit einigem Zögern sagte dieser, nicht sehr gut. Ach, mit der Zeit wirst du dich schon daran gewöhnen, meinte der Meister. Wenn man es gewöhnt ist, ist es einem gar nichts, Junge. Oliver machte sich so seine Gedanken, ob Herr Sowerberry lange gebraucht habe, sich an etwas derart zu gewöhnen. Er hielt es aber für besser, seine Frage für sich zu behalten. Sechstes Kapitel Oliver erlaubt sich, kräftiger aufzutreten. Der Probemonat war vorüber und Oliver wurde endgültig als Lehrling eingestellt. Die Jahreszeit war damals gerade ungesund und Säge fand guten Absatz. Im Laufe einiger Wochen hatte Oliver ziemlich Erfahrung gesammelt. Da er seinen Meister in den meisten Geschäften begleitete, um sich die Ruhe des Gemütes und jene Herrschaft über seine Nerven anzueignen, die ein so notwendiges Erfordernis für einen Leichenbesorger sind, so hatte er oft Gelegenheit, Zeuge der Ergebung und Seelenstärke zu sein, mit der so viele Menschen ihre Heimsuchungen und Verluste trugen. Wurde ein reicher alter Herr oder eine reiche alte Dame begraben, die von einer ganzen Anzahl Neffen und Nichten zur letzten Ruhe begleitet wurden, so konnte Oliver in den meisten Fällen beobachten, dass dieselben Verwandten, die während der Krankheit der Verblichenen sich ganz trostlos gebärdet hatten, recht fröhlich miteinander plauderten, als ob nichts in der Welt imstande wäre, ihre gute Laune zu trüben. Männer ertrugen den Verlust ihrer Frauen mit der heldenmütigsten Ruhe. Frauen, die um den dahingeschiedenen Gatten Trauerkleider anlegten, schienen nur darauf bedacht zu sein, recht anziehend auszusehen. Monatelang ließ Oliver die schlechte Behandlung Noas mit Geduld über sich ergehen. Charlotte misshandelte ihn, weil es Noah tat und Frau Sorberry war seine erklärte Feindin, da Herr Sorberry ihn gern zu haben schien. Oliver fühlte sich daher zwischen diesen drei Gegnern und den vielen Leichenbegängnissen nicht ganz so behaglich. Oliver und Noah befanden sich eines Tages zur Essenszeit allein in der Küche. Charlotte war gerade abgerufen worden und so musste man aufs Essen warten. Die Wartezeit glaubte Noah nicht würdiger ausfüllen zu können, als dass er Oliver höhnte und neckte. Noah legte also seine Beine auf das Tischtuch, zupfte Oliver an den Hahn, kniff ihn in die Ohren, nannte ihn einen Kriecher und versprach ihm dabei zu sein, wann und wo immer man ihn hängen würde. Da diese Neckereien ihren Zweck verfehlten, Oliver zum Weinen zu bringen, wurde Noah noch ausfallender. Er fragte, »Armen Häusler, wie geht's deiner Mutter?« »Sie ist tot,« versetzte Oliver. »Untersteh dich aber nicht, über sie zu reden.« Dabei wurde er feuerrot im Gesicht und um seinen Mund zuckte es verräterisch, als ob er im nächsten Augenblick losweinen müsste. Noah sah dies mit Befriedigung und fuhr fort. »Woran starb sie denn?« »An gebrochenem Herzen, wie mir eine alte Wärterin gesagt hat,« murmelte Oliver vor sich hin. »Ich kann mir denken, was das heißt.« Als Noah eine Träne über Olivers Backenrinnen sah, pfiff er ein lustiges Lied und sagte dann, »Was bringt dich denn so zum Heulen?« »Du nicht,« versetzte Oliver, indem er rasch die Träne wegwischte. »Glaubt das nur nicht.« »Was? Ich nicht?« höhnte Noah. »Nein, du nicht,« entgegnete Oliver scharf. »Nun ist es aber genug. Wenn du noch ein Wort über sie sagst, dann sollst du einmal sehen.« »Na?« »Was denn?« »Was soll ich sehen, armen Häusler?« »Du wirst frech.« »Und deine Mutter?« »Die wird auch eine feine Nummer gewesen sein, du lieber Himmel!« Noah rümpfte die Nase. Oliver fraß seinen Ärger in sich und schwieg. Dadurch ermuntert fuhr Noah im Ton spöttischen Mitleides fort. »Du weißt, da ist nichts mehr zu ändern. Auch tust du uns allen leid. Aber du musst doch wissen, dass deine Mutter eine ganz schlimme Person war, vollkommen heruntergekommen.« »Was sagst du da?« fragte Oliver schnell aufblickend. »Ein ganz heruntergekommenes Frauenzimmerarmenhäusler«, versetzte Noah kühl. »Und es ist nur gut, dass sie auf diese Weise starb, sonst hätte sie sicher im Gefängnis oder am Galgen geändert.« Glutrot im Gesicht sprang Oliver auf und Noah an die Kehle, nahm dann seine ganze Kraft zusammen und schmetterte ihn mit einem Schlag zu Boden. »Er bringt mich um!« schrie Noah. »Charlotte! Frau Soaberi! Hilfe! Hilfe! Oliver mordet mich! Er ist verrückt geworden! Charlotte!« Noahs Hilfe-Geschrei wurde durch ein lautes Kreischen Charlottens und ein noch lauteres der Meisterin erwidert. Erstere eilte durch eine Seitentür in die Küche, während Frau Soaberi so lange auf der Treppe stehen blieb, bis sie sich überzeugt hatte, dass keine Gefahr für ihr Leben zu fürchten sei. »Du verfluchter Lump!«, schrie Charlotte, indem sie Oliver mit kräftiger Faust packte. »Du undankbarer, meuchelmörderischer, nichtswürdiger Schurke!« Dabei schlug sie unbarmherzig auf ihn ein. Nun stürzte auch noch Frau Soaberi in die Küche und zerkratzte Oliver das Gesicht. Diesen günstigen Stand der Angelegenheit machte sich Noah zunutze. Er sprang auf und knuffte Oliver von hinten. Als alle drei müde waren und nicht mehr weiter prügeln konnten, schleppten sie den sich währenden, aber keineswegs entmutigten Oliver in den Keller und schlossen ihn da ein. Frau Soaberi sank in einen Stuhl und brach in Tränen aus. »Himmel, sie stirbt!«, rief Charlotte. »Schnell liebst du Noah ein Glas Wasser!« »Ach, Charlotte!«, stöhnte die Meisterin. »Wir müssen Gott danken, dass wir nicht alle in unseren Betten ermordet wurden.« »Ja, der arme Noah war schon halb tot, als ich hinzukam.« »Armer Junge!«, sagte Frau Soaberi mitleidig. »Doch was machen wir nun? Der Meister ist nicht zu Hause und in zehn Minuten wird Oliver die Tür eingestoßen haben.« Seine Fußtritte hörte man auch schon gegen diese Donnern. »Ich glaube, das Beste wäre, man holte die Polizei,«, meinte Charlotte. »Oder das Militär,« fügte Herr Noah Claypool hinzu. Siebtes Kapitel »Oliver bleibt widerspenstig.« In diesem Augenblick kam Herr Soaberi nach Hause und man erzählte ihm Olivers Verbrechen mit so viel Übertreibung, dass er in einen mächtigen Zorn geriet. Er schloss die Kellertür im Nu auf und packte Oliver beim Kragen. »Da bist du ja, mein nettes Früchtchen!«, brüllte der Meister und gab ihm ein paar Maulschellen. »Noah schmähte meine Mutter,« erwiderte Oliver trotzig. »Wenn schon, du Strolch!«, schrie die Meisterin. »Sie hat's verdient und noch viel mehr!« »Sie hat's nicht verdient,« entgegnete Oliver. »Doch,« geiferte Frau Soaberi. »Das ist eine Lüge,« schrie der Junge. Frau Soaberi brach in einen Strom von Tränen aus und dies ließ dem Meister keine Wahl. Er musste seine teure Gattin zufriedenstellen und so verprügelte er den armen Jungen. Dann wurde Oliver bei Wasser und Brot wieder eingeschlossen und durfte spät am Abend unter den Stichelreden Noahs und Charlots sein trauriges Bett bei den Särgen aufsuchen. Als Oliver in der düsteren Werkstätte allein war, ließ er seinen Gefühlen freien Lauf. Er hatte die Schmähungen mit Verachtung angehört und jede Misshandlung ohne einen Schmerzenslaut hingenommen. Hier aber, wo ihn niemand sehen konnte, fiel er auf die Knie, verbarg sein Gesicht in den Händen und weinte heiße Tränen. Lange blieb Oliver in dieser Stellung. Als er wieder aufstand, war das Licht fast heruntergebrannt. Er horchte und entfernte dann leise die Riegel von der Tür. Er sah hinaus. Es war eine kalte, finstere Nacht. Kein Lüftchen wehte. Er schloss leise wieder die Tür, dann band er seine wenigen Kleidungsstücke mit einem Taschentuch zusammen und er wartete den Morgen auf einer Bank. Als die Sonne aufging, öffnete er aufs Neue die Tür, sah sich scheu um und drückte sie dann hinter sich ins Schloss. Auf der Straße sah er sich nach rechts und nach links um, unschlüssig, wohin er fliehen sollte. Schließlich nahm er den Weg, der berg anführte und bemerkte nach kurzer Zeit, dass er ganz nahe der Anstalt war, wo er seine ersten Kinderjahre zugebracht hatte. Er langte bei dem Hause an. Niemand schien zu dieser frühen Stunde in demselben wach zu sein. Oliver blieb stehen und schaute durch das Gartengitter. Ein Kind jätete eben auf einem Beet Unkraut aus. Als er sein blasses Gesicht erhob, erkannte Oliver die Züge eines seiner früheren Kameraden. Psst, Dick, rief Oliver und der Junge lief ans Tor und streckte seine dünnen Ärmchen zum Gruße durch das Gitter. Ist niemand auf, Dick? Außer mir keiner, entgegnete der Junge. Hör einmal, du darfst nicht sagen, dass du mich gesehen hast, Dick, sprach Oliver. Ich bin weggelaufen. Man hat mich geschlagen und schrecklich misshandelt. Ich will jetzt mein Glück in der Fremde versuchen. Du siehst aber blass aus, Dick. Ich hörte, wie der Doktor sagte, ich müsste sterben, sagte Dick mit einem schwachen Lächeln. Ach, wie ich mich freue, dich wiederzusehen, Oliver, aber halt dich nicht auf, eile. Erst sage ich dir noch liebewohl, entgegnete Oliver. Ich werde dich wiedersehen, Dick, ganz gewiss. Du wirst noch gesund und glücklich werden. Das hoffe ich auch, wenn ich einmal tot bin, früher nicht. Ich fühle, dass der Doktor recht hat, denn ich träume so viel vom Himmel und von Engeln und von freundlichen Gesichtern, die ich nie sehe, wenn ich wach bin. Küss mich, sagte der Kleine, indem er an dem niedrigen Tore empor kletterte und seine Ärmchen um Olivers Nacken schlang. Lieb wohl, Oliver, Gott segne dich. Es war der Segenswunsch eines kleinen Kindes, aber es war der erste, den Oliver je über sein Haupt herabrufen hörte. Er vergaß ihn nie, in allen Kämpfen, Mühen und Leiden seines späteren Lebens. Achtes Kapitel Oliver geht nach London, unterwegs begegnete einem schnurrigen, jungen Herrn. Bis Mittag wanderte Oliver ohne zu rasten die Landstraße entlang. Der Meilenstein, an dem er jetzt wagte auszuruhen, sagte ihm, dass er noch hundert Kilometer von London entfernt sei. Dieser Name erweckte in der Seele des Knabens eine Flut von Gedanken. London. Diese große Stadt. Niemand, nicht einmal Herr Bambel konnte ihn dort auffinden. Er hatte im Armenhause oft alte Leute Sagen hören, dass ein pfiffiger Junge in London nicht hungerssterben würde. Nachdem er weitere sechs Kilometer zurückgelegt hatte, überlegte er, wie er wohl am besten hinkommen könne. Er hatte eine Brotrinde, ein Hemd, zwei Paar Strümpfe in seinem Bündel und einen Penny, ein Geschenk Sawberries, in der Tasche. Ein reines Hemd, dachte Oliver, ist etwas sehr Angenehmes, wie auch das Paar gestopfter Strümpfe und der Penny, aber für einen Marsch von 94 Kilometern nur geringe Hilfe. Oliver legte an diesem Tage 30 Kilometer zurück und genoss die ganze Zeit über nichts als seine trockene Brotrinde und einige Glas Wasser. Mit Einbruch der Nacht kroch er in einen Heuhaufen und schlief bald fest ein. Er erwachte am nächsten Morgen durchgefroren und hungrig. Sein Penny ging für einen kleinen Leib Brot drauf. An diesem Tage konnte er nicht mehr als 18 Kilometer schaffen. Nach einer weiteren, im Freien zugebrachten Nacht fühlte er sich noch elender und konnte sich kaum auf den Beinen halten. Er wartete am Fuße eines steilen Berges, bis eine Postkutsche kam, deren außen sitzende Passagiere er anbettelte. Diese wollten sehen, wie weit er für einen halben Penny laufen könnte. Eine Weile versuchte Oliver mit der Kutsche Schritt zu halten, aber die wunden Füße und seine Müdigkeit ließen es nicht lange zu. Als die Reisenden dies sahen, steckten sie ihren halben Penny wieder in die Tasche und nannten ihn einen faulen Hund. In einigen Ortschaften waren große Warnungstafeln aufgestellt, die jeden Bettler mit Gefängnis bedrohten. Wenn sich nicht ein gutherziger Schrankenwärter und eine gutmütige alte Frau seine erbarmt und ihm zu essen gegeben hätten, so wäre es Oliver wahrscheinlich wie seiner Mutter ergangen. Er wäre vor Hunger auf der Landstraße umgefallen. Am siebten Tag nach seiner Flucht hinkte Oliver morgens früh langsam in die kleine Stadt Barnett hinein. Die Fensterläden waren geschlossen, die Straßen leer. Die Sonne erhob sich soeben in all ihrer Herrlichkeit, aber ihre Strahlen dienten nur dazu, dem Jungen, der mit blutenden Füßen auf einer Türschwelle saß, seine ganze trostlose Lage und Verlassenheit zu zeigen. Allmählich öffneten sich die Fensterläden und auf den Straßen zeigten sich Menschen. Einige blieben stehen, um Oliver anzustarren, aber niemand half ihm. Ja, man nahm sich nicht einmal die Mühe, ihn zu fragen, woher er käme. Da trat plötzlich ein Junge auf ihn zu, der ihn schon lange heimlich beobachtet hatte. Er sagte, Hallo Dicker, was ist los mit dir? Der Junge mochte ungefähr von Olivers Alter sein und hatte ein ziemlich gemeines Gesicht. Stumpfnase, niedrige Stirn, kleine stechende Augen, krumme Beine und war für sein Alter klein, dabei furchtbar schmutzig. Er benahm sich jedoch ganz wie ein Erwachsener. Sein Rock war zu weit und reichte ihm bis zu den Hacken. Der Hut saß so leicht auf seinem Kopfe, dass er jeden Augenblick herunterzufallen drohte, doch gab ihm der Junge dann mit einem Ruck einen Schwung, wodurch er wieder in die richtige Lage kam. Ich bin hungrig und müde, antwortete Oliver mit Tränen in den Augen. Sieben Tage bin ich in einem Fort gewandert. In einem Fort? Sieben Tage? Ich verstehe, wohl auf Schenkels Befehl. Ich glaube, du weißt nicht einmal, was ein Schenkel ist? Doch, erwiderte Oliver sanft, das ist der obere Teil des Beins. Mensch, bist du naiv, rief der Junge heraus. Ein Schenkel ist ein Friedensrichter und wer auf Schenkels Befehl geht, kommt nicht vorwärts. Er muss immer aufwärts, ohne dass es je bergab ginge. Noch nie in der Mühle gewesen? In was für einer Mühle? fragte Oliver. Na, in der Tretmühle. Doch du schiebst Kohldampf und musst was zwischen die Zähne kriegen. Viel Moos habe ich ja auch nicht, aber es wird für dich schon reichen. Stell dich auf deine Hammelbeine und komm. Der junge Herr half Oliver aufstehen und nahm ihn mit in eine Schenke. Dort ließ er Bier, Brot und Schinken bringen. Oliver machte sich tüchtig über die Mahlzeit her, wobei ihn sein neuer Freund aufmerksam beobachtete. Als er mit dem Essen fertig war, fragte ihn der fremde Junge. Du willst nach London? Ja. Hast du schon eine Wohnung? Nein. Geld? Nein. Der junge Herr pfiff durch die Zähne. Wohnst du in London? fragte jetzt Oliver. Ja, wenn ich zu Hause bin. Aber du brauchst eine Schlafstelle, nicht wahr? Freilich. Ich habe seit einer Woche unter keinem Dach mehr geschlafen. Lass dir darum keine grauen Haare wachsen. Ich muss heute Abend wieder nach London und kenne dort einen ganz respektablen alten Herrn, bei dem du sonst wohnen kannst. Es muss dich allerdings ein Bekannter bei ihm einführen. Mich kennt er aber zur Genüge, fügte der fremde Junge verschmitzt lächelnd hinzu. Dieses unerwartete Anerbieten war zu verführerisch, um ausgeschlagen zu werden. Es entspannt sich nun zwischen den beiden Jungen eine vertrauliche Unterhaltung, in deren Verlauf Oliver erfuhr, dass sein neuer Freund Jack Dawkins heiße und ein besonderer Liebling jenes alten Herrn sei. Dawkins' Äußeres sprach allerdings nicht zugunsten einer solchen Protektion, da er aber ziemlich lockere Redensarten führte und auch gestandt, dass seine Freunde ihn den pfiffigen Ganef nannten, so folgerte Oliver, er möge wohl ein leichtsinniger Mensch sein, an dem die guten Lehren seines Wohltäters verloren gingen. Er beschloss daher bei sich, sich die gute Meinung des alten Herrn zu verschaffen und den weiteren Verkehr mit dem Ganef abzubrechen, wenn er ihn, wie er bereits jetzt schon vermutete, unverbesserlich finden sollte. Da Dawkins nicht vor Einbruch der Nacht in London eintreffen wollte, so wurde es fast elf Uhr, als sie den Schlagbaum von Eilington erreichten. Der Ganef riet Oliver, sich dicht hinter ihm zu halten und eilte durch ein Gewirr kleiner Straßen und Gässchen mit einer Geschwindigkeit, dass unser Held mächtig aufpassen musste, um ihn nicht aus den Augen zu verlieren. Sie waren am oberen Ende der Straße angelangt und Oliver überlegte gerade, ob es nicht besser sei, davon zu laufen, als ihn sein Führer am Arm ergriff und durch die offene Tür in ein Haus in der Nähe der Field Lane zog. Sobald sie drin waren, schloss Dawkins die Tür ab. Der Ganef pfiff und antwortete auf eine Stimme von unten. Was ist los? Ganoven! Unmittelbar darauf zeigte sich am hinteren Ende des Ganges ein schwacher Lichtschein und das Gesicht eines Mannes erschien am zerbrochenen Geländer einer alten Kellertreppe. Ihr seid zwei, wer ist der andere? Ein neuer Kumpel, versetzte Jack Dawkins und stieß Oliver vorwärts. Wo kommt er her? Aus der Fremde. Ist Fagin oben? Ja, er sortiert die Rotzlappen. Geht hinauf! Die Kerze und das Gesicht verschwanden. Oliver stolperte an der Hand Dawkins die Treppe hinauf. Oben angelangt öffnete dieser die Tür eines Hinterzimmers und zog Oliver hinein. Die Wände und die Decke des Gemachs waren von Alter und Schmutz ganz schwarz. Auf einem elenden Tisch brannte eine Kerze, die in den Hals einer Bierflasche gesteckt war. Über dem Feuer hing eine Bratpfanne, in der einige Würste prasselten und daneben stand eine Gabel in der Hand, ein alter, zusammengeschrumpfter Jude, dessen spitzbübisches Gesicht vom verfilzten roten Haar umrahmt war. Um den Tisch saßen vier oder fünf Jungen, keiner älter als der Ganef, und rauchten aus langen Tonpfeifen Tabak und tranken Schnaps wie alte. Sie drängten sich um Dawkins, als dieser dem Juden etwas zuflüsterte und grinsten dann Oliver an. »Das ist er, Fagin«, sagte Jack Dawkins laut, »mein Freund, Oliver Twist.« Der Jude grinste, machte Oliver eine tiefe Verbeugung, nahm seine Hand und sagte, er freue sich, seine Bekanntschaft gemacht zu haben. Hierauf umringten ihn die rauchenden jungen Herren und schüttelten ihm kräftig die Hände. »Wir freuen uns alle sehr, dich kennenzulernen, Oliver«, sagte der Jude. »Ganef, nimm die Würste weg und lass Oliver an den Kamin, damit er sich wärmen kann. Du schaust nach den Taschentüchern, Liebling. Sind eine ganze Menge da, nicht wahr? Wir haben sie für die Wäsche zusammengesucht. Das ist alles, Oliver, ja? Das ist alles.« In das Gelächter stimmten die hoffnungsvollen Schüler des alten Herrn laut ein. Dann setzte man sich zu Tisch. Als Oliver seinen Teil gegessen, reichte ihm der Jude ein Glas Grog und ließ es ihn sogleich austrinken, weil noch ein anderer des Glases bedurfte. Nachdem Oliver dies getan, fiel er in einen tiefen Schlaf und wurde von seinem Freund Jack auf ein aus alten Säcken bereitetes Lager getragen. Neuntes Kapitel enthält weitere Mitteilungen über den spaßhaften alten Herrn und seine hoffnungsvollen Schüler. Oliver erwachte am nächsten Morgen erst spät aus einem langen und festen Schlafe. Es befand sich nur noch der alte Jude im Zimmer, der sich zum Frühstück Kaffee kochte und leise vor sich hin pfiff. Oliver schlief zwar nicht mehr, er war aber auch noch nicht ganz hellwach. Er sah mit halb geschlossenen Augen den Juden und hörte sein leises Pfeifen. Der Jude beruhigte sich hierbei und verriegelte leise die Tür. Dann hob er eine Diele hoch und brachte ein Kästchen zum Vorschein, das er behutsam auf den Tisch stellte. Seine Augen funkelten, als er es öffnete und hineinsah. Er zog einen alten Stuhl an den Tisch, setzte sich und nahm eine herrliche, mit Brillanten besetzte goldene Uhr heraus. Aha, sagte der Jude, indem sich sein Gesicht zu einem scheußlichen Grinsen verzog. Verfluchtschlaue Hunde, dicht gehalten bis zuletzt, dem alten Pfaffen nicht das Versteck verpfiffen, alten Feggin nicht reingelegt, na, was hätte es auch genützt. Wäre in dem Strick doch nicht entgangen, nein, 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 brave Jungens. Plötzlich fielen des alten Augen auf Oliver, dessen Blicke in stummer Neugier auf ihn gerichtet waren. Er warf den Deckel des Kästchens hastig zu und ergriff das auf dem Tische liegende Brotmesser, dabei zitterte er am ganzen Körper. Was ist das, schrie Feggin, warum beobachtest du mich, warum bist du wach, was hast du gesehen, rede Junge, schnell, schnell, wenn dir dein Leben lieb ist. Ich konnte nicht länger schlafen, Herr, erwiderte Oliver demütig, es tut mir sehr leid, wenn ich sie gestört habe. Schon gut, schon gut, mein Lieber, sagte der Jude, indem er sein früheres Wesen wieder annahm. Er spielte noch ein wenig mit dem Messer, ehe er es weglegte, um Oliver Glauben zu machen, er hätte es nur aus Zerstreuung in die Hand genommen. Ich wusste das schon vorher und wollte dir nur einen kleinen Schreck einjagen, du bist ein braver Junge, du bist ein braver Junge, Oliver. Er rieb sich kichernd die Hände, schaute aber unruhig nach dem Kästchen hin. Hast du etwas von den hübschen Sachen gesehen, Liebling? sagte der Jude nach einer kurzen Pause und legte die Hand auf das Kästchen. Ja, Herr, erwiderte Oliver. Ach, rief er blassend der Jude. Sie sind, ja, sie sind mein Eigentum, Oliver, mein winziges Eigentum, mein Alles für meine alten Tage. Die Leute nennen mich einen Geizhals. Ja, das tun sie. Oliver dachte, der alte Herr müsste tatsächlich ein rechter Geizhals sein, sonst würde er nicht so elend wohnen. Dann fiel ihm aber ein, dass die Fürsorge für den Ganef und die übrigen Jungen ihn ein schönes Geld kosten möge. Oliver fragte nun bescheiden, ob er aufstehen dürfe. Sie setzten sich zum Frühstück nieder und der Jude fragte mit einem bedeutungsvollen Blick auf Oliver den Ganef. Liebe Kinder, hoffentlich habt ihr heute Morgen schon fleißig gearbeitet. Aber mächtig, entgegnete Dawkins. Wie ein Pferd, fügte Bates hinzu. Ihr seid brave Jungen. Was hast du erwischt, Ganef? Ein paar Brieftaschen. Der Alte durchsuchte sie sorgfältig und meinte dann, nicht so schwer, als sie hätten sein können, aber schöne Stücke, gediegene Arbeit. Nicht wahr, Oliver? Ja, allerdings, Herr, erwiderte Oliver. Bei dieser Antwort brach Karl Bates in ein lautes Gelächter aus zur großen Verwunderung Olivers, der absolut keinen Grund dazu sah. Und was hast du mitgebracht, fragte Fagin den Karl Bates. Rotzlappen, versetzte der junge Herr. Dabei zog er vier Schnupftücher aus der Tasche. Der Jude besichtigte sie genau und sagte dann, sie sind gut, sehr sogar. Aber du hast sie nicht richtig gezeichnet. Wir müssen die Buchstaben mit der Nadel wieder auftrennen. Das kann Oliver machen. Willst du? Gern, sagte dieser. Möchtest du nicht auch so leicht wie Karl Bates Taschentücher besorgen? Hättest du Lust, Liebling? fragte der Jude. Große Lust, wenn sie es mich lehren wollen, Herr. Als sie mit Frühstücken fertig waren, spielte der lustige alte Herr mit den beiden Jungen ein gar seltsames Spiel. Der alte steckte nämlich eine Schnupftabackdose in die eine und eine Brieftasche in die andere Hosentasche. Eine Uhr, die an einer um den Hals geschlungenen Kette hing, brachte er in seiner Westentasche unter. An sein Hemd befestigte er eine unechte Brillantnadel. Dann knöpfte er den Rock fest zu, verstaute sein Brillenfutteral und das Schnupftuch in den Rocktaschen. Mit einem Stock in der Hand ging er im Zimmer auf und ab, ganz so, wie man alte Herren in den Straßen der Stadt herumschlendern sieht. Er blieb hin und wieder bei dem Kamin oder bei der Tür stehen und tat so, als ob er aufmerksam ein Schaufenster besehe. Dabei schaute er sich immer wieder um, als wenn er sich vor Dieben fürchtete. Von Zeit zu Zeit klopfte er auf die Taschen, um sich zu überzeugen, dass er nichts verloren habe. Er meinte die Sache so natürlich, dass Oliver lachen musste. Und zwar lachte er derart, dass ihm die Tränen über die Backen liefen. Die ganze Zeit über waren die beiden Jungen dem alten Herrn gefolgt. Sobald er sich jedoch umdrehte, zogen sie sich mit unnachahmlicher Geschwindigkeit zurück. Schließlich trat ihm der Ganniff auf die Zehen oder strauchelte wie zufällig über seinen Stiefel, während Karl Bates ihn von hinten anrempelte. In diesem Augenblick entwendeten sie ihm mit außerordentlicher Geschicklichkeit Schnupfter Backdose, Brieftasche, Busennadel, Uhr, Taschentuch und sogar das Brillenfutteral. Fühlte der alte Herr eine Hand in einer seiner Taschen, so kündigte er das durch einen Schrei an und das Spiel begann von neuem. Das war so eine ganze Weile fortgegangen, als ein paar Damen erschienen, die die jungen Herren besuchen wollten. Eine hieß Bett, die andere Nancy. Sie hatten üppiges Haar, waren aber nicht ordentlich frisiert. Ihre Schuhe und Strümpfe waren im schlechten Zustande. Hübsch konnte man die Mädchen eigentlich nicht nennen, aber sie hatten ein frisches Aussehen und sympathische Gesichtszüge. Auch benahmen sie sich so gefällig und ungezwungen, dass sie Oliver für rechtartige Mädchen hielt, was sie ohne Zweifel auch waren. Die Besucherinnen blieben ziemlich lange. Man trank Schnaps und die Unterhaltung wurde bald sehr heiter und lebhaft. Schließlich meinte Karl, es wäre Zeit, sich auf die Socken zu machen, was nach Olivers Vermutung ein französischer Ausdruck für ausgehen sein müsste, denn unmittelbar danach brachen alle vier auf, nachdem der freundliche alte Jude ihnen noch vorher reichlich Geld gegeben hatte. »Hängt mir das Schnupftuch aus der Tasche?« fragte Ganef. »Jawohl«, sagte Oliver, »versuch es einmal herauszuziehen, ohne dass ich es merke. Du hast ja heute Mittag gesehen, wie man es machen muss.« Oliver machte es so, wie er es beim Ganef gesehen hatte. »Hast du es?« fragte der Jude. »Hier ist es, Herr?« »Du bist ein gewandter Bursche«, sagte der alte Herr und fuhr mit der Hand über Olivers Haar. »Ich habe niemals einen gelehrigeren Jungen gesehen. Hier hast du einen Schilling. Fahr nur weiter sofort, dann wirst du noch der größte Mann deiner Zeit werden. Und nun werde ich dir zeigen, wie man die Namen aus den Schnupftüchern macht.« Oliver konnte nicht recht begreifen, wie er dadurch, dass er dem älteren Herrn im Scherze das Schnupftuch aus der Tasche gezogen hatte, ein großer Mann werden könne. Er dachte aber, »Der Jude müsse es besser wissen. War dieser doch um so viel älter als er?« Er machte sich also unbekümmert daran, die Buchstaben aus den Taschentüchern zu entfernen. Zehntes Kapitel Oliver lernt seine neuen Bekannten besser kennen und muss die Erfahrung teuer bezahlen. Oliver blieb eine Reihe von Tagen dauernd im Zimmer des Juden und fing an, sich nach frischer Luft zu sehnen. Er machte die Zeichen aus den Taschentüchern heraus, die in ziemlich großer Zahl ins Haus gebracht wurden. Oliver hatte den alten Herrn verschiedene Male gebeten, mit Jack und Karl gemeinsam auf Arbeit ausgehen zu dürfen. Da seit einigen Tagen keine Schnupftücher da waren, an denen Oliver hätte arbeiten können, gab der alte Herr seine Zustimmung. Die drei Jungen zogen los und schlenderten gemächlich die Straße entlang. Oliver fand keinen Geschmack an dem langsamen Gang seiner Genossen und kam auf die Vermutung, dass sie den alten Herrn betrögen und der Arbeit aus dem Wege gingen. Der Ganef hatte außerdem noch die üble Gewohnheit, kleinen Jungen die Mütze vom Kopf zu reißen, während Karl Beetz ziemlich freie Ansichten hinsichtlich des Eigentumsrechts an den Tag legte. Von den Ständen der Straßenhändler ließ er hier einen Apfel, dort eine Zwiebel verschwinden. Dies missfiel unserem Oliver so sehr, dass er gerade zu erklären beabsichtigte, er wolle nach Hause gehen, als er durch das eigenartige Benehmen des Ganefs von diesem Vorhaben abgebracht wurde. Dieser stand plötzlich still, legte den Finger an die Lippen und hielt seine Genossen zurück. Was ist los? fragte Oliver. Psst, machte der Ganef. Siehst du den alten Knacker an der Bücherbude? Den alten Herrn da drüben? Ja, den sehe ich. Bei dem wollen wir arbeiten, sagte Dawkins. Scheint erst klassig zu sein, bemerkte Karl. Oliver schaute in größter Überraschung von einem auf den anderen. Die beiden Jungen gingen unaffällig auf die andere Straßenseite und schlichen sich dann dicht hinter den alten Herrn. Oliver harrte mit stummer Verwunderung der weiteren Vorgänge. Man denke sich Olivers Entsetzen, als er sah, wie der Ganef dem alten Herrn das Schnupftuch aus der Tasche zog und es dann Karl Bates zusteckte. Im Augenblick war ihm das Geheimnis der Taschentücher, der Uhren und Kleinodien des Juden klar. Als er die beiden wegrennen sah, fing er auch aus Leibeskräften zu laufen an. Doch gerade als Oliver Reis ausnahm, griff der alte Herr nach seinem Tuch in die Tasche und wandte sich rasch um, als er es nicht finden konnte. Wie er nun den Jungen so halsüberkopf davonlaufen sah, kam er auf den naheliegenden Gedanken, dass dieser ihn bestohlen hätte. Das Buch in der Hand haltend lief er mit dem Ruf »Haltet den Dieb« hinter ihm her. Doch er war nicht der Einzige, der dieses Geschrei erhob. Der Ganef und Karl Bates hatten, um nicht durch Rennen aufzufallen, sich in den ersten besten Torweg an der Ecke zurückgezogen. Sobald sie das Gebrüll »Haltet den Dieb« vernahmen und Oliver laufend sahen, errieten sie schnell den Zusammenhang. Sie schlossen sich dessen Verfolgern an und riefen kräftig mit. Endlich war Oliver eingeholt, niedergeschlagen und lag auf dem Pflaster. Die Menge drängte sich um ihn. Jeder wollte den Verbrecher sehen. »Tretet zurück! Lasst ihn doch zu Atem kommen!« »Ach was, er verdient es nicht!« »Wo ist der Herr?« »Da, er kommt die Straße herunter. Platz für den Herrn!« »Ist das der junge Herr?« »Ja!« Oliver lag ganz beschmutzt mit blutendem Munde da. Er blickte verwirrt auf die ihn umgebende Menge. »Ja, ich fürchte, dass er es ist«, wiederholte der alte Herr. »Der arme Junge hat sich sicher verletzt.« »Das war ich, Herr«, sagte ein großer, ungeschlachter Kerl. »Ich schlug ihn in die Fresse, dass er hinfiel.« Der Bursche griff grinsend an seine Mütze und erwartete wohl eine Belohnung für seine Tat. Der alte Herr warf ihm jedoch einen Blick des Abscheus zu und sah sich ängstlich um, als ob er selbst davon zu laufen gedächte. Da kam endlich ein Polizist. Er hatte sich einen Weg durch die Menge gebahnt und packte Oliver nun beim Kragen. »Aufgestanden!«, brüllte er. »Ich bin's wirklich nicht gewesen, Herr. Es waren zwei andere Jungen«, sagte Oliver mit gefalteten Händen. Dann sah er sich um. »Sie müssen hier in der Nähe sein.« »Ach nein, es ist keiner da«, sagte der Polizist. Er meinte es ironisch, dabei war es die reine Wahrheit, denn der Ganne von Karl Beetz hatten sich bei der ersten Gelegenheit aus dem Staube gemacht. »Steh auf!« »Ach, tun Sie ihm nichts«, sagte der alte Herr mitleidig. »Ich tue ihm schon nichts«, antwortete der Polizist und riss ihm zum Beweise dafür die Jacke beinahe vom Leibe. »Nun komm schon, Donnerwetter! Steh auf, du kleiner Strolch, du!« Oliver versuchte mühsam aufzustehen, er konnte sich kaum auf den Beinen halten. Der Polizist packte ihn beim Kragen und zerrte ihn im Laufschritt durch die Straßen. Der alte Herr ging neben den Polizisten her und eine johlende Menge begleitete die drei auf ihrem Weg. Elftes Kapitel handelt von dem Polizeirichter Herrn Feng und gibt eine kleine Probe seiner Gerechtigkeit. Das Vergehen war in der unmittelbaren Nachbarschaft eines sehr bekannten Polizeiamtes der Hauptstadt begangen. Angekommen wurde Oliver in eine furchtbar schmutzige Zelle gesperrt. Der alte Herr sah, als sich der Schlüssel in dem Schloss drehte, fast ebenso kläglich wie Oliver aus. Mit einem tiefen Seufzer blickte er auf das Buch, das die unschuldige Ursache dieses aufregenden Auftritts gewesen war. Es ist etwas im Gesicht des Jungen, sagte der alte Herr gedankenvoll zu sich selbst, ein Ausdruck ist darin, der mich rührt und mich für ihn einnimmt. Sollte er nicht unschuldig sein? Er sah aus wie... Ja, wie... Hier hielt der alte Herr plötzlich inne. Herrgott im Himmel, wo habe ich ein ähnliches Gesicht früher schon einmal gesehen? Der alte Herr sah einige Augenblicke nach und trat dann in ein Wartezimmer des Polizeiamtes. Hier zog er sich in einen Winkel zurück und ließ eine Reihe von Gesichtern an seinem geistigen Auge vorbeiziehen. Nein, es muss Einbildung sein, sagte der alte Herr den Kopf schüttelnd. Er stieß einen Seufzer aus und vertiefte sich wieder in die alte Schwarte. Ein Gerichtsdiener berührte ihn an der Schulter und ersuchte ihn, ihm ins Amtszimmer zu folgen. Er schloss eilig das Buch und stand alsbald dem berühmten Herrn Feng gegenüber. Der alte Herr verbeugte sich höflich, trat an das Pult und überreichte seine Karte. Wer sind Sie? herrschte Feng den alten Herrn an. Der alte Herr wies etwas überrascht auf seine Karte. Gerichtsdiener, sagte Herr Feng, indem er mit der Zeitung die Karte verächtlich vom Pult fegte. Wer ist dieser Mensch? Mein Name, sagte der alte Herr würdig, mein Name, Herr, ist Brownlow. Gestatten Sie mir nun auch, nach dem Namen des Richters zu fragen, der ohne irgendeinen Anlass einen anständigen Mann so beleidigend behandelt. Gerichtstiener, fuhr Herr Feng unbeirrt fort, Wessen ist dieser Bursche angeklagt? Herr Gnaden, er ist kein Angeklagter, sondern tritt als Kläger gegen diesen Jungen auf, erwiderte der Gerichtsdiener. Seine Gnaden wussten das sehr gut, konnten jedoch auf diese Weise ohne Gefahr unverschämt werden. Tritt als Kläger gegen den Jungen auf, so, so, sagte Herr Feng und maß Brownlow mit einem verächtlichen Blick. Nehmen Sie ihm den Eid ab. Nun, begann Herr Feng, Wessen wird der Junge beschuldigt? Was haben Sie vorzubringen, Herr? Ich stand an einer Bücherbude. Schweigen Sie, Herr, unterbrach ihn Herr Feng. Wo ist der Polizist? Hier, vereidigen Sie den Polizisten. Nun, was wissen Sie von der Sache? Der Polizist berichtete mit Gebühr in der Unterwürfigkeit, was ihm von der Anklage bekannt geworden war. Er habe auch Oliver untersucht und nichts bei ihm gefunden. Weiter könne er nichts angeben. Sind Zeugen da? fragte Herr Feng. Nein, euer Gnaden, erwiderte der Polizist. Herr Feng saß einige Minuten schweigend da, wandte sich dann an den Kläger und sprach mit immer zunehmender Heftigkeit. Wollen Sie nun endlich sagen, wessen Sie diesen Knaben beschuldigen? Sie haben geschworen, wenn Sie Ihr Zeugnis verweigern, so werde ich Sie wegen Nicht-Achtung des Gerichts in Strafe nehmen. Ja, das will ich bei... bei wem oder bei was, ließ sich nicht vernehmen, denn der Schreiber und der Gefängniswärter brachen in diesem Augenblick in ein lautes Husten aus. Ersterer ließ auch noch ein schweres Buch auf die Erde fallen, zufällig natürlich, so dass man das Wort nicht verstehen konnte. Unter mancherlei Unterbrechungen und wiederholten Beleidigungen gelang es endlich Herrn Brownlow, den Tatbestand auseinanderzusetzen. Er drückte dabei den Wunsch aus, dass das Gericht so nachsichtig, als es das Gesetz erlaube, mit dem Jungen verfahren möchte. Er ist bereits verletzt, schloss der alte Herr seine Ausführungen, und ich fürchte, er fühlt sich gar nicht wohl. »Ich glaube auch«, sagte Herr Feng hönisch lächelnd, »hör mal, du kleiner Landstreicher, mach hier kein Theater, damit kommst du bei mir nicht durch. Wie heißt du?« Oliver wollte antworten, konnte aber keinen Ton herausbringen. Er wurde leichenblass, und alles schien sich um ihn zu drehen. »Wie heißt du, verstockter Lümmel?« schrie ihn Herr Feng wiederholt an. »Gerichtsdiener, wie heißt er?« Dieser, ein alter Mann, beugte sich über Oliver und wiederholte die Frage. Als er fand, dass der Junge tatsächlich außerstande war zu antworten, nannte er, um den Richter nicht noch wütender zu machen, aufs Gerate wohl einen Namen. Er sagt, er heiße Tom White, euer Gnaden. »Wo wohnt er?« fuhr Herr Feng fort. »Wo er kann, euer Gnaden?« antwortete der Gerichtsdiener, indem er sich so anstellte, als spräche er Oliver nach. »Hat er Eltern?« fragte Herr Feng. »Er sagt, sie seien in seiner frühesten Jugend gestorben, euer Gnaden,« entgegnete der Gerichtsdiener, indem er auf gut Glück die in solchen Fällen übliche Antwort gab. Oliver hob jetzt den Kopf hoch, sah mit flehenden Blicken um sich und bat leise um einen Schluck Wasser. »Quatsch!« sagte Herr Feng. »Willst mich wohl zum Narren halten?« »Ich glaube, es ist ihm wirklich schlecht, euer Gnaden,« wandte der Gerichtsdiener ein. »Ich weiß das besser,« brüllte Herr Feng. »Halten Sie ihn, Gerichtsdiener,« rief der alte Herr, unwillkürlich die Hände ausstreckend. »Er fällt gleich!« »Nichts da,« »Gerichtsdiener,« schrie Herr Feng. »Lassen Sie ihn fallen, wenn er Lust hat!« Oliver machte von dieser gütigen Erlaubnis Gebrauch und fiel ohnmächtig zu Boden. »Ich wusste, dass es Verstellung war,« sagte Herr Feng. »Lasst ihn liegen, er wird's bald müde werden.« »Wie gedenken Sie in diesem Falle zu verfahren, Herr?« fragte leise der Gerichtsschreiber. »Sumarisch,« antwortete Herr Feng. »Er wird drei Monate eingesperrt, natürlich mit harter Arbeit, schafft ihn fort.« Einige Beamte schickten sich gerade an, den bewusstlosen Oliver in seine Zelle zu tragen, als ein ältlicher Mann von anständigem, aber erbärmlichem Äußerem atemlos ins Zimmer stürzte und vor den Richter trat. »Halt, halt! Trag dich nicht fort! Um Himmels Willen warte deinen Augenblick!« »Was ist los? Wer sind Sie? Hinaus mit diesen Menschen! Räumt den Gerichtssaal!« schrie Herr Feng. »Ich will aussagen,« rief der Mann. »Ich lasse mich nicht hinauswerfen. Ich sah alles mit an. Ich bin der Besitzer der Bücherbude. Ich verlange, vereidigt zu werden. Ich lasse mich nicht abweisen. Sie müssen mich anhören, Herr Feng. Sie dürfen mein Zeugnis nicht ablehnen.« Der Mann war in seinem Rechte und trat bestimmt auf. Man konnte nicht darüber hinweggehen. »Lassen Sie den Menschen schwören,« knurrte Herr Feng mürrisch. »Nun, was haben Sie zu bekunden?« Folgendes. »Ich sah drei Jungen, diesen hier und zwei andere auf der anderen Seite der Straße dahinschlendern, als dieser Herr vor meiner Bude stand und las. Der Diebstahl wurde von einem anderen Jungen begangen. Ich habe es genau gesehen und auch bemerkt, dass dieser Junge hier darüber ganz erstaunt und wie vor den Kopf geschlagen war. »Warum kamen Sie denn nicht schon früher?« fragte Feng nach einer Pause. »Ich bin allein in meiner Bude und hatte keine Vertretung. Erst vor fünf Minuten konnte ich jemand auftreiben und bin dann Hals über Kopf hierher geeilt.« »Also der Ankläger las, nicht wahr?« fragte Feng nach einer weiteren Pause. »Ja,« erwiderte der Mann, »im selben Buche, das er jetzt noch in der Hand hat.« »So, in diesem Buch. Ist es denn bezahlt?« erkundigte sich Herr Feng. »Nein, noch nicht,« erwiderte der Buchhändler mit einem kleinen Lächeln. »Himmel, das habe ich über die ganze Geschichte vergessen,« sagte der zerstreute alte Herr ganz unbefangen. »Ein feiner Mann, aber eine Klage gegen einen armen Jungen vorbringen,« sagte Herr Feng und bemühte sich krampfhaft, eine menschenfreundliche Miene anzunehmen. »Nach meiner Ansicht haben Sie sich unter sehr verdächtigen Umständen in den Besitz dieses Buches gesetzt und dürfen sich beglückwünschen, wenn der Eigentümer keine Anklage gegen Sie erhebt. Lassen Sie sich das zur Warnung dienen, sonst möchte das Gesetz einmal gegen Sie in Anwendung kommen. Der Junge ist freizulassen, räumen Sie den Saal.« »Donnerwetter!« schrie der alte Herr. Der so lange aufgespeicherte Zorn kam nunmehr zum Ausbruch. »Donnerwetter!« »Ich will!« »Gerichtsdiener, räumen Sie den Saal!« »Hören Sie!« brüllte der Richter. Man führte den entrüsteten alten Herrn, der ein Bild der Wut und des Trotzes darbot, schnell auf den Hof heraus. Dort fand er den kleinen Oliver auf dem Steinpflaster liegend, sein Gesicht war leichenblass und ein krampfartiges Zittern ging durch seinen Körper. »Armes Kind«, sagte Herr Brownlow, als er sich über ihn beugte. »Will niemand so gut sein und mir einen Wagen holen?« Man holte einen und bettete Oliver auf einen Sitz, während Herr Brownlow auf dem anderen Platz nahm. »Darf ich Sie begleiten?« fragte der Buchhändler. »Himmel! Ich hatte Sie ganz vergessen. Steigen Sie ein, lieber Freund. Und das unglückliche Buch habe ich ja auch noch, der arme Junge. Geschwind, es ist keine Zeit zu verlieren.« Nachdem der Buchhändler in den Wagen geklettert war, zogen die Pferde an. Zwölftes Kapitel Nach ziemlich langer Fahrt hielt die Kutsche vor einem hübschen Hause in einer ruhigen Straße unweit Pentenville. Herr Brownlow ließ für seinen Schützling rasch ein Bett herrichten und sorgte für ihn mit einer Aufmerksamkeit, die keine Grenzen kannte. Oliver blieb jedoch viele Tage für die Wohltaten seiner neuen Freunde unempfindlich. Ein starkes Fieber zehrte an seiner Kraft. Schwach, abgemagert und blass erwachte er endlich wie aus einem langen, wüsten Traume. Er richtete sich mit Mühe in seinem Bette auf und blickte sich ängstlich um. »Wo bin ich? Wer hat mich hergebracht?« murmelte er leise. Der Vorhang vor seinem Bett wurde schnell zurückgezogen und eine mütterliche alte Frau näherte sich ihm. »Steh, Liebling«, sagte die alte Dame sanft, »du musst dich ganz ruhig verhalten, sonst wirst du wieder kränker, leg dich nur brav wieder hin.« »Lieber Gott«, sagte die Frau mit Tränen in den Augen, »wie dankbar der Kleine ist. Was würde wohl seine Mutter fühlen, wenn sie so wie ich an seinem Krankenbette gesessen hätte und ihn jetzt sehen könnte?« »Vielleicht sieht sie mich,« flüsterte Oliver und faltete die Hände. »Vielleicht hat sie bei mir gesessen. Mir ist ganz so, als ob sie hier gewesen wäre.« »Das war das Fieber, Liebling«, sagte die alte Dame sanft. »Wahrscheinlich«, erwiderte Oliver, »denn der Himmel ist weit weg und man ist dort so glücklich, als dass Engel an das Bett eines armen Jungen herunterkommen sollten. Aber wenn meine Mutter wusste, dass ich krank war, so musste sie doch selbst im Himmel mit mir Mitleid haben, denn sie war selber sehr krank, ehe sie starb. Aber vielleicht weiß sie nichts von mir,« fügte Oliver nach kurzem Schweigen hinzu, »denn wenn sie gesehen hätte, wie man mich schlug, so muss sie traurig gewesen sein.« Ach, ihr Gesicht sah immer so lieb und glücklich aus, wenn ich von ihr träumte. Die alte Dame sagte nichts, aber wischte sich gerührt die Augen. Dann streichelte sie ihm die Backen und ermahnte ihn, ganz ruhig zu liegen, damit es nicht wieder schlimmer werde. Oliver verhielt sich daher still und fiel bald in einen sanften Schlaf. Aus diesem wurde er erst durch einen Herrn geweckt, der an seinem Bette stand und seinen Puls fühlte. »Nicht wahr, mein Kind, du fühlst dich bedeutend wohler?« fragte der Herr. »Ja, ich danke,« entgegnete Oliver. »Das wusste ich,« fuhr der Herr fort. Die alte Dame neigte ehrfurchtsvoll den Kopf, womit sie andeuten wollte, dass sie den Doktor für einen sehr klugen Mann hielt. Der Doktor schien so ziemlich dieselbe Meinung von sich zu haben. »Auch nicht durstig, wie?« fragte der Doktor. »Ja, Herr, sehr durstig.« »Genau wie ich's erwartete,« Frau Bedwin, sagte der Doktor. »Es liegt in der Natur der Sache, dass er Durst hat, vollkommen. Sie können ihm etwas Tee geben und eine geröstete Brotschnitte, aber ohne Butter. Halten Sie ihn nicht zu warm, Frau Bedwin, aber passen Sie gut auf, dass er sich nicht erkältet.« Als Oliver die Augen öffnete, war es bereits heller Lichter Tag. Er fühlte sich froh und glücklich. Die Krise war vorüber, er gehörte wieder der Welt an. Nach drei Tagen konnte er schon, allerdings durch Kissen gestützt, in einem Lehnstuhl sitzen. Frau Bedwin hatte ihn in ihr eigenes Zimmer bringen lassen und fing vor Freude, ihn auf dem Weg zur Genesung zu sehen, laut zu weinen an. »Kümmere dich nicht darum, Liebling,« sagte die alte Frau. »Ich muss mich einmal recht ausweinen. Jetzt ist schon alles wieder vorüber und mir ist leichter.« »Sie sind aber auch zu gut zu mir,« sagte Oliver. »Lass gut sein, liebes Kind,« versetzte Frau Bedwin. »Jetzt ist es aber Zeit, dass du deine Fleischsuppe kriegst.« Der Doktor sagte, »Herr Brownlow werde dich vielleicht heute Vormittag besuchen.« Sie machte ihm eine kräftige Suppe zurecht und beobachtete dabei, dass Oliver sein Auge aufmerksam auf ein Porträt geheftet hatte, das seinem Stuhle gegenüber an der Wand hing. »Hast du Bilder gern, Liebling?« fragte sie. »Ich weiß nicht, ich habe noch zu wenig gesehen, aber wie schön und sanft ist das Gesicht der Dame.« »Ach,« sagte Frau Bedwin, »die Maler machen die Damen immer hübscher als sie sind, sonst würden sie keine Kundschaft kriegen.« »Stellt es jemand vor?« »Ja, es ist ein Porträt.« »Von wem?« fragte Oliver lebhaft. »Ja, das kann ich dir nicht sagen. Es scheint dir zu gefallen, Kind. Es ist gar zu schön.« »Aber du fürchtest dich doch nicht davor,« sagte Frau Bedwin, als sie verwundert den ängstlichen Blick bemerkte, mit dem das Kind das Gemälde betrachtete. »Oh nein, nein, nein«, erwiderte Oliver rasch, »aber die Augen blicken so traurig und sind immer auf mich gerichtet, wo ich auch sitzen mag. Mir ist immer so, als sei das Bild lebendig und wolle mit mir sprechen, könne aber nicht.« Jetzt ließ sich ein leises Pochen an der Tür vernehmen. »Herein?« rief Frau Bedwin und ins Zimmer trat Herr Brownlow. »Armer Junge, armer Junge«, sagte er, »wie geht's dir heute?« »Sehr gut, Herr«, entgegnete Oliver, »und ich danke Ihnen auch für die große Güte, mit der Sie sich meiner angenommen haben.« »Du bist ein guter Junge«, sagte Herr Brownlow, mit seinen Tränen kämpfend. »Was haben Sie ihm zu essen gegeben, Frau Bedwin?« »Eine leichte Suppe?« »Er hat eben einen Teller herrlich kräftiger Fleischsuppe bekommen,« sagte Frau Bedwin, etwas empfindlich. »Hm«, meinte Herr Brownlow mit leichtem Achselzucken, »ein paar Gläser Portwein hätten ihm vielleicht besser getan. Wie denkst du darüber, Tom White?« »Ich heiße Oliver, Herr«, entgegnete der kleine Patient etwas verwundert. »Oliver?«, fragte Herr Brownlow. »Oliver?« »Also Oliver White?« »Nein, Twist.« »Oliver Twist.« »Seltsamer Name.« »Warum sagtest du aber dem Richter, du hießest White?« »Das habe ich ihm doch nicht gesagt,« erwiderte Oliver erstaunt. Dies klang wie eine Lüge, sodass der alte Herr ihn strenge ansah. Es war aber unmöglich, die Aussage des Jungen zu bezweifeln, denn auf Olivers Stirn war die Wahrheit geschrieben. »Ein Missverständnis also,« bemerkte Herr Brownlow. Er behielt aber Oliver fest im Auge, da der frühere Gedanke einer Ähnlichkeit zwischen seinen Zügen und irgendeinem bekannten Gesicht sich ihm wieder aufdrängte. »Ich hoffe, Sie sind mir nicht böse,« sagte Oliver mit bittendem Augenaufschlag. »Nein, nein, nein. Aber, großer Gott, was ist das? Frau Bedwin, sehen Sie da!«, schrie der alte Herr. Er deutete hastig auf das Porträt und dann auf Oliver. Die Ähnlichkeit war sprechend. Oliver entging die Ursache von Herrn Brownlow's plötzlichem Ausruf und hatte einen furchtbaren Schrecken gekriegt. Er war ohnmächtig geworden. Nachdem der Garniff und sein trefflicher Freund mit Befriedigung festgestellt hatten, dass die Menge in Oliver den vermeintlichen Dieb sah und für sie nichts mehr zu befürchten war, machten sie sich auf den Heimweg. »Was wird Fagin sagen?«, meinte der Garniff mit ernstem Gesicht. »Na, was wir da sagen?«, erwiderte Karl Bates. »Schließlich, den Kopf kann uns nicht abreißen,« meinte der Garniff. »Das sollte ein Trost sein, aber keine Beruhigung.« Karl Bates fühlte das auch und wurde nachdenklich. Einige Minuten nach diesem kurzen Gespräch weckte das Geräusch von Fußtritten auf der knarrenden Treppe den alten Juden aus seinen Betrachtungen. Er war gerade beim Essen. »Hm, was ist das?«, murmelte er. »Ich höre bloß zwei. Wo mag der Dritte sein? Sie werden ihn doch nicht geschnappt haben. Horch!« Langsam öffnete sich die Tür und der Garniff und Karl Bates traten ins Zimmer. 13. Kapitel Hier werden einige neue Bekanntschaften vorgestellt, außerdem enthält es verschiedene hübsche Sachen, die zu dieser Geschichte gehören. »Wo ist Oliver?«, rief der Jude wütend. »Wo ist der Junge?« Die jugendlichen Diebe waren über die Heftigkeit ihres Lehrmeisters so erschrocken, dass sie nicht sofort antworten konnten. »Was ist aus dem Jungen geworden?«, schrie der Jude und packte den Garniff am Kragen, dabei schreckliche Verwünschungen ausstoßen. »Sprich, oder ich erwürge dich!« »Die Polente hat ihn erwischt.« »Das ist alles«, versetzte der Garniff mürrisch. »Jetzt lassen Sie mich los!« Damit befreite er sich aus den Händen des Juden und ergriff die Bratgabel. Er wollte damit gerade dem Alten zu Leibe gehen, als die Tür aufging und ein stämmiger Kerl mit einem weißen, zottigen Hund eintrat. »Was ist hier los, Feggin?« Der Sprecher war ein Mann von ungefähr 45 Jahren mit einem plumpen, unrasierten Gesicht, in dem zwei düster, blickende Augen saßen. Eins davon schillerte in allen Regenbogenfarben die Folgen eines gut gezielten Faustschlages. »Warum bist du so aufgeregt, alter Gauner, und willst den Jungen verhauen?« Er setzte sich bedächtig. »Es wundert mich nur, dass sie dir nicht den Hals abschneiden. Ich würde es an ihrer Stelle tun.« »Stille, Herr Seix, stille!« versetzte der Jude zitternd, »sprecht nicht so laut!« »Ich pfeife auf deine Anrede mit, Herr,« sagte der Strolch. »Du hast immer einen Schurkenstreich vor, wenn du mit mir so kommst. Du kennst meinen Namen, und ich werde ihm keine Schande machen, wenn meine Zeit gekommen ist.« »Schön, nun denn, Bill Seix,« sagte der Jude kriechend, »hier scheint schlechter Laune zu sein.« »Kann sein,« erwiderte Seix, »bei dir scheint es jedoch auch der Fall zu sein. Aber nimm dich in Acht, Halunke, wenn du schwatzt.« »Seid ihr verrückt?«, rief der Jude, indem er Seix am Ärmel erwischte und auf die Jungen zeigte. Seix begnügte sich pantomimisch unter seinem linken Ohre einen Knoten zu machen und ließ dann den Kopf auf die rechte Schulter sinken. Eine sinnbildliche Darstellung, die der Jude vollkommen zu verstehen schien. Dann verlangte er Schnaps und fügte scherzend hinzu, »dass du mir aber kein Gift hineintust, ja?« Nachdem Seix einige Gläser Schnaps hinuntergestürzt hatte, zog er gnädig die beiden jungen Herren in ein Gespräch. Der Garniff erzählte umständlich und mit aller Hand Ausschmückungen von Olivers Verhaftung. »Ich fürchte, er wird uns verpfeifen, und wir kommen dann in Teufels Küche,« sagte der Jude. »Höchst wahrscheinlich,« antwortete Seix boshaft grinsend. »Du fällst unbedingt rein.« »Doch wenn mir das Handwerk gelegt wird,« fuhr der Jude fort, »die anderen dabei scharf ansehend, kommen auch noch andere in den Schlamassel. Jedenfalls würde es euch schlimmer ergehen als mir.« »Wir müssen rauskriegen, was sich vor dem Richter mit Oliver zugetragen hat.« Der Jude nickte zustimmend. »Wenn er nicht gepfiffen hat und ist verurteilt, brauchen wir nichts zu befürchten, bis er wieder rauskommt. Dann aber müssen wir ein wachsames Auge auf ihn haben und versuchen, ihn in unsere Hände zu bekommen.« Der Jude nickte wieder. Der Plan war gut, aber seiner Ausführung stellte sich ein großes Hindernis entgegen. Die vier Herren hatten einen nicht zu besiegenden Widerwillen dagegen, mit irgendetwas, das Polizei hieß, in Berührung zu kommen. Sie saßen stumm da und sahen sich unsicher an, als die zwei jungen Damen auftauchten, die Oliver bei einer früheren Gelegenheit kennengelernt hatte. »Wie gerufen,« sagte der Jude. »Bett wird hingehen, nicht wahr, meine Liebe?« »Wohin?« fragte die junge Dame. »Nur ein wenig auf die Polizei, Liebling,« sagte der Jude schmeichelnd. »Wir müssen der Dame Gerechtigkeit widerfahren lassen und sagen, dass sie dieses Ansinnen nicht geradezu ablehnte. Sie erklärte bloß mit Nachdruck, der Henker solle sie holen, wenn sie auf die Polizei ginge.« Eine ungemein zarte Ablehnung der Bitte, die beweist, dass das junge Mädchen zu viel Gutmütigkeit besaß, um ihre Mitmenschen durch eine runde und entschiedene Weigerung zu kränken. Der Jude wandte sich nun an Nancy. »Was sagst du dazu, meine Liebe?« »Geben Sie sich keine Mühe, Feggen.« »Ich tue es nicht,« versetzte diese. »Wie soll ich das verstehen,« brauste Sykes auf. »So wie ich es gesagt habe, Bill,« sagte Nancy ruhig. »Du bist gerade die rechte Person dazu,« entgegnete Sykes. »Niemand kennt dich in dieser Gegend. Ist mir auch sehr lieb. Wünsche gar nichts anderes.« »Also, sie wird gehen, Feggen,« sagte Sykes. »Sie wird sich hüten,« entgegnete Nancy. »Doch, sie wird's machen,« »Feggen,« bekräftigte Sykes. Und er hatte Recht. Das Mädchen ließ sich durch Drohungen und Versprechungen endlich bewegen, den Auftrag auszuführen. Aus den Vorräten des Juden wählte sie eine weiße Schürze, die sie umband, und einen Strohhut. In die Hand nahm sie ein Deckelkörbchen. »Ach, mein Bruder, mein armer, lieber, kleiner Bruder,« rief Nancy in Tränen ausbrechend. »Was ist aus ihm geworden? Wo hat man ihn hingebracht? Ach, habt erbarmen, liebe Leute, und sagt mir, was mit dem Kind geschehen ist. Bitte, bitte sagt es mir doch.« Als Nancy diese Worte im kläglichsten Tone hervorgebracht hatte, verbeugte sie sich lächelnd gegen die Zuhörer und verschwand. »Das ist ein Mädel, Jungen,« sagte der Jude. »Da könnt ihr euch ein Beispiel daran nehmen.« »Sie ist eine Ziere ihres Geschlechts,« rief Herr Sykes und hob sein Glas. »Sie lebe hoch!« Nancy schlug indessen den nächsten Weg zur Polizei ein. Dort angekommen, trat sie durch die Hintertür in das Gebäude ein und klopfte leise mit dem Schlüssel an eine der Zellentüren. Dann horchte sie. Da sich nichts in der Zelle rührte, so hustete sie und horchte wieder. Abermals keine Antwort. Nancy wandte sich daher unmittelbar an den Gerichtsdiener und fragte mit den kläglichsten Jammertönen nach ihrem lieben Bruder. »Er ist nicht hier,« sagte der alte Gerichtsdiener. »Mein Gott, wo ist er denn?«, meinte Nancy ratlos. »Nun, der Herr hat ihn mitgenommen.« »Was für ein Herr,« um Himmels Willen, rief Nancy. Der Gerichtsdiener erzählte ihr den ganzen Vorgang und schloss damit, dass der alte Herr unweit pendend will, wohne. Nancy eilte auf schnellstem Wege zum Juden zurück. Sie hatte sich kaum ihres Berichtes entledigt, als Herr Bill Sykes schnell seinen Hund rief, den Hut auf den Kopf stülpte und sich schleunigst ohne Gruß entfernte. »Wir müssen Oliver finden,« sagte der Jude in großer Aufregung. »Nennt sie mein Liebling. Ich muss ihn wiederhaben. Auf sie und den Ganef kann ich mich am besten verlassen. Hier habt ihr Geld.« Mit diesen Worten schob er sie aus dem Zimmer und nachdem er hinter ihnen die Tür doppelt verschlossen und verriegelt hatte, holte er das Kästchen aus seinem Versteck hervor und verbarg in aller Eile Uhren und Juwelen unter seinen Kleidern. 14. Kapitel Umfasst weitere Einzelheiten über Olivers Aufenthalt bei Herrn Brownlow nebst der merkwürdigen Prophezeiung, die ein gewisser Herr Grimwig über ihn aussprach, als man Oliver mit einem Auftrage ausschickte. Oliver erholte sich bald wieder von der Ohnmacht. Als er am nächsten Tag in das Zimmer der Haushälterin hinuntergebracht wurde, suchten seine Blicke sofort das Bildnis der schönen Dame. Das Gemälde war aber entfernt worden. Oh, warum hat man es weggenommen, versetzte Oliver mit einem Seufzer. »Weil Herr Brownlow sagte, dass es dich zu beängstigen scheine und daher deiner Wiederherstellung hinderlich sein könnte, entgegnete die alte Dame. Ach nein, es beängstigte mich gar nicht,« sprach Oliver, »ich mochte es gerne ansehen.« »Nun, nun, liebes Kind, mach nur, dass du bald wieder gesund wirst,« sagte die gute Frau. »Man wird es dann wieder aufhängen, das verspreche ich dir. Doch jetzt wollen wir von etwas anderem sprechen.« Oliver hörte aufmerksam zu, als ihm Frau Bedwin von ihrem verstorbenen Manne und ihren wohlerzogenen Kindern erzählte. Sie plauderte munter darauf los, bis die Zeit zum Teetrinken herankam. Nachdem dieser eingenommen war, unterrichtete sie Oliver in Kartenspielen, was er ebenso schnell auffasste, wie sie zu lehren imstande war. Dann vertieften sie sich angelegentlich in diese Beschäftigung, bis es für den Patienten Zeit war, ins Bett zu gehen. Die Tage der Genesung waren für Oliver Tage des Glückes. Jedermann war so lieb und gütig zu ihm, dass er im Himmel zu sein glaubte. Er hatte kaum wieder so viel Kräfte erlangt, um sich ankleiden zu können, als ihm Brownlow einen neuen Anzug anfertigen ließ. Da man Oliver sagte, er könne mit den alten Kleidern anfangen, was er wolle, so schenkte er sie einem Dienstmädchen, das sehr gut zu ihm gewesen war. Er riet ihr, die Lumpen an einen Juden zu verkaufen und dadurch zu etwas Geld zu kommen. Eines Abends, als Oliver plaudernd bei Frau Bedwin saß, ließ Herr Brownlow sagen, dass er Oliver auf seinem Studierzimmer sprechen möchte. Das ist ein ansehnlicher Haufen Bücher, nicht wahr, mein Junge? fragte Herr Brownlow, als er die neugierige Warte, mit der Oliver die vom Boden bis zur Decke reichenden Bücherschränke betrachtete. Ach ja, ich habe noch nie so viele gesehen. Wenn du immer hübschartig bleibst, so sollst du sie auch lesen. Das wird dir besser gefallen, als das bloße Anschauen des Einbandes. Das heißt nicht immer, es gibt nämlich auch Bücher, an denen die Außenseite das Beste ist. Das sind gewiss die Schweren da, erwiderte Oliver, indem er auf einige dicke Quartanten mit reicher Vergoldung des Einbandes deutete. Nicht immer, sagte der alte Herr lächelnd. Möchtest du wohl gern ein Gelehrter werden und Bücher schreiben, wie? Ich würde es vorziehen, sie lieber zu lesen. Wie? Du willst kein Bücherschreiber werden? Oliver sann eine Weile nach, dann sagte er, es dünkte ihn weit besser, Buchhändler zu sein. Der alte Herr lachte herzlich und bemerkte, er hätte etwas sehr Gescheites gesagt. Oliver freute sich darüber, obgleich er nicht wusste, was das Gescheite war. Nun, sagte der alte Herr wieder ernst, hab keine Angst, wir wollen keinen Schriftsteller aus dir machen, solange es noch ein ehrliches Handwerk oder Gewerbe zu erlernen gibt. Ich danke Ihnen, entgegnete Oliver, und der alte Herr lachte von Neuem, und zwar über den Ernst, mit dem unser Held diese Antwort vorbrachte. Nun, mein Sohn, fuhr Herr Brownlow in einem ernsteren Tone fort, du musst jetzt gut aufpassen, was ich dir zu sagen habe. Ich will ohne Rückhalt mit dir reden, denn ich glaube, du wirst mich so gut verstehen können wie manche ältere Person. Ach, sagen Sie nur nicht, dass Sie mich fortschicken wollen. Weisen Sie mir bitte nicht die Tür, dass ich wieder auf den Straßen herumwandern muss. Lassen Sie mich hierbleiben und ihnen dienen, erbarmen Sie sich über einen armen Jungen, bitte. Mein liebes Kind, sagte der alte Herr gerührt, hab keine Furcht. Ich werde dich nicht fortjagen, wenn du mir keinen Anlass dazu gibst. Nie werde ich das, niemals. Du sagst, du wärst eine Weise und ohne Verwandte in der Welt. Erkundigungen, die ich angestellt habe, bestätigen deine Angaben. Erzähle mir jetzt deine Geschichte, woher du kommst, wer dich erzogen hat und wie du in die Gesellschaft geraten bist, in der ich dich vorgefunden habe. Sprich aber die Wahrheit. Wenn ich sehe, dass du kein Verbrechen begangen hast, wirst du an mir Zeitlebens einen Freund und Beschützer haben. Als Oliver gerade anfangen wollte zu erzählen, kündigte das Dienstmädchen den Besuch des Herrn Grimwig an. Kommt er herauf? fragte Herr Brownlow das Mädchen. Ja, versetzte das Mädchen. Er fragte, ob es Keks im Haus gäbe und als ich bejahte, sagte er, er wolle hier Tee trinken. Herr Brownlow lächelte und bemerkte zu Oliver, dass Grimwig ein alter Freund von ihm wäre, ein ungeschliffener Diamant. Soll ich mich entfernen? fragte Oliver. Nein, nein, du kannst hier bleiben. In diesem Augenblick trat, auf einen starken Stock gestützt, ein starker alter Herr ins Zimmer. Er war auf einem Bein etwas gelähmt und humpelte. Im ausgestreckten Arm hielt er seinem Freunde ein Stückchen Orangenschale entgegen und rief polternd, da, sehen Sie das? Ist es nicht zum Wahnsinnigwerden, dass ich in keines Menschenhause vorsprechen kann, ohne sowas auf der Treppe zu finden? Durch eine Orangenschale bin ich lahm geworden und eine Orangenschale wird noch einmal mein Tod sein. Ich will meinen eigenen Kopf aufessen, wenn mich nicht eine Orangenschale noch unter die Erde bringt. Hallo, was ist das? Fügte er mit einem Blick auf Oliver hinzu und trat einige Schritte zurück. Der junge Oliver Twist, von dem wir bereits gesprochen haben, versetzte Herr Brownlow. Oliver verbeugte sich. Nun, wie geht es dir? fragte Herr Grimwig. Ich danke viel besser, antwortete Oliver. Herr Brownlow schien zu befürchten, dass ein absonderlicher Freund irgendetwas Unangenehmes auf der Zunge hätte. Er trug daher Oliver auf, Frau Bedwin zu bestellen, dass sie den Tee bereithalten solle. Und wann gedenken Sie sich, den ausführlichen und wahrhaftigen Bericht von Oliver Twists Leben und Taten erstatten zu lassen? fragte Grimwig, nachdem der Tee getrunken war. Er streifte dabei Oliver mit einem Blick. Morgen früh, entgegnete Herr Brownlow. Ich möchte dann allein mit ihm sein. Komm morgen um 10 Uhr zu mir herauf, mein Kind. Ja, Herr Brownlow, sagte Oliver mit einigen Zögern. Er war etwas verwirrt, da ein Grimwig scharf ansah. Ich will Ihnen etwas sagen, flüsterte Grimwig Brownlow zu. Er wird morgen früh nicht zu Ihnen heraufkommen. Haben Sie nicht bemerkt, wie er zögerte? Er betrügt Sie, lieber Freund. Ich möchte darauf schwören, dass dies nicht der Fall ist, erwiderte Herr Brownlow mit Wärme. Wenn es nicht so ist, wie ich sagte, so will ich meinen Kopf. Damit stieß Grimwig seinen Stock heftig auf die Erde. Ich setze mein Leben auf die Wahrhaftigkeit des Jungen, sagte Herr Brownlow und schlug mit der Hand auf den Tisch. Und ich meinen Kopf auf seine Tücke, schrie Herr Grimwig. Nun, wir werden ja sehen, sagte Herr Brownlow, seinen Unmut bezwingend. Allerdings werden wir es sehen, sagte Grimwig mit einem herausfordernden Lächeln. Das Schicksal wollte es, dass in diesem Augenblick Frau Bedwin mit einigen Büchern hereintrat, die Brownlow am Vormittag bei demselben Buchhändler gekauft hatte, der schon einmal in unserer Geschichte eine Rolle spielte. Sie legte sie auf den Tisch und wollte das Zimmer wieder verlassen, als Brownlow sagte, lassen Sie den Boten einen Augenblick warten, er muss noch etwas mitnehmen. Er ist bereits fort, versetzte Frau Bedwin. Rufen Sie ihm nach, die Sache ist wichtig, die Bücher sind noch nicht bezahlt, und der Mann braucht sein Geld. Auch will ich ihm einige mir zur Ansicht gesandten Bücher zurückgeben. Man lief dem Boten nach, dieser war aber nirgends mehr zu sehen. Schicken Sie doch Oliver damit hin, sagte Grimwig mit ironischem Lächeln. Sie wissen, er wird sie sicher abliefern. Ja, lassen Sie sie mich hintragen, sagte Oliver. Ich renne schnell hin. Der alte Herr wollte gerade erklären, dass Oliver auf keinen Fall gehen sollte, als ein boshaftes Husten Grimwigs ihn bestimmte, den Jungen doch zu schicken. Sein Freund sollte die Ungerechtigkeit seines Argwohnes einsehen lernen. Du kannst gehen, Oliver. Die Bücher liegen auf dem Stuhle neben meinem Tisch. Bring sie her. Oliver war froh, sich nützlich machen zu können. Die Bücher unterm Arm und die Mütze in der Hand erwartete er den Auftrag. Sage also dem Buchhändler, sprach Brownlow und sah dabei Grimwig scharf an, du brechtest die Bücher wieder zurück und wolltest die vier Pfund und zehn Schillinge, die ich ihm schuldig bin, bezahlen. Hier ist eine Fünf-Pfund-Note, er wird dir zehn Schillinge herausgeben. In zehn Minuten bin ich wieder zurück, sagte Oliver lebhaft, verbeugte sich und verließ das Zimmer. Frau Bedwin folgte ihm zur Haustür und bezeichnete ihm den Weg zum Buchhändler. Gott sei mit dir, murmelte sie, als sie ihm nachblickte. Es tut mir leid, dass ich ihn aus den Augen lassen soll. In diesem Augenblick sah sich Oliver um und winkte ihr zu, ehe er um die Ecke bog. Frau Bedwin erwiderte seinen Gruß und ging dann nach ihrem Zimmer zurück. Nun wollen wir sehen. In spätestens 20 Minuten wird er wieder zurück sein, sagte Herr Brownlow und zog seine Uhr aus der Tasche, die er auf den Tisch legte. Inzwischen wird es dunkel geworden sein. Sie glauben also wirklich, dass er wiederkommt, fragte Grimwig ironisch. Sie nicht? fragte Brownlow lächelnd zurück. Nein, sagte er, indem er mit der Faust auf den Tisch schlug. Der Junge hat einen neuen Anzug auf dem Leibe, einen Packen wertvoller Bücher unter dem Arme und eine Fünf-Pfund-Note in der Tasche. Er wird wieder zu seinen alten Freunden den Langfingern gehen und sie auslachen. Wenn der Junge je wieder hierher zurückkehrt, will ich meinen Kopf aufessen. Mit diesen Worten rückte er seinen Stuhl näher an den Tisch und so saßen die beiden Freunde die Uhr vor sich in schweigender Erwartung da. Es wurde so dunkel, dass man die Zahlen der Uhr nicht mehr kennen konnte, aber die beiden alten Herren saßen immer noch schweigend da und warteten. Fünfzehntes Kapitel zeigt, wie lieb der alte Jude und Fräule Nancy Oliver Twist hatten. Inzwischen eilte Oliver Twist dem Bücherladen zu und dachte darüber nach, wie glücklich und zufrieden er jetzt sei. Aus diesen Träumereien wurde er durch den Ruf geschreckt, oh, mein lieber Bruder, und fühlte gleichzeitig seinen Hals von einem Paar weiblichen Armen umschlungen. Lassen Sie mich los, rief Oliver sich während, was wollen Sie denn von mir, warum halten Sie mich auf? Die einzige Antwort hierauf war seitens des Mädchens, Gott sei Dank, ich habe ihn gefunden, oh Oliver, böser Junge, wie viel Kummer hast du mir bereitet, komm nach Hause, Liebling, komm, ich bin ja so froh, dich gefunden zu haben. Das junge Mädchen brach in Tränen aus und bekam so schreckliche Krämpfe, dass ein paar dabei stehende Weiber einen vorübergehenden schlechter Lehrling fragten, ob er es nicht für richtig erhielte, zum Arzt zu laufen. Der Lehrling, wenn auch nicht gerade gefühllos, schien aber ein ziemlich träger Bursche zu sein, denn er erwiderte, seiner Ansicht nach wäre das nicht nötig. Mir ist schon wieder besser, sagte das Mädchen und nahm Oliver bei der Hand, aber nun komm schnell mit mir nach Hause, du böser, böser Junge, du. Was ist denn los? fragte eine der Frauen. Ach, er ist vor ungefähr vier Wochen seinen Eltern, Arbeitssamen und achtbaren Leuten entlaufen und hat sich einer Diebesbande angeschlossen. Der armen Mutter ist darüber fast das Herz gebrochen. Geh nach Hause, Bösewicht, schrien die Weiber, so ein verdammter Bengel. Das ist nicht wahr, rief Oliver in großer Angst. Ich kenne sie gar nicht. Ich habe weder Schwester noch Vater noch Mutter. Ich bin eine Weise und wohne zu pendeln will. Lieber Gott, wie frech ist das schon geworden, schluchzte das junge Mädchen. Ach, Nancy, schrie Oliver, entsetzt zurückfahrend, als er ihr ins Gesicht sah. Ihr seht, er kennt mich, sagte Nancy zu den Umherstehenden. Er kann es nicht leugnen, helft mir gute Leute, ihn nach Hause zu bringen, sonst sterben seine armen Eltern noch vor Kummer und Sorge und mir bricht er das Herz. Donnerwetter, was ist los, rief ein Mann, der seiner Kneipe stürzte. Ach, der junge Oliver, komm nach Hause zu deiner armen Mutter, du Galgenstrick, sofort gehst du mit. Ich gehöre nicht zu ihnen, ich kenne sie nicht. Hilfe, Hilfe, brüllte Oliver und wehrte sich verzweifelt gegen den festen Griff des Mannes. Hilfe, wiederholte der Mann, ich will dir gleich helfen, Lümmel. Was sind denn das für Bücher, wahrscheinlich gestohlen, gib einmal her. Mit diesen Worten entriss er ihm die Bände und gab ihm einen heftigen Schlag auf den Kopf. So ist's recht, der einzige Weg, ihn wieder zur Vernunft zu bringen, riefen die Zuschauer. Er kann noch mehr haben, sagte Sykes, indem er Oliver einen zweiten Schlag versetzte und dann beim Kragen packte. Marsch, du taugenichts und nimm dich vor meinem Hund in Acht. Noch schwach von der eben erst überstandenen Krankheit, betäubt durch die Schläge und das Plötzliche des Angriffs, was konnte da wohl ein armes Kind machen. Es war dunkel geworden, nirgends Hilfe, so war jeder Widerstand fruchtlos. Oliver wurde in aller Eile durch ein Labyrinth enger, finsterer Höfe geschleppt und zu so schnellen Schritten gezwungen, dass die wenigen Hilferufe ungehört verhalten. Die Gaslampen wurden angezündet. Frau Bedwin wartete besorgt an der offenen Haustür und das Dienstmädchen war wohl zwanzigmal die Straße hinabgelaufen, ohne eine Spur von Oliver zu entdecken. Die beiden alten Herren saßen beharrlich im dunklen Zimmer, zwischen sich die Uhr auf dem Tische und warteten. Sechzehntes Kapitel erzählt von Olivers Schicksalen nach seiner Begegnung mit Nancy. Die engen Straßen und Gassen endeten an einem großen Platz, der als Viehmarkt benutzt wurde. Seichs ging jetzt langsamer, da das Mädchen ganz außer Luft und Atem war. Er herrschte Oliver mit rauer Stimme an, Nancy's Hand zu fassen. Hast du gehört? brüllte Seichs, als Oliver zögerte und sich umblickte. Sie befanden sich in einem dunklen, abgelegenen Teil der Stadt und Oliver erkannte, dass jeder Widerstand vergeblich sein würde. Er streckte daher seine Hand aus, die Nancy sofort mit der ihrigen erfasste. Gib mir die andere, sagte Seichs und packte ihn bei der noch freien Hand. Sie kamen jetzt zum Smithfield-Markt. Die Nacht war finster und nebelig. Es schlug acht. Acht Uhr, Bill, sagte Nancy, als die Uhr ausgeschlagen hatte. Das brauchst du mir nicht zu erzählen, ich hab ja Ohren, erwiderte Seichs. Vor einem anscheinend unbewohnten Laden machten sie Halt. Gott sei Dank, sagte Seichs und sah sich vorsichtig um. Nancy bückte sich und Oliver hörte eine Klingel. Sie gingen nun auf die andere Seite der Straße und stellten sich für einen Augenblick unter eine Laterne. Jetzt wurde geräuschlos die Haustür geöffnet und Seichs packte Oliver ohne weitere Umstände am Kragen. In einer Sekunde befanden sich alle drei im Inneren des Hauses. Sie warteten in dem dunklen Hausflur, bis die Person, die sie eingelassen, die Tür wieder verschlossen und verriegelt hatte. Ist hier jemand? fragte Seichs. Nein, antwortete eine Stimme, die Oliver schon früher gehört zu haben glaubte. Ist der Alte da? fuhr der Spitzbube fort. Ja, entgegnete die Stimme. Er geht aber mächtig sparsam mit seinen Worten um. Glaube nicht, dass er sehr erfreut ist, sie zu sehen. Sicher nicht. Einen Augenblick werde sofort Licht bringen, erwiderte eine Stimme. Nach einer Minute zeigte sich die Gestalt des Herrn John Dawkins, sonst auch der Ganef geheißen, in der rechten Hand eine brennende Kerze haltend. Der junge Herr gab Oliver kein anderes Zeichen des Wiedererkennens als ein höhnisches Grinsen. Dann winkte er den Dreien ihm zu folgen. Sie kamen durch eine leere Küche und als sie die Tür eines niedrigen, dumpfen Gemaches öffneten, wurden sie mit einem schallenden Gelächter empfangen. Wer kommt denn da? brüllte Karl Beetz, indem er sich vor Lachen die Seiten hielt. Das ist er ja. Schauen Sie sich ihn an, Feggin. Sehen Sie ihn sich bloß einmal an. Das ist ein Hauptspaß. Ich kann nicht mehr. Ich sterbe vor Lachen. Der Ganef, ernster veranlagt und beim Geschäft keinen Spaß kennend, durchsuchte inzwischen eifrig Olivers Taschen. Ein vornehmer Herr, sagte Beetz, sehen Sie sich nur seine Klamotten an das feinste Tuch und der modernste Schnittfeggin und dann noch seine Bücher. Entzückt Sie so wohl zu sehen, mein Herr, begann der Jude, indem er sich mit ironischer Höflichkeit vor Oliver verbeugte. Der Ganef wird Ihnen einen neuen Anzug geben, damit Sie sich nicht Ihren Sonntagsstart gleich verderben. Warum haben Sie uns nicht geschrieben, dass Sie kommen würden? Wir hätten Ihnen dann etwas Warmes zum Essen aufgehoben. Hallo, was ist das? fragte Sykes vortretend, als der Jude die Banknote ergriff. Das ist mein Feggin. Nein, mein, sagte der Jude. Mein ist es. Ihr könnt die Bücher haben. Wenn ich, das heißt, wenn ich und Nancy nicht die Fünf-Pfund-Note kriegen, sagte Sykes ganz energisch und setzte sich seinen Hut auf, so nehme ich den Jungen wieder mit. Der Jude und Oliver fuhren zusammen, aber aus ganz verschiedenen Gründen, hoffte doch Letzterer, der Streit möchte damit endigen, dass er wieder zurückgebracht würde. Schnell, rück, raus! Was, du willst es nicht hergeben? schrie Sykes. Es ist ungerecht, Sykes, nicht wahr, Nancy? Es ist ungerecht, versetzte Feggin. Gerecht oder ungerecht? Gib her! Damit riss Sykes dem Juden die Banknote aus den Fingern. Er faltete sie zusammen und knüpfte sie in seine Halsbinde. Sie gehören dem alten Herrn, sagte Oliver händeringend, dem guten alten Herrn, der mich in sein Haus nahm und mich pflegte, als ich todkrank da niederlag. Ach, bitte, schicken Sie es ihm zurück, schicken Sie ihm Geld und Bücher zurück. Behalten Sie mich mein Leben lang hier, aber geben Sie ihm sein Eigentum wieder. Er wird sonst glauben, ich hätte ihn bestohlen. Die alte Dame und alle anderen, die so gut zu mir waren, werden denken, ich sei ein Dieb. Ach, haben Sie Mitleid mit mir und senden Sie Bücher und Geld zurück. Mit diesen Worten fiel Oliver vor dem Juden auf die Knie und rang verzweiflungsvoll die Hände. Der Junge hat recht, sprach Feggin, sich im Kreise umsehend. Man wird dich allerdings für den Dieb halten, Oliver, kicherte der Jude. Einen besseren Zeitpunkt hätten wir gar nicht wählen können. Stimmt, sagte Sykes. Ich wusste das, als ich ihn mit den Büchern herankommen sah. Jetzt ist alles in schönster Ordnung. Oliver hatte wie ein Unzurechnungsfähiger während dieses Gespräches von dem einen Sprecher auf den anderen gesehen. Er war sich nicht im Geringsten darüber klar, was um ihn vorging. Plötzlich stürzte er aus dem Zimmer und rief laut und flehendlich um Hilfe. Das ganze Haus hallte von seinem Geschrei wieder. Halt den Hund zurück, Bill, kreischte Nancy und schloss die Tür, durch die der Jude mit seinen beiden Zöglingen eben Oliver nachgeeilt war. Halt den Hund zurück, er wird sonst den Jungen in Stücke reißen. Geschieht ihm recht, brüllte Sykes und suchte sich den Händen des Mädchens zu entwinden. Lass mich los oder ich schmeiß dich an die Wand. Mir gleich, schrie Nancy in heftigem Ringen mit dem Manne, das Kind soll nicht vom Hund zerrissen werden, da musst du mich erst kalt machen. Das kann dir leicht passieren, wenn du mich nicht loslässt, knirschte Sykes und schleuderte das Mädchen in eine Ecke des Zimmers. In diesem Augenblick kam der Jude mit seinen beiden Zöglingen zurück, die Oliver nachzerrten. Was ist denn hier los? fragte der Jude sich umblickend. Das Weib ist verrückt geworden, glaub ich, erwiderte Sykes wütend. Durchaus nicht, rief Nancy blass und atemlos von dem Kampf. Glauben Sie das ja nicht, Fagin? Dann halte den Mund, schrie der Jude drohend. Hab ich nicht nötig, kreischte Nancy. Was sagst du nun? Fagin schien es im gegenwärtigen Augenblick nicht geraten, sich in einen weiteren Wortwechsel mit ihr einzulassen. Er wandte sich deshalb an Oliver und fuhr ihn an. Du wolltest also fortlaufen, mein Lieber. Dabei nahm er einen Knotenstock, der am Kamin lag, in die Hand. Wolltest um Hilfe rufen? Zur Polizei gehen? Das wollen wir dir austreiben. Hier packte er den Jungen und schlug ihn mit dem Stock über den Rücken. Als er zum zweiten Mal er ausholen wollte, eilte Nancy herbei und entwand den Stock aus seinen Händen. Sie schleuderte ihn in den Kamin, dass die Funken nur so im Zimmer herumflogen. Ich dulde es nicht, schrie sie und stampfte mit dem Fuß zornig auf den Boden. Ihr habt den Jungen, was wollt ihr mehr? Lasst ihn zufrieden oder ich tue euch was an, selbst wenn es mich vor der Zeit an den Galden bringen sollte. Ach, Nancy, sagte der Jude beschwichtigend nach einer Pause, während der er und Seig sich verblüfft angeschaut hatten. Sie spielen heute Abend ihre Rolle besser als je. Wirklich? versetzte das Mädchen. Nehmt euch in Acht, dass ich euch nicht tatsächlich einmal etwas vorspiele. Das wäre schlimm für euch. Ich sage euch das rechtzeitig, damit ihr versteht. Was soll das heißen? tobte Seigs und stieß eine Flut von Verwünschungen gegen sie aus. Der Teufel soll dich holen. Du hast wohl vergessen, wer du bist und was du bist. Oh nein, ich weiß das ganz genau, versetzte das Mädchen mit hysterischem Lachen. Na dann sei ruhig, sagte Seigs, oder ich mach dich für eine lange Zeit still. Das Mädchen lachte wieder und warf einen flüchtigen Blick auf ihn. Dann drehte sie sich um und biss sich auf die Lippen, dass sie bluteten. Du bist mir gerade die Rechte, die Menschenfreundin rauszubeißen, fuhr Seigs im verächtlichen Tone fort. Eine nette Freundin für das Kind, wie du den Jungen nennst. Der Allmächtige ist mein Zeuge, dass ich es bin, rief Nancy leidenschaftlich. Lieber lege ich Tod auf der Straße oder sehe sie im Gefängnis, als dass ich mich dazu hergegeben hätte, ihn in eure Hände zu bringen. Er ist von diesem Augenblick an ein Dieb, ein Lügner, ein Teufel, kurz alles, was man sich nur Schlimmes denkt. Ist das nicht für den alten Halunken genug? Muss er ihn auch noch verprügeln? Sehen Sie Seigs, sagte der Jude in einem belehrenden Tone, wir müssen höflich sein und freundliche Worte gebrauchen. Immer höflich, Bill. Höfliche Worte, schrie das Mädchen, das in seiner Wut schrecklich anzusehen war. Freundliche Worte, du Schurke, du verdienst sie auch von mir. Ich stahl für dich, als ich noch ein Kind war, nicht halb so alt wie dieses, und treibe nun seit zwölf Jahren dasselbe Gewerbe. Weißt du das nicht? Sprich! Nun, sagte der Jude begütigend, wenn du es tatest, so hattest du doch dein Brot davon. Das stimmt, sprudelte das Mädchen mit steigender Heftigkeit heraus. Ihre Worte überstürzten sich förmlich. Es ist mein Brot, und die kalten, nassen, schmutzigen Straßen sind mein Heim, und du bist der Lump, der mich heraustrieb, und der mich Tag und Nacht hinaustreiben wird, bis ich verrecke. Nun hör aber auf, fiel der Jude gereizt ein, sonst passiert dir was, das dir recht unangenehm sein könnte. Das Mädchen sagte nichts mehr, aber zerraufte sich wie eine Verrückte das Haar und zerriss sich das Kleid. Dann stürzte sie wütend auf den Juden los. Im rechten Augenblick packte Zeig sie jedoch am Handgelenk, sonst hätte sie ohne Zweifel sehr deutliche Zeichen ihrer Rache in das Judengesicht zurückgelassen. Nachdem sie vergeblich versuchte, sich von Zeigs Griff zu befreien, fiel sie plötzlich in Ohnmacht. Nun ist alles wieder in Ordnung, meinte Zeigs, und trug sie in eine Ecke des Zimmers. Sie hat eine Riesenkraft, wenn sie in Wut ist. Der Jude wischte sich die Stirn und lächelte. Mit Weibern zu tun zu haben, ist schlimm, aber sie sind schlau, und ohne sie geht's in unserem Geschäft nicht. Karl, bring Oliver zu Bett. Nicht wahr, Fagin? Er soll morgen seinen Sonntagsstart nicht tragen, der Jude verneinte. Oliver wurde nun in das anstoßende Gemach geführt, wo ein Bett aus alten Säcken in der Ecke stand. Karl brachte lachend denselben alten Anzug zum Vorschein, den Oliver in Brownlows Hause dem Dienstmädchen geschenkt hatte. Fagin hatte die Lumpen von einem Juden gekauft und dadurch die erste Spur von unseres Heldenaufenthalt erhalten. Sieh deinen Sonntagsanzug aus, sagte Karl. Ich will ihn Fagin zum Aufheben geben. Das wäre dein Hauptspaß. Widerwillig gehorchte Oliver und wurde dann von Karl im Finstern gelassen, der hinausging und die Tür hinter sich abschloss. Karls Lachen und die Stimme Betsys, die gekommen war, um ihrer Freundin beizustehen, hätten ihn unter glücklicheren Umständen wach erhalten. Er war jedoch krank und müde und verfiel deshalb in einen tiefen Schlaf. Siebzehntes Kapitel Olivers Schicksal bleibt dauernd ungünstig. Ein großer Mann kommt nach London, um seinem Rufe zu schaden. Herr Bumble trat eines Morgens früh aus dem Armenhause und ging würdevoll die Straße hinunter. An dem Landhaus machte er schließlich Halt, wo Frau Mann die armen Kinder nach den Grundsätzen der Armenbehörde betreute. Was mag dieser verwünschte Gemeindediener schon wieder in aller Herrgottsfrühe wollen, sagte Frau Mann, als sie sein bekanntes, ungeduldiges Glopfen an der Gartentür vernahm. Ah, sieh da, Herr Bumble, freut mich, Sie zu sehen. Bitte treten Sie näher. Frau Mann, sagte Herr Bumble, indem er sich würdevoll setzte. Frau Mann, ich wünsche Ihnen einen guten Morgen. Danke gleichfalls, Herr Bumble. versetzte Frau Mann liebenswürdig lächelnd. Es geht Ihnen hoffentlich gut. So, so, Frau Mann, erwiderte Herr Bumble, man ist nicht auf Rosen gebettet. Ach, das ist nur zu wahr. Hätten die armen Kinder das hören können, sie hätten alle ausnahmslos Frau Mann beigepflichtet. Ich gehe nach London, Frau Mann, fuhr Bumble fort. Ach, wirklich? Ja, und zwar in der Postkutsche, ich und zwei Arme. Es handelt sich um die Feststellung ihrer Heimatszuständigkeit. Die Armenhausbehörde hat mich mit ihrer Vertretung betraut. Es wird sich dann herausstellen, fuhr Herr Bumble fort und richtete sich stolz auf, ob die Herren vom Gericht im Klarkenwell sich nicht in mir gewaltig verrechnet haben. So leicht werden sie mit mir nicht fertig. Hier ist das Kostgeld für den Monat. Er holte eine kleine Rolle Silbergeld aus seiner Tasche hervor und bat um Quittung, die Frau Mann auch sofort ausschrieb. Dann fragte Bumble nach dem Wohlergehen der Kinder. Gott segne die lieben kleinen Herzblättchen. Sie sind alle so gesund, als es die Umstände erlauben, bis auf die zwei, die in der letzten Woche starben. Herr Bumble verabschiedete sich nun nach einer Weile und ging heim. Am nächsten Morgen um sechs Uhr nahm er mit den beiden Armen seinen Sitz auf der Außenseite der Kutsche ein und langte fahrplanmäßig in London an. Nachdem Herr Bumble seine Schützlinge, die halb erfroren waren, für die Nacht untergebracht hatte, ließ er sich in dem Gasthause, wo die Kutsche hielt, ein bescheidenes Essen, bestehend aus Beefsteak, Austernsoße und Porter bringen und studierte dann die Zeitung. Das erste, was Herrn Bumble ins Auge fiel, war folgende Ankündigung. Fünf Guiness Belohnung. Letzten Donnerstagabend ist ein Knabe namens Oliver Twist aus seiner Wohnung in Pentenville verschwunden und hat nichts mehr von sich hören lassen. Die Möglichkeit besteht, dass er entführt wurde. Obige Belohnung soll derjenige erhalten, der über den Verbleib des besagten Oliver Twist Angaben machen kann oder der sonst etwas von seiner Herkunft weiß, da der Inserent sich auch für diese lebhaft interessiert. Der Anzeige war eine genaue Beschreibung von Oliver nebst Herrn Brownlows Adresse beigegeben. Herr Bumble machte große Augen und las die Anzeige dreimal durch. Doch ehe fünf Minuten vergingen, war er auf dem Weg nach Pentenville. Ist Herr Brownlow zu Hause? fragte Bumble das Mädchen, welches die Tür öffnete. Ich weiß nicht, was wünschen Sie? Herr Bumble hatte kaum den Namen Oliver Twist genannt, als Frau Bedwin, die an der Tür gehorcht hatte, hastig in den Hausflur eilte. Kommen Sie herein, sagte die alte Frau. Ich wusste ja, dass wir von ihm hören würden. Der arme Junge, Gott segne ihn. Das Mädchen war inzwischen die Treppe hinaufgegangen und kehrte jetzt mit der Bitte zurück, dass Herr Bumble ihr folgen möchte. Er wurde in das kleine Studierzimmer geführt, wo Herr Brownlow und sein Freund Grimwig sich bei einer Flasche Wein gütlich taten. Sie kommen auf meine Anzeige, fragte Brownlow. Jawohl. Sie sind Gemeindediener? Jawohl. Wissen Sie, wo der arme Junge sich befindet? So wenig wie irgendein anderer, versetzte Bumble. Nun, was wissen Sie von ihm? fragte der alte Herr. Sprechen Sie, lieber Freund, wenn Sie etwas zu sagen haben. Was wissen Sie von ihm? Wahrscheinlich nichts Gutes, bemerkte Herr Grimwig beißend, nachdem er Herrn Bumbles Gesichtszüge aufmerksam betrachtet hatte. Dieser schüttelte feierlich den Kopf. Sehen Sie, sagte Grimwig triumphierend. Herr Brownlow ersuchte Bumble nun, ihm in kurzen Worten mitzuteilen, was er von Oliver wüsste. Es würde ermüdend sein, die Erzählung mit den Worten des Gemeindedieners wiederzugeben, da sie volle zwanzig Minuten dauerte. Ihr Inhalt war kurz der, Oliver sei ein Findling, das Kind gemeiner und lasterhafter Eltern, tückisch, undankbar und boshaft. Er habe auf einen harmlosen Jungen einen bluddürstigen und hinterlistigen Angriff gemacht und sei dann bei Nacht und Nebel aus dem Hause seines Lehrherrn entlaufen. Zum Beweise, dass er wirklich der Mann sei, als den er sich vorstellte, legte Herr Bumble seine Papiere vor. Ich fürchte, es ist alles nur zu wahr, sagte der alte Herr, nachdem er die Papiere flüchtig durchgesehen hatte. Nehmen Sie das Geld, es ist nicht viel für die Wichtigkeit Ihrer Mitteilungen. Ich hätte gerne das Dreifache gegeben, wenn sie für den Jungen günstiger gelautet hätten. Hätte Herr Bumble das früher gewusst, so würde er wahrscheinlich seine Erzählung eine ganz andere Färbung gegeben haben. Kopfschüttelnd steckte er die fünf Guinness ein und entfernte sich. Herr Brownlow war so niedergeschlagen, dass selbst Herr Grimwig es für richtig hielt, seine bissigen Bemerkungen einzustellen. Der alte Herr zog heftig an der Klingel. Frau Bedwin, sagte Herr Brownlow, nachdem die Haushälterin eingetreten war, der Junge ist ein Betrüger. Unmöglich, versetzte die alte Frau mit Nachdruck, rein unmöglich. Ich sage Ihnen aber, es ist so, entgegnete der alte Herr scharf. Er war sein ganzes Leben lang ein kleiner Bösewicht. Das werde ich nie glauben, erwiderte Frau Bedwin fest. Er war ein liebes, sanftes und dankbares Kind. Ruhig, sagte Brownlow, ich will den Namen des Jungen nie wieder hören. Um Ihnen das zu sagen, hatte ich geklingelt. Sie können jetzt gehen, aber denken Sie daran, ich habe im Ernst gesprochen. In Herrn Brownlows Hause gab es in dieser Nacht betrübte Herzen, aber auch Olivers Herz war todtraurig, wenn er seiner gütigen Freunde gedachte. Hätte er geahnt, was sie über ihn gehört hatten, es wäre gebrochen. 18. Kapitel Wie Oliver in der sittenverbessernden Gesellschaft seiner ehrenwerten Freunde die Zeit verbrachte. Am Mittag des nächsten Tages, als der Ganne von Karl Bates zu ihren gewöhnlichen Geschäften ausgegangen waren, benutzte Herr Feggin die Gelegenheit, Oliver eine lange Rede über die schreckliche Sünde der Undankbarkeit zu halten. Er setzte ihm eingehend auseinander, wie er sich derselben in ganz ungewöhnlich hohem Grade schuldig gemacht habe, indem er sich von seinen besorgten Freunden entfernte und ihnen sogar zu entfliehen versuchte. Dabei hätte man doch auf seine Wiederauffindung so viel Mühe und Kosten verwendet. Herr Feggin legte großes Gewicht auf den Umstand, dass er Oliver ins Haus genommen und verpflegt habe. Ohne die ihm rechtzeitig gewährte Hilfe wäre er doch wahrscheinlich hungersgestorben. Aber sie würden noch die besten Freunde werden, wenn sich Oliver folgsam und anstellig zeige. Der Jude nahm jetzt seinen Hut, zog einen alten, geflickten Überrock an und ging fort, nicht ohne vorher das Zimmer abzuschließen. So blieb Oliver während des ganzen Tages und einer Anzahl nachfolgender Tage eingesperrt und sich selbst überlassen. Er hatte genügend Zeit, seinen Gedanken nachzuhängen, die sich immer mit seinen Freunden in Pentenville beschäftigten und was diese wohl für eine Meinung von ihm gefasst haben mochten. Nach Ablauf einer Woche ließ der Jude die Tür unverschlossen und Oliver stand es frei im Haus umherzugehen. Eines Nachmittags, als der Ganef und Karl Beth sich zu einer Abendunternehmung vorbereiteten, setzte jener es sich in den Kopf, eine größere Sorgfalt auf seine Toilette zu verwenden. Eine Schwäche, die wir, um gerecht zu sein, nur als eine ausnahmsweise Vorkommende bezeichnen müssen. Er befahl Oliver gnädig, ihm bei diesem Geschäft an die Hand zu gehen. Oliver war froh, sich nützlich machen zu können. Er kniete auf dem Boden nieder und nahm, während der Ganef auf dem Tische saß, dessen Füße in seinen Schoß und putzte ihm die Stiefel. Der Ganef blickte eine Weile gedankenvoll auf Oliver nieder und sprach dann halb für sich halb zu Karl Beths, »Warum gehst du eigentlich nicht bei Fegin in die Leere, Oliver?« »Könntest ein Glück machen,« sagte der Ganef grinsend, »und dich später mal als Rentier zurückziehen, ja, und wie ein Herr leben, wie ich es zu tun gedenke in dem nächsten vierten Schaltjahr.« Am 42. Dienstag in der Trinitatis-Woche fuhr Karl fort. »Es gefällt mir nicht,« sagte Oliver schüchtern. »Ich wollte, man ließe mich fort. Ich, ich möchte lieber gehen.« »Und Fegin möchte lieber, dass du bliebst,« entgegnete Karl. Oliver wusste das nur zu gut, er hielt es aber für gefährlich, noch weiter darüber zu sprechen, deshalb fuhr er seufzend im Stiefelputzen fort. »Nicht wahr, Oliver?« »Es ist nicht recht,« fragte Karl Bates. »Er wird dafür noch einmal hängen.« »Du bist schlecht erzogen,« sagte der Garniff zu Bates. »Aber Fegin wird schon noch etwas aus dir machen. Fang nur gleich an, sonst verlierst du Zeit.« Karl Bates unterstützte diesen Rat mit einigen moralischen Nutzanwendungen und schilderte in glühenden Farben das Leben, welches sie jetzt führten. »Und dann bedenke, Oliver,« sagte der Garniff, »wenn du die Taschentücher und Uhren nicht nimmst,« »so stillt sie ein anderer.« »Wer sich daher eine solche Gelegenheit nicht zunutze macht, ist ein Dummkopf.« Das Gespräch wurde nicht weiter fortgesetzt, denn der Jude war mit Fräulein Betsy und einem Herrn nach Hause gekommen, den Oliver noch nie gesehen hatte. Dieser, als Tom Chittling angeredet, war etwas älter als der Garniff und mochte wohl 18 Länze zählen. Er benahm sich gegen diesen mit einer Ehrerbietung, die bewies, dass er sich bewusst war, dem Garniff an Geist und Geschäftsgewandtheit nicht ebenbürtig zu sein. Er sah ziemlich heruntergekommen aus und entschuldigte es damit, dass seine Zeit erst seit einer Stunde um sei und er noch nicht dazugekommen war, seinen Anzug zu wechseln. Er schloss daran die Bemerkung, dass er in 42 langen, harten Arbeitstagen keinen Tropfen Schnaps angerührt hätte. »Was glaubst du wohl, woher dieser Herr kommt, Oliver?« fragte der Jude grinsend, als die anderen Jungen eine Schnapsflasche auf den Tisch stellten. »Ich...« »Ich weiß es nicht,« stotterte Oliver. »Wer ist denn das?« fragte Tom Chittling, Oliver verächtlich ansehend. »Ein junger Freund von mir,« antwortete Fagin. »Dann ist er gut aufgehoben,« sagte Tom und sah Fagin bedeutungsvoll an. »Kümmere dich nicht darum, woher ich komme, Junge. Ich wette einen, Thaler, dass du den Weg dahin schnell genug finden wirst.« Man lachte und dann flüsterte Tom dem Juden einige Worte zu. Sie setzten sich an den Kamin und Fagin ließ Oliver an seiner Seite Platz nehmen. Man sprach von den großen Gewinnen des Geschäfts, der Geschicklichkeit des Ganefs und der Freigiebigkeit Fagins. Von diesem Tage an wurde Oliver nur noch selten allein gelassen. Er war fast dauernd in Gesellschaft von Jack oder Karl, die Tag für Tag mit dem Juden das alte Spiel spielten. Ob zu ihrer eigenen oder zu Olivers Ausbildung, wusste Fagin am besten. Manchmal erzählte der alte Mann auch Geschichten von Diebstählen, die er in jüngeren Jahren begannen hatte. Er mischte darin so viel Drolliges und Spaßhaftes, dass Oliver häufig nicht umhin konnte, herzlich mitzulachen, um die Geschichten lustig zu finden. Trotz seiner besseren Einsicht. Der schlaue alte Jude hatte den Jungen im Netz. Er hatte Olivers Geist durch Einsamkeit und Langeweile darauf vorbereitet, jede Gesellschaft seinen traurigen Grübeleien vorzuziehen. Langsam flößte er ihm das Gift ein, das die Unschuld seiner Seele trüben und sein Herz für immer schwarz machen sollte. 19. Kapitel In dem ein denkwürdiger Plan beraten und beschlossen wird. Es war eine kalte und windige Nacht, als der Jude gut vermummt aus seiner Höhle auftauchte. Er blieb auf der Schwelle stehen, während die Jungen die Tür von innen verschlossen und verriegelten. Nachdem dies geschehen, eilte er so schnell, als er konnte, die Straße hinab. Der Jude war augenscheinlich mit der Gegend gut vertraut, denn ohne irgendwelches Zögern eilte er durch mehrere Straßen, bis er eine Gasse erreichte, an deren äußersten Ende nur eine Laterne brannte. Er klopfte an die Tür eines Hauses und stieg die Treppe hinauf, nachdem man ihm gegen Bekanntgabe des Losungswortes geöffnet hatte. »Nur ich, Bill! Nur ich, Freundchen!« sagte der Jude und schaute herein. »So bringt er den schuftigen Leichnam herein«, erwiderte Sykes. »Nun?« fragte Sykes. »Ja, mein Lieber!« »Ach, Nancy!« Der Jude war etwas verlegen, da er nicht wissen konnte, wie er von dem Mädchen empfangen werden würde. Doch Nancy tat ganz harmlos. Sie winkte fegend zu sich an den Kamin heran und meinte, es wäre eine kalte Nacht und sie wolle das Missverständnis vergessen. »Ja, es ist wirklich kalt«, entgegnete der Jude. »Es geht einem durch und durch.« »Gib ihm was zu trinken, Nancy!« »Donnerwetter, spute dich!« »Es wird einem ja ganz übel, wenn man das dürrige Rippe so klappern sieht, als sei es eben erst im Grabe entstiegen.« Nancy holte eiligst eine Flasche und Sykes füllte ein Glas mit Brandy, das er dem Juden hinhielt. Der Jude berührte es mit den Lippen und sagte dann, »Danke, Bill, nicht mehr, ich hab genug.« »Du hast wohl Angst, wir wollen dir was«, fragte Sykes den Juden mit einem Blick durchbohrend. Er ergriff mit einem heiseren Grunzen das Glas und goss den Rest seines Inhalts in den Kamin. Dann füllte er es aufs Neue und trank es aus. »Weshalb bist du gekommen?« fragte jetzt Sykes den Juden. »Wegen der Villa in Schürzi«, erwiderte dieser leise. »Nun und, was weiter?« »Ach, ihr wisst schon, was ich meine, Bill, nicht wahr, Nancy? Er weiß es recht gut.« »Nein, er weiß es nicht«, sagte Sykes höhnisch, »oder will es nicht wissen, was auf dasselbe rauskommt. Schleim dich nur ruhig aus und nenne die Dinge beim rechten Namen. Tu doch nicht so, als ob du nicht das Ding ausbaldowert hast.« »Psst, Bill«, machte Fagin, der sich umsonst bemüht hatte, Sykes Unwillen zu beschwichtigen. »Man wird uns hören, Freundchen, man wird uns hören.« »Meinetwegen«, erwiderte Sykes, »ist mir gleich.« Er dämpfte aber doch unwillkürlich seine Stimme. »Nun, es war von mir aus doch nur Vorsicht«, sagte der Jude schmeichelnd, »weiter nichts als Vorsicht.« »Also, was die Villa in Scherzi anbelangt, wann soll es sein, Bill, sprich, großartiges Silbergeschirr«, fügte er Hände reibend hinzu und seine Augen funkelten beutegierig. »Gar nicht«, erwiderte Sykes kalt. »Was? Gar nicht?« wiederholte der Jude in grenzenlosen Erstaunen. »Gar nicht. Wenigstens geht's nicht so, wie wir dachten.« »Dann habt ihr die Sache nicht richtig angefasst«, meinte Fegin ärgerlich. »Mir könnt ihr doch nichts erzählen.« »Ich werde es dir schon erzählen«, entgegnete Sykes höhnisch. »Also, Tobi Crackett hat seit 14 Tagen alle möglichen Versuche gemacht, einen von der Dienerschaft zu gewinnen.« Er wollte also sagen, unterbrach ihn der Jude, dass keiner der beiden Bedienten überredet werden konnte. »Gerade das wollte ich sagen«, antwortete Sykes. »Sie sind schon 20 Jahre im Haus der alten Frau und würden's nicht tun, selbst wenn wir ihnen 500 Pfund bieten würden.« Es folgte nun ein langes Schweigen. Der Jude versank in tiefe Gedanken, wobei sein Gesicht den Ausdruck wahrhaft teuflischer Spitzbüberei annahm. Sykes warf ihm von Zeit zu Zeit verstohlene Blicke zu, während Nancy sich mäuschenstill verhielt und so tat, als hätte sie vom ganzen Gespräch nichts gehört. »Fegin«, sagte Sykes plötzlich die Stille unterbrechend, »ist es 50 Scheine extra wert, wenn man's durch Einbruch schafft?« »Ja«, sagte der Jude aufschnellend. »Gilt's?« fragte Sykes. »Ja, abgemacht«, antwortete Fegin, die Hand des Anderen drückend. Er strahlte im Gesicht und seine Augen glänzten. »Wir brauchen nur noch ein Brecheisen und einen Jungen. Das Erste haben wir, den Buben musst du uns besorgen.« »Einen Jungen?« rief der Jude. »Ach, dann geht's durch ein Fenster, nicht wahr?« »Kann dir gleich sein«, erwiderte Sykes. »Der Junge darf aber nicht zu groß sein.« Nachdenklich fuhr er fort. »Wenn ich nur den Buben des Schornsteinfegers nett kriegen könnte, der hätte ihn mir billig ausgeliehen. Aber da haben sie den Vater eingesperrt und mit einmal kommt solch ein Verein für verlassene Kinder und nimmt den Bengel aus einem Geschäft, wo er Geld verdienen konnte. Man lehrt ihn schreiben und lesen, damit er Handwerker werden kann. Aber so ist's«, fuhr Herr Sykes fort, der über diese Ungerechtigkeit immer mehr in Wut geriet. So ist's. Und wenn diese Vereine Geld genug hätten, was aber Gott sei Dank nicht der Fall ist, so würden für unseren Beruf in einigen Jahren kaum ein halbes Dutzend Jungen übrig bleiben. So viel würden uns kaum bleiben, stimmte der Jude zu, der während dieser Rede seine Gedanken ganz woanders hatte und nur die letzten Worte aufschnappte. Was ist los? Der Jude machte mit dem Kopf ein Zeichen, als wenn es ihm lieb wäre, dass Nancy, die immer noch mit dem Gesicht gegen den Kamin saß, jetzt das Zimmer verließe. Erst zuckte Sykes ungeduldig die Achseln, er hielt diese Vorsicht für unnötig, dann aber forderte er doch Nancy auf, ihm einen Krug Bier zu holen. »Du brauchst kein Bier«, sagte Nancy, ruhig sitzenbleibend und schlug die Arme übereinander. »Ich habe aber Durst«, erwiderte Sykes. »Unsinn«, versetzte das Mädchen gelassen. »Fahrt nur weiter fort, Faggin?« »Ich weiß, was er sagen will, Bill, vor mir braucht er sich nicht zu genieren. Redet nur ungeniert von Oliver, Faggin.« Dies schien die beiden Herren zu beruhigen, denn der Jude nahm mit zufriedenem Lächeln seinen Sitz wieder ein und Herr Sykes folgte seinem Beispiel. »Die Nancy ist doch ein schlaues Mädel, wie mir selten eines vorgekommen ist.« »Dabei klopfte ihr der Jude schmunzelnd auf die Schulter. Sie hat ganz recht, ich wollte tatsächlich von Oliver reden.« »Wieso?« fragte Sykes. »Das ist für euch der Junge, mein Lieber«, erwiderte Faggin heiser flüsternd. Sein Gesicht verzog sich zu einem breiten Grinsen. »Der?« rief Sykes aus. »Den kannst du nehmen«, sagte Nancy. »Wenigstens ich täte es an deiner Stelle. Er ist vielleicht nicht so abgefeimt wie die anderen, aber das ist ja auch nicht nötig. Er hat ja nur eine Tür aufzumachen, darin ist er zuverlässig, Bill.« »Stimmt, das ist er«, sagte Faggin. »Er ist die letzten Wochen in einer guten Schule gewesen und es wird Zeit, dass er anfängt, sich sein Brot selbst zu verdienen. Außerdem sind die anderen alle zu groß.« »Mhm, die richtige Figur hat er«, meinte Sykes. »Und er wird auch alles tun, was ihr verlangt, Bill. Er kann nicht anders, vorausgesetzt, dass ihr ihn gut in Zucht haltet.« »Daran soll es nicht fehlen, verlass dich darauf«, entgegnete Sykes. »Macht der Bengel dumme Geschichten, wenn wir bei der Arbeit sind, siehst du ihn lebend nicht wiederfängen. Teufel auch, überleg dir das wohl, ehe du ihn mir schickst.« Er holte ein schweres Brecheisen unter der Bettstelle vor und schwang es drohend. »Habe bereits alles überlegt«, sagte der Jude entschieden, »habe ihn scharf beobachtet.« »Lasst ihn nur einmal klar werden, dass er einer der Unsrigen ist. Wenn sich der Gedanke in seinem Kopf festgesetzt hat, er sei ein Dieb gewesen, so ist er uns verfallen, für sein ganzes Leben. Es hätte gar nicht besser kommen können.« »Uns verfallen«, sagte Sykes, »dir«, willst du wohl sagen. »Vielleicht stimmt's, mein Lieber«, sagte Fegin schrill lachend, »mein also, wenn es euch so besser gefällt.« »Und warum«, sprach Sykes grollend, »gibst du dir eigentlich so viel Mühe mit dem Gelbschnabel. Du hast doch die Auswahl unter fünfzig Jungen, die jede Nacht im Heidpark pennen.« »Die kann ich nicht gebrauchen«, versetzte Fegin etwas verwirrt. »Sie sind nichts wert, denn wenn sie in einen Schlamassel geraten, so steht ihnen gleich auf dem Gesicht geschrieben, was sie ausgefressen haben, und sie gehen Kapores. Mit Oliver, richtig dressiert, kann man mehr erreichen als mit zwanzig anderen. Zudem«, fuhr er gefasst fort, »hat er uns jetzt in der Hand, wenn er wieder entwischen sollte. Er muss deshalb mit uns in dasselbe Boot. Es ist gleichgültig, wie er da reingekommen ist, aber bleiben muss er. Und ist dies nicht besser, als wenn wir den armen Jungen um die Ecke bringen müssten? Abgesehen davon, dass das gefährlich wäre, würden wir auch dabei verlieren.« »Wann soll es geschehen?«, fragte Nancy. »Ich habe mich mit Tobi auf Übermorgennacht verabredet,« versetzte Sykes mürrisch, »wenn ich ihm nicht noch vorher absage.« »Schön«, sagte Fegin. »Es ist doch kein Mondschein.« »Nein.« »Habt ihr auch alle nötigen Vorkehrungen zur Fortschaffung der Beute getroffen?«, fragte der Jude. Sykes nickte. »Kümmere dich nicht um die Einzelheiten. Bringe den jungen Morgenabend her, eine Stunde nach Tagesanbruch geht's los. Du hast weiter nichts als das Maul und den Schmelztiegel bereit zu halten. Mehr verlangen wir nicht.« Nach einigen Hin- und Herreden aller drei wurde beschlossen, dass Nancy am nächsten Abend Oliver von Fegin abholen solle. Dieser meinte nämlich, er würde dem Mädchen lieber als irgendeinem anderen folgen, weil sie neulich so energisch für ihn eingetreten war. Man war sich ferner darüber einig, dass der arme Oliver zum Zwecke der beabsichtigten Unternehmung Herrn William Sykes ohne Vorbehalt übergeben werden solle. Dieser könne nach Gutdünken mit dem Jungen verfahren und wäre nicht verantwortlich für irgendeinen möglichen Unfall oder eine notwendige Züchtigung. Zwanzigstes Kapitel in dem Oliver Herrn William Sykes übergeben wird. Als Oliver am Morgen erwachte, war er nicht wenig überrascht, statt seiner alten, ein paar neue Schuhe mit starken, dicken Sohlen neben seinem Lager zu finden. Anfangs freute er sich über diese Entdeckung, denn er hoffte, sie wäre die Vorläuferin seiner Erlösung. Er gab diesen Gedanken aber bald auf, als ihm der Jude beim Frühstück mitteilte, dass er am Abend nach Bill Sykes Wohnung gebracht werden solle. »Muss ich dort bleiben?« fragte Oliver ängstlich. »Nein, Liebling, du sollst nicht dort bleiben«, versetzte Fagin. »Wir möchten dich nicht gern verlieren,« sei unbesorgt, Oliver, »du kommst wieder zu uns zurück.« »So grausam werden wir nicht sein, dich wegzuschicken.« »Oh nein!« »Ich glaube, du möchtest gern wissen«, fuhr Fagin fort, ihn dabei scharf anblickend, »was du bei Bill sollst, nicht wahr?« »Ja, ich möchte es wohl wissen.« »Nun?« »Was denkst du wohl?« fragte Fagin ausweichend. »Weiß es wirklich nicht«, versetzte Oliver. »Na, dann warte, bis es dir Bill sagen wird.« Er wandte sich damit missvergnügt ab, denn er ärgerte sich, dass der Junge keine größere Neugierde verriet. Nach einer Weile sagte der Alte, »Du kannst dein Licht anzünden« und legte eine Kerze auf den Tisch. »Da ist ein Buch, in dem du lesen magst, bis man dich abholt. Gute Nacht.« »Gute Nacht«, sagte Oliver leise. Der Jude ging auf die Tür zu. Ehe er sie öffnete, sah er sich nach dem Jungen um und rief ihn mit Namen an. Oliver sah auf. Der Jude zeigte auf die Kerze und bedeutete ihm, sie anzuzünden. Der Junge gehorchte und bemerkte, als er den Leuchter auf den Tisch stellte, dass Fagin ihn mit düsteren Blicken betrachtete. »Nimm dich in Acht, Oliver. Hüte dich«, sagte der Alte und hob warnend die rechte Hand hoch. »Er ist ein roher Mensch und scheut kein Blut vergießen, wenn er in Wut ist. Was auch passiert, schweige und tue, was er dir befiehlt. Denke daran.« Er sagte die letzten Sätze mit starker Betonung und sein finsterer Gesichtsausdruck wich einem grässlichen Grinsen. Dann nickte er mit dem Kopf und verließ das Zimmer. Als Fagin verschwunden war, stützte Oliver seinen Kopf auf die Hand und dachte mit Herzklopfen den eben vernommenen Worten nach. Er blätterte anfangs rein mechanisch in dem Buche, doch wurde bald seine Aufmerksamkeit durch eine Stelle gefesselt, die ihn veranlasste, eifriger im Lesen fortzufahren. Es waren Schilderungen des Lebens und der Taten großer Verbrecher. Die abgegriffenen, schmutzigen Seiten des Buches ließen darauf schließen, dass es viel studiert worden war. Die entsetzlichen Schilderungen waren so natürlich und lebendig, dass die schmutzigen Blätter sich vom Blute zu röten schienen. In wahnsinniger Angst klappte der Junge das Buch zu und warf es in eine Ecke. Dann fiel er auf die Knie und betete zu Gott, er möge ihn vor solchen Taten bewahren und ihn lieber gleich sterben lassen, als ihn für solche entsetzliche Verbrechen aufbewahren. Dann wurde er allmählich ruhiger und betete mit leiser, gebrochener Stimme um Errettung aus den ihn umgebenden Gefahren. Er war mit seinem Gebet zu Ende, aber noch hielt er das Gesicht mit den Händen bedeckt, als ihn ein Rascheln weckte. Er fuhr auf und als er an der Tür eine Gestalt erblickte, rief er, »Was ist das? Wer ist da?« »Ich, ich bin es nur«, antwortete eine bebende Stimme. Oliver hob das Licht in die Höhe und erkannte Nancy. »Stell das Licht wieder weg«, sagte das Mädchen und wandte das Gesicht zur Seite, »es blendet meine Augen.« Der Junge sah, dass sie sehr blass war, mitleidig fragte er daher, ob sie krank wäre. Doch ohne zu antworten, warf sie sich auf einen Stuhl, sodass sie Oliver den Rücken kehrte. »Soll ich mit Ihnen gehen?« »Ja, ich komme von Bill«, antwortete Nancy. »Ich will dich zu ihm bringen.« »Wozu?«, fragte der Junge zurückweichend. »Wozu?«, wiederholte das Mädchen, indem sie die Augen emporhob, aber schnell weg sah, als sie Olivers Blick begegnete. »Oh, zu nichts Bösem.« »Das glaube ich nicht«, sagte Oliver, der sie aufmerksam beobachtet hatte. »Das kannst du halten, wie du willst«, erwiderte sie mit gezwungenem Lachen. »Also, zu nichts Gutem.« Oliver hatte erkannt, dass das Mädchen zuweilen bessere Regungen hatte und dachte einen Augenblick daran, ihr Mitleid anzuflehen. Dieser war nicht entgangen, was in seinem Inneren vorging und sah ihn während der Sprach scharf an. »Psst«, sagte sie, als sie sich über ihn beugte und vorsichtig um sich blickend auf die Tür zeigte. »Du kannst dir nicht helfen. Ich habe alles Mögliche deinetwegen versucht, aber vergebens. Du bist von allen Seiten umstellt und wenn du auch vielleicht einmal loskommst, jetzt ist noch nicht der richtige Augenblick dafür gekommen.« Betroffen durch die Entschiedenheit in ihrem Benehmen, blickte ihr Oliver verwundert ins Gesicht. Sie schien es aufrichtig zu meinen. Sie war blass und aufgeregt und zitterte stark. »Ich habe dich schon einmal vor Misshandlungen geschützt und werde es auch künftig tun. Ich tue es sogar jetzt,« fuhr das Mädchen lauter fort. »Denn wenn jemand anders dich geholt hätte, wäre man weit gröber mit dir umgegangen.« »Sie wollen dir kein Leid zufügen und wozu man dich auch immer zwingen mag. Dich trifft keine Schuld. Gib mir die Hand. Schnell, deine Hand!« Sie ergriff Olivers Hand, die er unwillkürlich reichte, blies das Licht aus und zog ihn die Treppe hinunter. Die Tür wurde von jemand, den man in der Dunkelheit nicht erkennen konnte, geöffnet und, sobald sie auf der Straße waren, ebenso schnell wieder geschlossen. Vor dem Hause hielt er eine Droschke, sie zog ihn hinein und schloss die Fenster. Der Kutscher bedurfte keiner Weisung, sondern fuhr sofort im scharfen Trabe fort. Nancy hielt Oliver noch immer fest an der Hand und flüsterte ihm weiterhin Warnungen und Versprechungen ins Ohr. Alles war so rasch vor sich gegangen, dass er sich kaum besinnen konnte, wo er wäre und wie er hierher käme. Da hielt auch schon die Droschke vor dem Hause, in dem Sykes wohnte. Oliver warf einen schnellen Blick auf die leere Straße und ein Ruf um Hilfe schwebte ihm auf den Lippen. Nenses bittende Stimme, sie zu schonen, tönte ihm im Ohr. Er zögerte und damit war die günstige Gelegenheit verpasst. Er befand sich plötzlich im Hause, das sofort verriegelt wurde. Wir sind da, sagte das Mädchen zum ersten Mal seine Hand loslassend. Bill! Hallo, antwortete dieser, der mit einem Licht oben an der Treppe erschien. Ihr kommt zur rechten Zeit, nur herein. Du hast also den Bengel, sagte Bill, die Tür schließend, nachdem sie ins Zimmer getreten waren. Ja, ja, hier ist er, antwortete Nancy. Ging er ruhig mit, fragte Sykes. Wie ein Lamm, entgegnete das Mädchen. Freut mich zu hören, sagte Sykes, Oliver drohend anblickend. Es wäre ihm sonst auch schlecht ergangen. Komm her, Junge, ich muss dir eine Vorlesung halten, je eher, desto besser. Mit diesen Worten riss Sykes seinem neuen Zögling die Mütze vom Kopf und warf sie in eine Ecke. Dann setzte er sich an den Tisch und rief Oliver zu sich heran. Weißt du, was das ist? fragte Sykes eine Pistole ergreifend, die auf dem Tisch lag. Oliver bejahte. Nun, dann schau her, dies ist Pulver, dies eine Kugel und dies ein Pfropfen. Oliver flüsterte, dass er das alles begreife. Nun lud Herr Sykes die Pistole mit großer Umständlichkeit und sagte dann, so, jetzt ist sie geladen. Ja, ich sehe es, sprach Oliver am ganzen Leibe zitternd. Nun, fuhr der Räuber fort und setzte den Lauf der Pistole an Olivers Schläfe. Dieser konnte einen Angstschrei nicht unterdrücken. Wenn du auf der Straße das Maul auftust, ohne gefragt zu sein, kriegst du die Kugel in den Hirnkasten. Hast du dir also vorgenommen, ohne Erlaubnis zu reden, so sprich erst vorher dein letztes Gebet. Soviel ich weiß, wird sich keiner viel nach dir erkundigen, wenn du in dieser Weise erledigt bist. Wenn ich mir die Mühe machte, dir dies auseinanderzusetzen, so geschah es nur zu deinem Besten. Hast du mich verstanden? Und nun, da er Bescheid weiß, kannst du uns etwas zu essen geben. Nachher wollen wir noch ein bisschen schlafen, ehe wir aufbrechen. Dieser Aufforderung nachkommend, deckte Nancy schnell den Tisch und holte eine Schüssel Hammelfleisch und einen Krug Bier aus der Küche. Als das Abendessen beendet war, goss Herr Sykes sich noch ein paar Gläser Brandy hinter die Binde und befahl Nancy, ihn Punkt 5 Uhr zu wecken. Dann warf er sich auf sein Lager. Oliver legte sich, dem Befehle seines neuen Herren gehorchend, ohne sich auszuziehen, auf eine Matratze neben Sykes Bett. Nancy blieb vor dem Kamin einsitzend wach, um die beiden zur bestimmten Zeit zu wecken. Als er erwachte, stand eine Teekanne auf dem Tisch und Nancy war eifrig mit der Bereitung des Frühstücks beschäftigt. Sykes war dabei, verschiedene Sachen in die Taschen seines über einer Stuhllehne hängenden Mantels zu stecken. Der Tag war noch nicht angebrochen, die Kerze brannte noch, draußen war dunkle Nacht. Ein starker Regen schlug gegen die Fensterscheiben und der Himmel sah schwarz und wolkig aus. Nun, brummte Sykes, als Oliver aufsprang, bereits halb sechs, spute dich oder du kriegst kein Frühstück mehr, es ist schon spät. Nachdem der Junge ein wenig gefrühstückt hatte, band ihm Nancy ein Halsduch um und Sykes hing ihm einen großen, groben Mantelkragen über die Schultern. Sykes ergriff ihn nun bei der Hand und zeigte ihm durch drohende Gebärde, dass die Pistole in seiner Seitentasche seines Mantels steckte. Nachdem er sich kurz von Nancy verabschiedet hatte, zog er Oliver mit sich fort. Dieser wandte sich an der Tür einen Augenblick um, in der Hoffnung von dem Mädchen noch einen Blick zu erhaschen, doch Nancy hatte ihren Platz vor dem Kamin wieder eingenommen und rührte sich nicht. 21. Kapitel Unterwegs Der Morgen war unfreundlich, als sie auf die Straße traten. Es regnete in Strömen und düstere Wolken bedeckten den Himmel. Auf den Straßen standen große Pfützen und die Rinnsteine flossen über. Alles schien in diesem Stadtteil noch in den Federn zu sein, denn die Fensterläden waren überall festgeschlossen und die Straßen öde und leer. Als sie in die Bessner-Green-Straße gelangten, schien der Tag erst wirklich anzubrechen. Die Wirtshäuser, in denen die Gaslampen noch brannten, waren bereits geöffnet. Allmählich machten auch die anderen Läden auf und hin und wieder begegnete man Menschen. Je näher sie der Stadt kamen, desto mehr nahm der Lärm und das Geschäftsgewühl zu. Es war nun so hell, wie es an einem solchen trüben Tage sein konnte. Sie kamen nach längerer Wanderung nach Holborn. Junge, sagte Sykes mit einem Blick auf die Uhr der Andreaskirche, beinahe sieben Uhr, du musst schneller ausschreiten, Faulpilz. Er riss ihn mit sich fort. Auf der Straße nach Kensington holten sie einen leeren Karren ein und Sykes fragte den Kutscher mit so viel Höflichkeit, als ihm zu Gebote stand, ob er sie in Richtung Isleworth mitnehmen wolle. Der Mann bejahte und sie fuhren bis Brentford mit, wo Sykes mit Oliver abstieg. Sie schlugen einen Seitenweg ein und erreichten Hemden. Dort kehrten sie in einer kleinen Gastwirtschaft ein und ließen sich kaltes Fleisch geben. Als sie damit fertig waren, zündete sich Sykes seine Pfeife an, sodass Oliver glaubte, die Reise ginge nicht weiter. Da er von dem vielen Laufen sehr müde war, verfiel er in einen tiefen Schlaf. Es war dunkel, als er durch Sykes wieder wachgerüttelt wurde. Sie machten sich nun auf den Weg und kamen nach Shepparton. Da bemerkte Oliver, dass gerade unter ihnen Wasser rauschte und sie bei einer Brücke angelangt waren. Sykes bug links zum Ufer hinab. Ach, das Wasser, dachte Oliver, vor Furcht fast vergehend. Er hat mich an diesen einsamen Platz gebracht, um mich umzubringen. Er war gerade im Begriff, sich niederzuwerfen und verzweifelt, um sein Leben zu kämpfen, als er sah, dass sie vor einem einsamen, verfallenen Hause standen. Es war dunkel und scheinbar unbewohnt. Sykes, der dauernd Oliver an der Hand hielt, näherte sich leise der niedrigen Tür und drückte auf die Klinke. Diese wich dem Drucke und sie traten ein. 22. Kapitel Der Einbruch Hallo, rief eine laute, aber heisere Stimme, als sie den Fuß in den Hausflur setzten. Mach nicht solch einen Radau, sagte Sykes, die Tür verriegelnd. Bring eine Funzel, Tobi. Aha, mein Kumpel, sagte dieselbe Stimme. Eine Kerze, Barney, eine Kerze. Führe den Herrn hinein, Barney. Wach aber vorher auf, wenn's dir recht ist. Der Sprecher schien einen Stiefelknecht oder einen ähnlich harten Gegenstand nach der angeredeten Person zu werfen, um ihn aus dem Schlafe zu wecken, denn man hörte etwas Schweres zu Boden fallen und kurz darauf ein undeutliches Brummen wie das eines aus dem Schlaf gestörten Menschen. Ah, Herr Sykes, rief Barney mit wahrer oder erheuchelter Freude. Willkommen, Herr. Marsch, sagte Sykes jetzt zu Oliver. Vorwärts, oder ich trete dir die Hacken ab. Mit einem Fluch über die verwünschte Langsamkeit des Jungen stieß er Oliver in ein niedriges, dunkles Zimmer. Dort lag auf einem furchtbar schmutzigen Bett ein Mann lang ausgestreckt und rauchte aus einer langen Tonpfeife. Herr Crackett, denn dieser war es, besaß nicht viele Haare, weder auf dem Kopf noch im Gesicht. Die wenigen aber, die er hatte, waren von rötlicher Farbe und in Locken gedreht. Er war etwas über Mittelgröße und augenscheinlich schwach auf den Beinen. Bill, mein Junge, sagte er, den Kopf nach der Seite drehend, freue mich, dich zu sehen. Ich fürchtete schon, du hättest die Sache aufgegeben und dann hätte ich die Geschichte auf eigene Faust unternommen. Na nun, wer ist denn das? Das ist der Junge, versetzte Sykes und schob einen Stuhl vor den Kamin. Nun, meinte Sykes, indem er Platz nahm, wenn ihr für uns etwas zu essen und zu trinken habt, her damit. Es wird uns Mut machen, mir wenigstens. Setz dich ans Feuer, Junge, und ruh dich aus. Du musst heute Nacht mit, weit ist es zwar nicht. Oliver sah ihn schüchtern und verwundert an, rückte einen Schemel an den Kamin und verbarg seinen schmerzenden Kopf in den Händen. Er wusste kaum, wo er war und was um ihn vorging. Einen Tropfen für den Jungen, fuhr Tobi fort und goss das Glas halb voll. Hinunter damit, du Unschuld vom Lande. Ich weiß nicht, stotterte Oliver mit kläglichem Gesicht. Habe noch nie. Hinunter damit, wiederholte Tobi. Denkst du vielleicht, ich weiß nicht, was dir gut tut? Sag du ihm, dass er trinkt, Bill. Hol mich der Teufel. Man hat mit dem Jungen mehr Mühe als mit einer ganzen Familie Ganoven. Sauf, du Teufelsbraten. Eingeschüchtert durch die drohenden Gebärden der beiden, schluckte Oliver den Inhalt hastig hinunter und musste gleich darauf furchtbar husten. Darüber brachen Tobi und Barney in ein lautes Gelächter aus und selbst der mürrische Herr Sykes verzog den Mund zu einem Lächeln. Um halb zwei Uhr sprang Tobi Crackit auf und sagte, es wäre Zeit. Im Nu waren alle auf den Beinen. Sykes und sein Kumpel vermummten Hals und Kinn mit schwarzen Tüchern und zogen ihre weiten Mäntel an. Barney öffnete einen Schrank und entnahm ihm verschiedene Gegenstände, die er eilig in ihre Tasche verpackte. Nachdem Sykes sich überzeugt hatte, dass von ihren Einbrechwerkzeugen nichts fehlte, nahm er und Tobi einen tüchtigen Knüppel in die Hand und hängten Oliver den Mantelkragen wieder um. Nun los, sagte Sykes und streckte seine Hand aus. Oliver reichte ihm mechanisch die seinige. Nimm ihn bei der anderen Hand, Tobi, fuhr Sykes fort. Barney, sieh draußen nach. Sie schritten hastig durch die Hauptstraße der kleinen Stadt, die zu so später Stunde ganz verödet war. Um zwei Uhr hatten sie das Städtchen im Rücken, sie gingen nun schneller und bogen in einen Weg ein, der nach links führte. Nach zehn Minuten machten sie vor einer Villa Halt, die von einer Mauer umgeben war und welche Tobi sofort erklomm. Jetzt den Jungen, sagte Tobi, reichen mir herauf. Ehe Oliver sich's versah, hatte ihn Sykes hochgehoben und im nächsten Augenblick lag er neben Tobi auf der anderen Seite der Mauer im Grase. Sykes folgte gleich darauf und dann schlichen sie vorsichtig dem Hause zu. Jetzt wurde es dem armen Jungen, der vor Angst und Schrecken fast wahnsinnig war, zum ersten Mal klar, dass die beiden Halunken auf Raub und Einbruch, wenn nicht gar auf Mord ausgingen. Er schlug die Hände zusammen und seinen Lippen entfloh unwillkürlich ein Ausruf des Entsetzens. Seine Augen umflurten sich, kalter Schweiß trat ihm auf die Stirn, er wankte und sank in die Knie. Steh auf, knirschte Sykes wutbebend, steh auf oder ich jage dir eine Kugel durch den Kopf. Damit zog er seine Pistole aus der Tasche. Ach, um Gottes Willen, lassen Sie mich doch gehen, schrie Oliver, lassen Sie mich doch laufen, ich will nie wieder nach London kommen, niemals, ach, seien Sie doch barmherzig und zwingen Sie mich nicht zum Stehlen, haben Sie doch Erbarmen. Sykes stieß einen fürchterlichen Fluch aus und spannte den Hahn der Pistole. Tobi schlug sie ihm aber aus der Hand und hielt Oliver den Mund zu. Dann zog er ihn fort nach dem Hause hin. Er sagte, Psst, Zum Bitten ist jetzt keine Zeit. Wenn du noch einmal die Schnauze aufreißt, kriegst du eins auf den Schädel. Das ist ebenso gut und macht keinen Lärm. Komm, Bill, brich den Fensterladen auf. Ich wette, dass der Junge jetzt gehorcht. Hab schon ältere und erfahrenere Burschen gesehen, die in solcher Lage mit einmal die Hosen voll hatten. Sykes rief schreckliche Verwünschungen auf Fegins Haupt herab, dass er ihm zu einem solchen Unternehmen einen Jungen wie Oliver geschickt hatte. Er setzte geräuschlos das Brecheisen an und mit Tobis Beistand war in kurzer Zeit der Fensterladen erbrochen. Nun pass auf, du kleiner Strolch, flüsterte Sykes, indem er eine Blendlaterne aus der Tasche zog. Ich stecke dich jetzt durchs Fenster. Dann gehst du mit der Laterne die Treppe herauf und über den Flur zur Haustür. Du machst auf und lässt uns herein. Oben an der Tür ist ein Riegel vor. An den du wahrscheinlich nicht herankannst, fiel Tobi ein. Du musst daher auf einen Stuhl klettern. Es sind ihrer drei im Flur. Er stellte sich nun unter das Fenster, den Kopf gegen die Wand gestemmt. Die Hände hatte er auf die Knie gestützt, so dass man über seinen Rücken wegklettern konnte. Dies tat Sykes sofort und steckte Oliver mit den Füßen voran, sachte durchs Fenster. Nimm die Laterne, flüsterte Bill. Siehst du die Treppe da vor dir? Oliver mehr tot als lebendig hauchte. Ja. Sykes deutete mit dem Pistolenlaufe nach der Haustür und sagte, dass er ihn für den Fall des geringsten Zögerns sofort erschießen würde. Seine Kugel träfe sicher. In einer Minute kannst du es gemacht haben, flüsterte Sykes. Horch! Was ist los? fragte Tobi. Sie lauschten gespannt. Nichts, sagte Sykes. Nun vorwärts, Oliver. Der Junge hatte sich inzwischen gesammelt und war fest entschlossen, die Treppe hinaufzurennen und Lärm zu schlagen, selbst wenn es ihm das Leben gekostet hätte. Von diesem Gedanken erfüllt schlich er leise vorwärts. Komm zurück! schrie Sykes plötzlich laut. Zurück! Zurück! Erschreckt durch diese plötzliche Unterbrechung der Totenstille und einen darauf folgenden lauten Schrei ließ Oliver die Laterne fallen und wusste nicht, ob er weitergehen oder fliehen solle. Das Geschrei wiederholte sich. Ein Licht erschien. Die Gestalten von zwei bestürzten, halb angekleideten Männern oben auf der Treppe schwammen vor seinen Augen. Ein Blitz, ein Knall, Rauch, ein Krachen, er wusste nicht wo, dann taumelte er zurück. Sykes war auf einen Augenblick verschwunden, aber nur für einen Augenblick, denn noch ehe der Rauch verzogen war, hatte er Oliver am Kragen. Er feuerte seine Pistole auf die sich zurückziehenden Männer ab und zog ihn durchs Fenster. Halte dich fester an mich, sagte Sykes. Tobi, ein Halstuch, schnell! Sie haben ihn getroffen, Donnerwetter, wie der Junge blutet! Oliver hörte noch verschwommen lautes Geklingel, vermischt mit dem Knall von Gewehrschüssen und dem Geschrei von Menschen. Dann fühlte er sich rasch fortgetragen. Nach und nach erstarb der Lärm in der Ferne, eine tödliche Kälte durchschauderte ihn, er war bewusstlos geworden. 23. Kapitel Welches das Wesentliche einer anmutigen Unterhaltung zwischen Herrn Bambel und einer Dame enthält und zugleich offenbart, dass auch ein Gemeindediener für manche Sachen empfänglich sein kann. Es war ein bitterkalter Abend und der Schnee lag fußhoch. Es war ein Abend, an dem jeder, der ein Heim hat, sich dicht an das flackernde Kaminfeuer drängt und Gott dankt, dass er zu Hause ist. Eine Nacht, wo die Unglücklichen ohne Heim und Obdach nichts Besseres tun können, als sich hinzulegen und zu sterben. So sah es draußen aus, als Frau Korni, die Hausmutter der Armenanstalt, wo Oliver Twist das Licht der Welt erblickte, sich in ihrem kleinen Zimmer an den Kamin setzte, in dem ein lustiges Feuer prasselte. Sie kostete gerade die erste Tasse Tee, als leise an die Tür geklopft wurde. Nur herein, rief Frau Kori ärgerlich. Wahrscheinlich will wieder eines von den alten Weibern sterben, denn die sterben immer, wenn ich beim Essen bin. Bleibt nicht in der Tür stehen, es kommt kalt herein, was ist denn los? Nichts, gar nichts, antwortete eine männliche Stimme. Ach du meine Güte, rief die Matrone schon freundlicher. Sie sind's, Herr Bambel. Zu Diensten, erwiderte dieser und trat seinen Dreispitz in der einen und ein Bündel in der anderen Hand ins Zimmer. Soll ich die Tür schließen? Schlechtes Wetter, Herr Bambel, sagte die Matrone. In der Tat sehr schlecht, erwiderte dieser, besonders für die Gemeinde. Wir haben heute Nachmittag zwanzig Brote und anderthalb Käse verteilt, Frau Korne, und doch sind die Armen nicht zufrieden. Wann wären Sie es je, entgegnete die Dame behaglich ihren Tee schlürfend. Wann? Sie haben recht. Da ist ein Mann, der in Anbetracht seiner großen Familie ein Brot und ein ganzes Pfund Käse erhielt. Glauben Sie wohl, dass er sich dafür bedankt hat? Jawohl, um Kohlen hat er noch gebeten. Wenn es auch nur ein Taschentuch voll wäre, sagte er, Kohlen, was will er mit Kohlen? Wahrscheinlich seinen Käse damit rösten und dann wiederkommen und mehr erbetteln. So machen's diese Leute, Frau Korne. Die hielt mit ihrem Unwillen nicht zurück. Er fing jetzt an, sein Bündel auszupacken und sagte, hier ist Portwein, den der Vorstand für die Kranken bewilligt hat, echter Portwein, glockenklar, ohne den geringsten Bodensatz. Er stellte die beiden mitgebrachten Flaschen auf die Kommode und wollte sich verabschieden. Frau Korne fragte nun verschämt, ob sie ihm nicht ein Tässchen Tee anbieten dürfe. Herr Bambel legte Hut und Stock auf einen Stuhl und rückte einen anderen an den Tisch. Während er sich langsam niederließ, blickte er die Matrone an. Sie hatte ihre Augen auf den kleinen Teetopf geheftet. Herr Bambel hustete und verzog sein Gesicht zu einem Lächeln. Frau Korne holte eine zweite Tasse aus dem Schrank. Als sie sich widersetzte, begegneten ihre Augen denen des galanten Gemeindedieners. Sie errötete und machte sich an dem Topf zu schaffen. Herr Bambel hustete abermals. Süß? fragte die Matrone und nahm die Zuckerdose in die Hand. Sehr süß, bitte. Er sah dabei Frau Korne zärtlich an, soweit ein Gemeindediener zärtlich blicken kann. Herr Bambel trank seinen Tee bis zum letzten Tropfen aus, wischte sich die Lippen ab und brachte der Matrone bedächtig einen Kuss bei. Herr Bambel, rief die zartfühlende Dame, aber nur ganz leise, denn sie hatte vor Schreck fast die Stimme verloren. Herr Bambel, ich werde schreien. Dieser gab keine Antwort, sondern schlang langsam und würdevoll seinen Arm um den Leib der Matrone. Da Frau Korne erklärt hatte, sie werde schreien, so hätte sie es auch sicher getan, wenn nicht ein Klopfen an die Tür eine solche Anstrengung überflüssig gemacht hätte. Herr Bambel sprang hastig auf und fing mit großem Eifer an, die Portweinflaschen abzustauben, während die Matrone mit scharfer Stimme »herein« rief. Eine abschreckend, hässliche, alte, armen Häuslerin steckte den Kopf durch die Tür und sagte »ich bitte um Verzeihung, Frau Korne, die alte Sally liegt im Sterben.« »Was geht das mich an?« sagte die Matrone ärgerlich. »Kann ich es ändern? Wie?« »Nein«, sagte die alte Frau, »niemand kann das. Menschliche Hilfe kann ihr nichts mehr nützen. Aber sie hat noch etwas auf dem Herzen,« so sagt sie, »sie habe Ihnen noch etwas anzuvertrauen und könne nicht ruhig sterben, bis sie es ihnen gesagt habe.« Nun fing die würdige Frau Korne an, mächtig auf die alten Weiber zu schimpfen, die nicht einmal sterben könnten, ohne ihre Vorgesetzten absichtlich zu belästigen. Sie wickelte sich in einen dicken Schal und bat Herrn Bumble zu bleiben, bis sie wiederkäme. Dann ging sie mit der alten Frau keifend aus dem Zimmer. Als Herr Bumble allein war, benahm er sich auf eine ziemlich eigentümliche Weise. Er öffnete den Schrank und zählte die Teelöffel, wog die Zuckerzange in der Hand, dann prüfte er eine silberne Milchkanne auf ihre Echtheit. Nachdem er so seine Neugierde befriedigt hatte, setzte er seinen Dreispitz schief auf den Kopf und tanzte etliche Male mit vielem Anstand um den Tisch herum. Nach dieser Tanzaufführung nahm er seinen Hut wieder ab und lehnte sich gegen den Kamin. Er schien im Geiste eine Bestandsaufnahme von dem im Zimmer befindlichen Mobilar zu machen. 24. Kapitel handelt von einem äußerst armen Geschöpf. Das arme Weib, das Frau Korne in ihrer Bequemlichkeit gestört hatte, war keine unpassende Todesbotin. Ihr Körper war unter der Last der Jahre gekrümmt, alle ihre Glieder zitterten und ihr durch einen Schlaganfall schiefgezogenes Gesicht glich mehr der grotesken Schöpfung eines fantastischen Malers als einem Werke aus den Händen der Natur. Die alte Frau rumpelte durch die Gänge und über die Treppen, bis sie erschöpft stehen blieb und Frau Korne das Licht in die Hand gab mit dem Bemerkung, sie käme nach, sobald sie könne. Die Matrone ging nun rasch dem Zimmer zu, wo die Sterbende lag. Es war eine kalte Bodenkammer, in der ein düsteres Licht brannte. Neben dem Krankenbette saß eine alte Frau. Wer ist das? fragte die Kranke mit hohler Stimme. Leg dich wieder hin, sagte die Wärterin. Nein, nein, ich will es ihr sagen. Kommen Sie hierher, näher. Ich werde es Ihnen ins Ohr flüstern. Frau Korne setzte sich auf einen Stuhl an ihrem Bette. Schicken Sie die Wärterin fort, geschwind, sagte die Kranke und jene verließ das Zimmer. Nun hören Sie mich an, sagte die Sterbende so laut, als es ihre schwindenden Kräfte gestatteten. In diesem Zimmer, ja, sogar in diesem Bette, lag einst ein hübsches, junges Geschöpf. Es wurde mit wunden Füßen, Staub und Schmutz bedeckt ins Haus gebracht. Sie gab in meiner Anwesenheit einem Knaben das Leben und starb. Ich will mal nachdenken, in welchem Jahr war es doch. Das tut nichts zur Sache, versetzte die Matrone ungeduldig. Sagen Sie lieber, was es mit der Verstorbenen für eine Bewandtnis hat. Was es mit ihr für eine Bewandtnis hat? Ich habe sie bestohlen, schrie die Sterbende gellend und ihr Gesicht glühte. Ich habe sie bestohlen. Sie war noch nicht kalt, als ich sie bestahl. Um Gottes Willen, was haben sie ihr gestohlen? Es, das Einzige, was sie hatte. Sie brauchte Kleider, um nicht zu frieren, Nahrung, um nicht zu hungern, aber sie hatte es an ihrem Herzen aufbewahrt. Es war von Gold, echtem Gold und sie hätte sich dadurch das Leben retten können. Gold? Wiederholte Frau Korne, sich schnell über das Weib hinbeugend, als es auf das Bett zurück sank. Weiter, weiter, was ist damit? Wer war die Mutter? Wann war es? Sie trug mir auf, es aufzuheben und vertraute es mir an, als der einzigen Frau, die um sie war. Ich stahl es ihr schon in Gedanken, als sie es mir zuerst zeigte. Ach, vielleicht bin ich auch schuld an Tod des Kindes. Man hätte ihn wohl besser behandelt, wenn man alles gewusst hätte. Was gewusst? Reden Sie doch! Die Mutter, sagte die Sterbende und nahm ihre letzten Kräfte zusammen. Die Mutter flüsterte mir ins Ohr, als sie den Tod nahen fühlte, das, wenn ihr Kind am Leben bliebe, eins der Tag kommen dürfte, an dem es keinen Grund haben würde, sich des Namens seiner Mutter zu schämen. Des Kindes Name? drängte die Matrone. Oliver, sagte die Sterbende mit matter Stimme, und das Gold, das ich stahl, war... Ja, 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 was war es? fragte Frau Korne. Sie beugte sich schnell über das Weib, um die Antwort zu vernehmen, aber sie prallte zurück, als die Sterbende sich noch einmal langsam und steif aufrichtete, die Decke mit beiden Händen krampfhaft fasste und nachdem sie einige unverständliche Worte gemurmelt hatte, leblos auf die Kissen zurück sank. Mause tot, sagte die Wärterin, als Frau Korne die Tür wieder geöffnet hatte. Und wusste auch nichts Wichtiges zu erzählen, bemerkte die Matrone in gleichgültigem Tone. Damit ging sie. 25. Kapitel Worin unsere Geschichte zu Herrn Feggin und Genossen zurückkehrt. Während sich diese Ereignisse im Armenhaus zutrugen, saß Herr Feggin am rauchenden Kamin, still vor sich hin brütend, in seiner alten Höhle, aus der Oliver von Nancy neulich abgeholt worden war. Er war in tiefe Gedanken versunken und blickte in völliger Geistesabwesenheit in das trübe Feuer. An einem Tische hinter ihm saßen der Ganef, Carl Bates und Herr Chittling bei einer Partie Wist. Der Ganef spielte mit dem Strohmann gegen die beiden anderen. Es war merkwürdig, dass diese dauernd verloren, ein Umstand, der Herrn Bates nicht etwa aufbrachte, sondern höchst amüsierte. Er lachte nach Beendigung jedes Spiels hell auf und versicherte, dass er sich noch nie so gut unterhalten hätte. Als Herr Chittling nach Bezahlung seiner Spielschuld mit kläglicher Miene sagte, »Ich habe nie einen Spieler wie dich gesehen, Jack, denn du gewinnst ja immer. Selbst wenn wir gute Karten haben, können wir gegen dich nicht aufkommen,« brach Carl Bates in ein derartiges Gelächter aus, dass der Jude aus seinen Grübeleien gerissen wurde und verwundert fragte, was los sei. »Horcht!«, rief der Ganef in diesem Augenblick, »ich habe die Klingel gehört.« Er ergriff das Licht und schlich sachte die Treppe hinauf. Während die Übrigen sich im Dunkeln befanden, ertönte die Klingel abermals. Nach einer Minute erschien der Ganef wieder und flüsterte Fagin geheimnisvoll etwas zu. »Was?«, schrie der Jude. »Allein?« Der Ganef nickte und gab Carl einen vertraulichen Wink, weniger lustig zu sein. Der alte Mann biss sich in seine gelben Finger und überlegte einige Augenblicke. Sein Gesicht zeigte Spuren großer Aufregung, als fürchtete er, schlimme Nachrichten zu erhalten. Endlich erhob er den Kopf und fragte, »Wo ist er?« Der Ganef deutete nach oben und machte Anstalten, das Zimmer zu verlassen. »Ja«, sagte der Jude als Antwort auf diese stumme Frage, »bring ihn herunter!« »Pst!« »Still, Carl!« »Leise!« »Tom!« »Sachte!« Totenstille trat ein, als der Ganef mit einem Mann die Treppe herunterkam, der ein großes, sein Gesicht halb verhüllendes Tuch abwarf, nachdem er sich vorher hastig im Zimmer umgesehen hatte. Es war der schmucke Tobik Racket, ungewaschen und unrasiert. »Wie geht's dir, Fagin?« sagte er. »Steck das Tuch nur in meinen Hut, dass ich es finden kann, wenn ich wieder gehe, Ganef. Aber ehe ich von Geschäftssachen rede, schafft erst etwas zu essen und trinken herbei, damit ich zum ersten Mal seit drei Tagen wieder ein paar Krümel in den Magen bekomme.« Fagin befahl dem Ganef, was an Essbarem da war, aufzutischen und setzte sich dem Einbrecher gegenüber, der Mitteilungen harrend, die dieser nun machen würde. »Zuerst und vor allen Dingen, Fagin, was macht Bill?« »Was?« schrie der Jude vom Stuhl aufschnellend, auf den er sich inzwischen wieder gesetzt hatte. »Donnerwetter, du willst doch nicht etwa sagen, das?« stotterte Tobi und wurde blass wieder tot. »Was sagen?« schrie Fagin wütend und stampfte mit dem Fuße auf. »Wo sind sie?« »Syx und der Junge, wo sind sie? Wo sind sie geblieben? Wo stecken sie? Warum sind sie nicht hier?« »Der Einbruch missglückte,« erwiderte Tobi leise. »Das weiß ich,« sagte der Jude und riss eine Zeitung aus seiner Tasche. »Da steht es drin. Was noch?« Sie schossen, und der Junge wurde getroffen. Wir rannten wie die Besessenen querfeldein über Hecken und Gräben. Man machte Jagd auf uns. Es war zum Teufel holen. Die ganze Gegend war hinter uns her und Hunde uns auf den Hacken. »Und der Junge?« keuchte Fagin. Bill hatte ihn auf dem Rücken und jagte mit ihm dahin wie der Wind. Nach einer Weile blieben wir stehen, um ihn zwischen uns zu nehmen. Er ließ jedoch den Kopf hängen und rührte sich nicht. Die Verfolger kamen immer näher und da hieß es, »Jeder ist sich selbst der Nächste, wenn er nicht Bekanntschaft mit dem Henker machen wollte. Wir trennten uns und ließen den Jungen in einem Graben liegen. Ob tot oder lebendig, ich weiß es nicht.« Der Jude wollte nichts mehr hören. Er raufte sich die Haare und brüllte laut auf. Dann rannte er aus dem Zimmer auf die Straße hinaus. 26. Kapitel In dem eine geheimnisvolle Person auf der Bildfläche erscheint und mancherlei Dinge sich ereignen, die sich von dieser Geschichte nicht trennen lassen. Der alte Mann war bereits an der Straßenecke, ehe er anfing, sich von dem Schrecken einigermaßen zu erholen, den ihm Tobis Bericht eingejagt hatte. Er unterbrach seinen Lauf nicht, sondern stürmte wie von Sinnen unentwegt weiter. Ein Wagen hätte ihn um ein Haar überfahren, wenn nicht die lauten Zurufe des Publikums ihn auf die drohende Gefahr aufmerksam gemacht hätten. Er vermied so viel wie möglich die Hauptstraßen und gelangte auf Nebengässchen endlich nach Snowhill. Hier beschleunigte er seine Schritte noch mehr und verfiel erst wieder in seinen gewöhnlichen, schiebenden Gang, als er in eine Sackgasse eingebogen war, in der er sich in seinem Element fühlte. Er war den Bewohnern des Gästchens gut bekannt, denn viele von ihnen, die sich des Kaufs- oder Verkaufswegen lauernd vor ihren Läden aufhielten, nickten ihm bei seinem Vorübergehen vertraulich zu. Er erwiderte die Begrüßung in gleicher Weise, jedoch ohne anzuhalten. Am äußersten Ende der Gasse blieb er endlich stehen und redete einen kleinen Mann an, der so viel von seiner Person in einen Kinderstuhl gezwängt hatte, als dieser aufnehmen konnte. Der Handelsmann saß vor seinem Laden und rauchte eine Pfeife. »Ach, Herr Feggin, Ihr Anblick ist labsal für Verschmachtende«, sagte der ehrenwerte Händler in Erwiderung auf des Juden Frage nach seinem Befinden. »Die Nachbarschaft war mir ein wenig zu heiß, Levli«, versetzte Feggin und zog die Augenbrauen hoch. »Ja, diese Klagen sind mir auch ein paar Mal zu Ohren gekommen«, antwortete der Trödler, »aber es wird auch mal wieder weniger heiß. Meinen Sie nicht auch?« Feggin nickte zustimmen und fragte dann, indem er nach Saffron Hill zeigte, ob heute Abend wohl jemand dort wäre. »In den Krüppeln?« fragte das Männchen. Feggin nickte. »Ich muss einmal nachdenken. Ja, soviel ich mich entsinnen kann, sind ungefähr ein halbes Dutzend hingegangen. Ich glaube aber nicht, dass ihr Freund dabei war.« »Sykes also nicht?« fragte Feggin enttäuscht. »Gehen Sie in die Krüppel, Feggin?« fragte das kleine Männchen. »Warten Sie einen Augenblick, ich komme mit.« Doch der Jude gab ihm zu verstehen, dass er es vorziehe, allein zu sein. Die drei Krüppel oder vielmehr die Krüppel waren das Gasthaus, in dem wir Herrn Seix und seinen Hund schon einmal getroffen hatten. Es war einer gewissen Sorte von Gästen wohl bekannt. Feggin gab dem Mann am Schanktisch nur ein Zeichen und ging dann geradezu die Treppe hinauf. Oben öffnete er die Tür eines Zimmers und trat leise ein. Er sah sich, die Augen mit der Hand beschattend, vorsichtig um. Das Zimmer war durch zwei Gaslampen erhellt, deren Licht jedoch nicht durch die mit Läden gut geschlossenen Fenster nach außen drang. In dem von Tabaks Rauch angefüllten Raum konnte Feggin kaum etwas erkennen. Nach und nach aber, als sich der Rauch durch den Luftzug der offenen Tür etwas verzogen hatte, tauchte eine Anzahl von Köpfen aus dem Qualm auf. Als der Jude leise ins Zimmer trat, hatte der Klavierspieler gerade durch einen präludierenden Lauf über alle Tasten die kunstbegeisterten Gäste zu einem Verlangen nach einem Liede veranlasst und sie gaben ihren Wunsch in ziemlich lärmender Weise zu erkennen. Als die Ruhe einigermaßen wiederhergestellt war, unternahm es eine junge Dame, die Gesellschaft mit einer aus vier Strophen bestehenden Ballade zu unterhalten. Der die Sängerin begleitende Künstler zappelte sich aus Leibeskräften ab, um seiner Musik dem gehörigen Schwung zu geben. Als dieser Kunstgenuss zu Ende war, gab der Herr Vorsitzende mit dem Hammer ein Zeichen und sofort begannen ein paar Herren zu seiner Rechten und Linken ein Duett, wofür sie großen Beifall ernteten. Während der Gesangsdarbietungen sah sich Fagin die Gesellschaft scharf an, konnte aber augenscheinlich das Gesicht, welches er suchte, nicht finden. Schließlich gelang es ihm, den Blick des vorsitzenden Wirtes auf sich zu ziehen und ihm einen Wink zu geben. Dann verließ er das Zimmer so unauffällig, wie er eingetreten war. »Was wünschen Sie, Herr Fagin?« fragte der Wirt, der dem Juden auf den Treppenabsatz gefolgt war. »Wollen Sie nicht an unserem Tisch Platz nehmen? Wir würden es uns zur Ehre schätzen.« Der Jude schüttelte ungeduldig den Kopf und fragte flüsternd. »Ist er da?« »Nein,« antwortete der Wirt. »Und keine Nachricht von Barney?« fragte Fagin. »Keine. Er wird sich auch nicht rühren, bis die Luft rein ist. Verlassen Sie sich darauf. Man ist Ihnen auf der Spur. Barney wird sich in Sicherheit gebracht haben, sonst hätte ich schon etwas von ihm gehört. Darüber können Sie ganz ruhig sein.« »Kommt er heute Nacht nicht her?« fragte der Jude, das Er stark betonend. »Sie meinen Monks?« entgegnete der Wirt zögernd. »Psst. Ja, doch.« »Sicherlich,« versetzte der Mann und zog eine goldene Uhr aus der Tasche. »Er müsste eigentlich schon hier sein. Wenn Sie zehn Minuten warten wollen, so...« »Nein, nein, nein,« sagte Fagin hastig, als käme ihm die Abwesenheit der betreffenden Person sehr gelegen, so gerne er sie auch gesehen hätte. »Sagen Sie ihm doch, ich hätte ihn besuchen wollen und er solle heute Abend noch... Nein, morgen. Er solle also morgen zu mir kommen. Da er nicht hier ist, wird's wohl auch bis morgen Zeit haben.« »Schön«, sagte der Wirt. »Weiter nichts?« »Nein, kein Wort mehr«, sagte der Jude und ging die Treppe hinunter. Sobald der Jude allein war, verdüsterten sich seine Minen wieder. Nach kurzem Besinnen winkte eine Droschke heran und ließ sich nach Bessner Green fahren. Ein paar hundert Schritte von Sykes Wohnung stieg er aus und legte den Rest seines Weges zu Fuß zurück. »Nun«, brummte der Jude vor sich hin, als er an die Tür klopfte, »wenn man hier ein abgekartetes Spiel mit mir treibt, so werde ich es bald heraushaben, meine Liebe, so verschlagen du auch bist.« Fagin schlich leise die Treppe hinauf und trat ohne anzuklopfen in Nenzis Zimmer. Das Mädchen war allein und lag mit dem Kopf auf dem Tisch. Das Haar hing ihr in Strähnen herunter. »Sie ist betrunken«, dachte der Jude, »oder ihr ist schlecht zumute.« Als der Alte die Tür schloss, wurde das Mädchen durch das Geräusch wach. Sie fragte ihm offen ins Gesicht sehend, was es Neues gebe und hörte aufmerksam zu, als er Tobi Crackets Bericht wiederholte. Ohne ein Wort zu sagen, nahm sie nach Beendigung der Erzählung ihre frühere Stellung wieder ein. Sie schob das Licht ungeduldig beiseite, wechselte verschiedene Mal nervös ihre Lage und scharrte mit den Füßen. Das war jedoch alles. »Und was meinen Sie wohl, Kindchen, wo Bill jetzt ist?« Das Mädchen antwortete in kaum verständlichen Worten, sie könne das nicht wissen. Sie schien zu weinen. Und der Junge fuhr Fagin fort und versuchte, einen Blick auf ihr Gesicht zu werfen. »Das arme Kind, denken Sie nur, Nancy, Sie haben es in einem Graben liegen gelassen.« »Da ist es besser dran als bei uns,« versetzte das Mädchen aufblickend. »Und wenn es Bill nicht nachteilig wäre, würde ich wünschen, Oliver lege tot im Graben und seine Gebeine vermoderten dort.« »Was?« rief der Jude in großem Erstaunen. »Ja, ich meine das ernst. Ich bin froh, wenn ich ihn nicht mehr sehen muss und weiß, dass er das Schlimmste überstanden hat. Es ist mir furchtbar, ihn in meiner Nähe zu haben. Wenn ich ihn sehe, muss ich mich selbst und euch alle verabscheuen.« »Ach, du bist ja betrunken, Mädel«, sagte der Jude verächtlich. »Wirklich?« »Deine Schuld ist's nicht, wenn ich es nicht bin. Wenn's nach dir ginge, wäre ich immer betrunken, nur jetzt nicht. Meine Gemütsverfassung passt dir nicht, nicht wahr?« »Allerdings nicht«, sagte Fagin aufgebracht. »So ändert's«, versetzte das Mädchen mit einem Auflachen. »Werde ich auch«, schrie der Jude, durch die unerwartete Störigkeit des Mädchens und die Verdrießlichkeiten des Abends im höchsten Grade erbittert. »Pass auf, Dirne, höre gut auf die Worte eines Mannes, der nur drei Worte zu sagen braucht und Seix wird gehängt. Wenn er zurückkommt und den Jungen nicht mitbringt, wenn er glücklich davongekommen ist und liefert mir Oliver, tot oder lebend, nicht wieder ab, so ist es besser, Mädchen, du bringst ihn selbst um, wenn du nicht willst, dass er gehängt wird.« »Was soll das heißen?«, fragte Nancy unwillkürlich. »Das will heißen, dass der Junge mir viele hundert Pfund wert ist«, schrie Fagin sinnlos vor Wut. »Soll ich, was mir der Zufall gefahrlos in die Hände gespielt hat, durch die Dummheiten einer betrunkenen Bande verlieren, deren Leben ich in meiner Hand halte, und soll ich mich auch noch an einen richtigen Teufel ketten, der die Macht hat und nur zu wollen braucht, um...« Er keuchte vor Wut und rang nach Worten, doch plötzlich zügelte er seinen Zorn und nahm sich zusammen. Hatte er vorher noch mit geballten Fäusten in der Luft herumgefuchtelt, so sank er jetzt in einen Stuhl zurück und bebte bei dem Gedanken, eine Schurkerei selbst ausgeplaudert zu haben. Nach kurzem Schweigen sah er sich verstohlen nach Nancy um und war beruhigt, als er sie in der teilnahmslosen Stellung wie zuerst sah. »Nancy, Kindchen!« krächzte Fagin jetzt wieder in seinem gewöhnlichen Tone. »Hast du alles gehört, was ich sagte?« Fagin stellte noch mehrere Fragen an sie, um sich zu überzeugen, ob das Mädchen seine unvorsichtigen Andeutungen beachtet und behalten hätte. Sie antwortete jedoch so unbefangen und ließ sich durch seine lauernden Blicke so wenig in Verlegenheit bringen, dass sich sein ursprünglicher Gedanke zu bestätigen schien, sie hätte zu tief ins Glas geschaut. Nancy war allerdings nicht frei von diesem Laster, das bei Fagins Schülerinnen so häufig war und von ihm auch noch ermutigt wurde. Ihr unordentliches Aussehen und der starke Brandweingeruch, der das Zimmer erfüllte, schien ein Beweis für Fagins Annahme zu sein. Er fühlte sich durch diese Feststellung sehr erleichtert und schickte sich zum Gehen an. Er verließ also seine junge Freundin, die noch immer mit dem Kopf er auf dem Tisch lag und schlief. Es war elf Uhr und bitterkalt. Er eilte deshalb, nach Hause zu kommen. Der scharfe Wind schien die Straßen sowohl von Menschen als auch von Schmutz leergefegt zu haben. Für den Juden war der Wind günstig, denn er trieb denselben vor sich her. Herr Fagin hatte seine Straßenecke erreicht und wollte eben seinen Hausschlüssel aus der Tasche holen, als eine dunkle Gestalt aus dem tiefen Schatten eines gegenüberliegenden Hauses auftauchte und sich geräuschlos an seine Seite schlich. Fagin flüsterte eine Stimme dicht an seinem Ohre. Ist das? Ja, fiel der Fremde schnell ein. Ich lauere hier schon zwei Stunden auf euch. Wo zum Teufel seid ihr gewesen? War in ihren Angelegenheiten fort, mein Lieber, antwortete der Jude in unruhig, ansehend und seine Schritte mäßigend. Die ganze Nacht in ihren Angelegenheiten. Und was ist dabei herausgekommen, fragte höhnisch der Fremde. Nicht viel Gutes, entgegnete Fagin. Doch auch nichts Schlimmes hoffe ich, sagte der Mann und blieb bestürzt stehen. Der Jude schüttelte den Kopf und wollte antworten, doch der Fremde unterbrach ihn und meinte, er solle ihm das Zuhause erzählen, er wäre halb erfroren. Fagin schnitt ein Gesicht, als wenn ihm das unangenehm wäre und murmelte etwas von ungeheizter Stube. Der Mann wiederholte jedoch seinen Wunsch so gebieterisch, dass der Jude ihn in sein Haus einließ. Hier ist's dunkel wie im Grabe, sagte der Mann, ein paar Schritte vorwärts tappend. Beeilt euch, Licht zu holen, ich kann so etwas nicht leiden. Schließen Sie die Tür, flüsterte Fagin und hatte noch nicht ausgesprochen, als jene mit lauten Krachen zuflog. Dafür kann ich nicht, sprach der andere und tappte weiter. Der Wind hat sie zugeschlagen. Sorgt für Licht oder ich stoße mir noch in diesem verwünschten Loch den Schädel ein. Fagin schlich die Küchentreppe hinab und kehrte bald mit einem brennenden Licht und erkundet zurück, dass Tobi Cracket im Hinterzimmer und die Jungen im Vorderzimmer schliefen. Er winkte nun dem Fremden und führte in die Treppe hinauf. Wir können uns die paar Worte hier sagen, meinte Fagin und öffnete im ersten Stockwerk eine Tür. Da in den Fensterläden Löcher sind und wir unseren Nachbarn nie Licht zeigen, soll ich den Leuchter auf die Treppe stellen. So. Bei diesen Worten bückte sich der Jude, setzte das Licht auf die Treppe gerade der Zimmertür gegenüber und trat ins Gemach. Mit Ausnahme eines zerbrochenen Lehnstuhles und eines hinter der Tür stehenden alten Sofas ohne Bezug waren weiter keine Möbel vorhanden. Der Fremde warf sich sofort auf Sofa, indes der Jude den Lehnstuhl näher rückte. Es war nicht ganz finster, denn die Tür stand halb offen. So saßen sie sich zuerst schweigend gegenüber. Nach einer Weile flüsterten sie miteinander und ein Horcher hätte leicht gewahren können, dass der Fremde mächtig aufgeregt zu sein schien und Fagin sich gegen einige seiner Ausführungen verteidigte. Sie mochten in dieser Weise wohl eine Viertelstunde verhandelt haben, als Monks mit etwas lauter Stimme fortfuhr. Ich sage euch, es war schlecht überlegt. Warum habt ihr ihn nicht hier behalten und einen Taschendieb aus ihm gemacht? Nun hör sich das einer an, sagte Fagin achselzuckend. Wie? Wollt ihr etwa damit sagen, ihr hättet's nicht gekonnt, wenn ihr gewollt hättet? sagte Monks finster. Habt ihr's nicht dutzend Mal mit anderen Jungen verstanden? Hättet ihr ein Jahr Geduld mit ihm gehabt, wäre es euch eine Kleinigkeit gewesen, dass er vom Gericht verurteilt und deportiert worden wäre, vielleicht auf Lebenszeit. Wem wäre damit gedient gewesen, lieber Freund? sagte der Jude unterwürfig. Mir! antwortete Monks. Aber mir nicht, entgegnete Fagin noch demütiger. Er hätte mir vielleicht noch nützlich werden können. Wenn zwei bei einem Geschäft beteiligt sind, so ist es nur recht und billig, dass beider Vorteil berücksichtigt wird, nicht wahr? »Schön, was weiter?« fragte Monks verdrießlich. »Ich hatte bald heraus, dass es nicht leicht war, ihn fürs Geschäft zu erziehen. Er war nicht wie die anderen Jungen unter solchen Umständen.« »Holst der Teufel?« brummte der Mann. »Er wäre sonst längst ein Dieb geworden.« Es war unmöglich, ihn zum Schlechten anzuhalten, fuhr Fagin fort und betrachtete dabei ängstlich Monks Miene. Mit Drohungen und Strenge war auch nichts bei ihm auszurichten. Was konnte ich also tun? Ihn wieder mit Karl und dem Ganef auf Tour schicken? »Wir hatten an dem ersten Mal genug. Es war für uns alle sehr gefährlich.« »Dafür kann ich doch nichts,« bemerkte Monks. »Ich will kein Blut vergießen.« »Es kommt stets ans Tageslicht und lässt einem außerdem keine Ruhe. Wenn Sie ihn totgeschossen haben, ich bin nicht schuld daran.« »Donnerwetter!« »Was ist in diesem verfluchten Loch los? Was war das?« »Was?« schrie der Jude und umfasste den Erschrockenen, als er aufsprang mit beiden Armen. »Was? Wo?« »Dort!« brüllte der Mann nach der gegenüberliegenden Wand stierend. »Der Schatten! Ich sah den Schatten eines Weibes in Hut und Mantel wie einen Hauch an der Wandtäfelung vorbeigleiten.« Beide stürzten aufgeregt aus dem Zimmer ins Treppenhaus. Sie horchten angespannt. Allein tiefe Stille herrschte im ganzen Haus. »Es war Einbildung,« sagte Fagin und nahm das Licht auf. »Ich will darauf schwören, das ich sah,« versetzte Monks zitternd. »Der Schatten beugte sich vor, als ich ihn zuerst bemerkte und glitt weg, sobald ich von ihm sprach.« Der Jude warf ihm einen verächtlichen Blick zu und forderte ihn höflich auf, ihm zu folgen. Sie stiegen die Treppe hinauf und sahen sich in allen Zimmern um, sie waren kahl und leer. Dann stiegen sie zum Hausflur und von da in den Keller hinunter. Alles war öde und still wieder tot. »Was sagen Sie nun?« fragte Fagin, als sie wieder auf dem Hausflur anlangten. »Ausser uns sind nur noch Tobi und die Jungen im Hause und die sind gut aufgehoben. Sehen Sie her.« Er zog zwei Schlüssel aus der Tasche und erklärte, dass er seine Zögelinge eingeschlossen hatte, um jede Störung ihrer Unterhaltung unmöglich zu machen. Herr Monks wurde wankend und gab zu, dass ihm seine aufgeregte Fantasie einen Streich gespielt haben könnte. Die Unterhaltung wollte er heute aber nicht mehr fortsetzen, da es schon ein Uhr sei. So trennte sich denn das merkwürdige Paar. Siebenundzwanzigstes Kapitel Sucht die Unhöflichkeit eines früheren Kapitels wieder gut zu machen, das eine Dame ohne weiteres im Stiche ließ. Herr Bambel hatte also die Teelöffel abermals gezählt, die Zuckerzange aufs Neue gewogen, den Milchtopf noch genauer untersucht und sich über den Zustand der Möbel bis auf die Rosshaarpolster der Stühle herunter die nötige Gewissheit verschafft, ehe ihm auch nur der Gedanke kam, es wäre nachgerade Zeit, dass Frau Korne zurückkehrte. Da fiel Herr Bambel auf den unschuldigen Zeitvertreib, seine Neugierde durch einen Blick in das Innere der im Zimmer befindlichen Kommode zu befriedigen. Um sich zu vergewissern, dass niemand käme, horchte Herr Bambel am Schlüsselloch und fing dann mit der untersten der drei Schubladen an. Die verschiedenen Kleider von gutem Stoff gefielen ihm ausnehmend wohl. In einem der oberen Schubfächer stieß er auf ein kleines, verschlossenes Kästchen, das er schüttelte. Der Klang von Gold und Silbermünzen war seinen Ohren liebliche Musik. Nun schritt Herr Bambel würdevoll wieder zum Kamin und nahm seine alte Stellung wieder ein. Mit entschlossenem Gesichtsausdruck sagte er dann zu sich selbst, ich werde es tun. Darauf lächelte er pfiffig, als Frau Korne ins Zimmer stürzte, sich atemlos auf einen Stuhl am Kamin warf und mit einer Hand die Augen bedeckte. Die andere legte sie aufs Herz und rang nach Luft. Frau Korne, sagte Herr Bambel, sich über sie beugend, was ist Ihnen? Ist etwas passiert? Bitte reden Sie doch, ich stehe hier wie auf, auf. Er konnte in seiner Bestürzung nicht das Wort Nadeln finden und sagte daher Flaschenscherben. Ach, Herr Bambel, ich bin wie zerschlagen. Wer hat das gewagt? Zerschlagen? Ich weiß schon, fuhr er mit angeborenen Majestät fort, dieses gottverlassene Armenpack. Stärken Sie sich und trinken Sie ein Glas Wein, meinte der Gemeindediener teilnahmsvoll. Nicht um die ganze Welt, erwiderte die Matrone. Das könnte ich nicht, oh nein, im Wandschrank, auf dem obersten Brett, ach. Die gute Frau, die jetzt in Krämpfe fiel, konnte nur schwach mit der Hand hinzeigen, aber Herr Bambel stürzte auf denselben zu und entnahm ihm eine grüne Flasche. Er goss eine Teetasse voll und hielt sie der Dame an die Lippen. Es wird mir schon besser, sagte Frau Corny, nachdem sie die Tasse halb geleert hatte. Pfefferminze, erklärte Frau Corny mit schwacher Stimme und lächelte dabei Herrn Bambel an. Kosten Sie es einmal, es ist noch ein bisschen anderes darin. Dieser kostete misstrauisch die Arznei, leckte darauf die Lippen, kostete abermals und setzte die Tasse leer nieder. Es ist sehr stärkend, sagte die Dame. Sehr, in der Tat. Nach diesen Worten rückte er seinen Stuhl an die Seite der Matrone und fragte zärtlich, was ihr passiert wäre. Ach, nichts, versetzte Frau Corny, ich bin ein recht törichtes, schwaches Geschöpf. Beide schwiegen einige Minuten, dann erwies der Gemeindediener die Wahrheit dieses Satzes dadurch, dass er seinen linken Arm von Frau Corny's Stuhllehne fortnahm und mit sanftem Druck um ihre Taille legte. Wir sind allesamt schwache Geschöpfe, sagte Herr Bambel. Frau Corny seufzte. Seufzen Sie doch nicht, Frau Corny. Ich kann nicht anders, antwortete diese und seufzte noch mal. Das ist ein sehr gemütliches Zimmer, meinte Herr Bambel. Noch eins dazu und es wäre eine ideale Wohnung. Das wäre für eine einzelne Person zu viel, flüsterte die Matrone. Aber nicht für zwei, flötete Herr Bambel. Was meinen Sie, Frau Corny? Einem derartigen Gefühlsausbruch konnte die Dame nicht widerstehen. Sie sank in Bambels Arme und dieser drückte einen feurigen Kuss auf ihre keusche Nase. Sie sind die Krone der Schöpfung, rief Herr Bambel entzückt. Sie wissen doch, mein Engel, dass Herr Slaut heute Abend kränker geworden ist. Ja, sagte Frau Corny verschämt. Der Doktor meint, er macht keine Woche mehr. Durch seinen Tod würde die Stelle des armen Hausvaters frei und müsste wieder besetzt werden. Ach, Frau Corny, welche Aussichten! Was für eine schöne Gelegenheit, zwei Herzen und Haushaltungen zu vereinigen! Frau Corny schluchzte. Das kleine Wörtchen, sagte Herr Bambel und beugte sich über die verschämte Matrone. Das einzige kleine, kleine Wörtchen, angebetete Corny. Ja, hauchte die Dame. Nachdem die Angelegenheit in so befriedigender Weise erledigt war, wurde der Vertrag durch eine weitere Tasse Pfefferminz-Arznei feierlich bestätigt, was bei der Aufregung der Dame durchaus notwendig war. Dabei erzählte Frau Corny von dem Tode des alten Weibes. Gut, sagte Bambel, seinem Pfefferminz schlürfend, ich werde auf dem Nachhauseweg bei Sawberry vorsprechen und ihn morgen früh herschicken. Was hat dich so erschreckt, Liebling? Ach, nichts Besonderes, lieber, antwortete die Dame ausweichend. Es muss doch aber etwas gewesen sein, Schatz. Du wirst es doch deinem Bambel anvertrauen. Noch nicht, erwiderte die Dame. Später, wenn wir verheiratet sind. Wenn wir verheiratet sind, rief Herr Bambel, hat sich etwa einer der armen Häusler eine Unverschämtheit herausge... Nein, nein, Liebster, nein, fiel Frau Corny hastig ein. Mit sich selbst zufrieden und voll schöner Träume hinsichtlich seiner zukünftigen Beförderung verließ er das Armenhaus und erreichte bald den Laden des Herrn Sawberry. Dieser war mit seiner Frau zu einer Abendgesellschaft eingeladen und deshalb abwesend. Da Noah Kleepol zu keiner Zeit geneigt war, sich weitergehenderen, physischen Anstrengungen zu unterziehen, als die Funktionen des Essens und Trinkens es erforderten, so stand der Laden offen, obgleich die Ladenschlussstunde längst vorüber war. Herr Bambel klopfte mit einem Stock verschiedene Male vergebens auf den Ladentisch. Durch das Glasfenster des kleinen hinter dem Laden befindlichen Zimmers sah er Licht schimmern. Er trat heran, um zu sehen, was drinnen vorging. Was sich seinen Augen darbot, war erstaunlich. Der Tisch war gedeckt mit Brot und Butter, Tellern und Gläsern, einem Kruge schäumenden Bieres und einer Flasche Wein besetzt. Am oberen Ende der Tafel regelte sich Herr Noah Kleepol in einem Armsessel und hatte ein mächtiges Butterbrot in der Hand. Dicht neben ihm stand Charlotte und öffnete Austern, die Herr Kleepol mit Gier verschlang. Eine ungewöhnliche Röte in der Nasengegend deutete an, dass der junge Herr angetrunken war. Herr Bumble hörte, als Noah Kleepol sagte, »Komm her, Charlotte, ich will dir einen Kuss geben.« »Was?« schrie Bumble in das Zimmer stürzend. »Willst du das noch einmal sagen, Bürschchen?« Charlotte stieß einen Schrei aus und verbarg ihr Gesicht hinter der Schürze, während Herr Kleepol, ohne seine Stellung zu verändern, in trunkenem Schrecken den Gemeindediener anstarrte. »Willst du das noch einmal sagen, du schamloser Wicht?« tobte Herr Bumble. »Wie kannst du so etwas in den Mund nehmen, Schlingel? Und wie können sie sich unterstehen, ihn dazu zu ermutigen, sie freches Weibsbild, sie von Küssen reden?« »Pfui!« »Ich wollte es gar nicht,« sagte Noah. »Sie küsst mich immer, ob ich es will oder nicht.« »Ach, Noah«, rief Charlotte vorwurfsvoll. »Schweig«, schrie Herr Bumble streng. »Packen Sie sich, Mamsel, und du, Noah, machst den Laden zu und redest kein Wort mehr, bis dein Meister nach Hause kommt. Auf deine eigene Gefahr. Wenn er kommt, so sagst du ihm, Herr Bumble sei da gewesen und der Meister solle morgen früh einen Sarg für eine alte Frau nach dem Armenhaus schicken. Hörst du, Bengel? Küssen! Die Sündhaftigkeit und Verderbtheit der unteren Klassen in dieser Gemeinde ist himmelschreiend. Da müsste das Parlament einschreiten.« Mit diesen Worten verließ er in würdevoller Haltung das Haus des Sarglieferanten. »Nun wollen wir uns ein wenig nach dem jungen Oliver Twist umsehen und schauen, ob er noch in dem Graben liegt, wo Sykes und Tobi Crackett ihn verlassen haben.« 28. Kapitel sieht sich nach Oliver um und berichtet über seine weiteren Abenteuer. »Dass euch die Wölfe an die Gurgel führen,« knirschte Sykes und legte den verwundeten Oliver über sein gebeugtes Knie, um sich nach seinen Verfolgern umzusehen. Der Nebel und die Dunkelheit ließ nur wenig erkennen. Das Rufen der Menschen und Bellen der Hunde erfüllte die Luft und schauerlich tönte die Sturmglocke. In diesem Augenblick wurde der Lärm lauter und als Sykes sich umsah, bemerkte er, dass die Verfolger schon über den Zaun des Feldes kletterten, auf dem er sich befand. Ein paar Hunde rannten bereits vorweg. »Ist nichts mehr zu wollen, Bill«, rief Tobi, »lass den Jungen liegen und Türme!« Mit diesen Worten machte Crackett rechts um und rannte davon, so schnell ihn die Beine tragen konnten. Sykes knirschte mit den Zähnen, sah sich noch mal schnell um und bedeckte Oliver mit dem Mantelkragen. Dann lief er längs der Hecke hin, um die Aufmerksamkeit der Verfolger von der Stelle, wo der Junge lag, abzulenken. An einer zweiten Hecke, die mit der ersten im rechten Winkel zusammenstieß, stand er still und setzte dann mit einem kühnen Sprung darüber weg, nachdem er noch vorher seine Pistole fortgeworfen hatte. »Cesar!« »Neptun!« »Hierher! Zurück!« rief eine zittrige Stimme. Die Hunde, die auch kein großes Vergnügen an der Hetzjagd zu haben schienen, gehorchten sofort und drei Männer machten nun Halt, um gemeinsam zu beraten. »Mein Rat, das heißt, mein Befehl ist, dass wir sofort wieder nach Hause gehen,« sagte der Dickste von den Dreien. »Mir ist alles recht, was Herr Giles für richtig hält,« versetzte ein kleinerer, aber keineswegs schlanker Mann, der sehr blass aussah und äußerst höflich war, wie man das häufig bei furchtsamen Leuten findet. »Ich möchte nicht unmanierlich erscheinen, meine Herren,« sagte der dritte Mann, der die Hunde zurückgerufen hatte, »Herr Giles muss es am besten wissen.« »Gewiss,« sagte der Kleinere, »und was auch immer Herr Giles sagen mag, wir dürfen ihm nicht widersprechen. Ich weiß, was sich gehört, Gott sei Dank, ich weiß das.« Dabei klapperten ihm die Zähne im Munde vor Furcht. »Du fürchtest dich, Brittles,« sagte Herr Giles. »Durchaus nicht.« »Doch,« meinte Herr Giles. »Ist ein Irrtum,« entgegnete Brittles. »Du lügst, Brittles,« rief Herr Giles. Der dritte Mann schlichtete den Streit in höchst philosophischer Weise, indem er meinte, dass sie sich alle drei fürchteten. Diese freimütigen Eingeständnisse besänftigten Herrn Giles, alle drei machten jetzt kehrt und liefen in schönster Eintracht zurück. Nach einer kleinen Weile bestand der engbrüstige Herr Giles darauf, dass ausgeruht werde. Es ist doch erstaunlich, fuhr Herr Giles fort, nachdem er einige Entschuldigungsworte gesagt hatte, wozu ein Mensch fähig sein kann, wenn sein Blut in Wallung gekommen ist. Ich hätte einen Mord begangen, wenn uns einer der Spitzbuben in die Hände gefallen wäre. Die beiden anderen meinten, sie hätten gegebenenfalls auch gemordet. Dieses Gespräch führten die zwei Männer, welche die Einbrecher bei ihrer Tat überrascht hatten, und ein wandernder Kesselflicker, der in einem Nebengebäude ein Nachtlager erhalten hatte. Dieser hatte sich mit seinen zwei Hunden der Diebesjagd angeschlossen. Herr Giles versah in der Villa der alten Dame den Dienst eines Haus- und Kellermeisters und Brittles war das Faktotum. Er war schon als Kind zu der alten Dame gekommen und obgleich er bereits in den Dreißigern war, wurde er immer noch wie ein Junge behandelt. Mit Tagesanbruch wurde es kälter und dichter Nebel bedeckte das Land. Oliver lag noch immer bewusstlos da, wo Sykes ihn hingelegt hatte. Es fing stark zu regnen an, aber Oliver fühlte die Nässe nicht. Nach einer ganzen Weile weckte ihn ein heftiger Schmerz und er schrie laut auf. Sein linker mit einem Hals durch notdürftig verbundener Arm hing schwer und regungslos an seiner Seite nieder und der Verband war mit Blut getränkt. Ihm war schwindelig und er wankte wie ein Betrunkener hin und her. Er hielt sich trotzdem auf den Beinen und taumelte mit herabhängendem Kopf vorwärts, ohne zu wissen, wohin. Er kroch fast mechanisch durch die Lücken der Hecken, die ihm den Weg versperrten, bis er eine Straße erreichte. Er sah sich um und sah in nicht allzu großer Entfernung ein Haus, das er möglicherweise erreichen konnte. Vielleicht hatte man dort Mitleid mit ihm und wenn nicht, dünkte es ihn besser in der Nähe menschlicher Wesen als einsam auf freiem Felde zu sterben. Er nahm seine ganze Kraft zusammen und wankte auf das Haus zu. Als er näher kam, erinnerte er sich, es schon früher gesehen zu haben. Auf Einzelheiten konnte er sich zwar nicht besinnen, aber das Äußere des Gebäudes kam ihm bekannt vor. Ach, diese Gartenmauer! Und dort auf dem Rasen hatte er vor den beiden Halunken auf den Knien gelegen. Es war dasselbe, in das sie eingebrochen waren. Als Oliver dies erkannte, bemächtigte sich seiner eine solche Furcht, dass er darüber seine schmerzende Wunde ganz vergaß und nur an Flucht dachte. Flucht! Er konnte ja kaum stehen, und wenn er auch im vollen Besitz seiner Kräfte gewesen wäre, wohin hätte er fliehen können? Er stieß die Gartentür auf, sie war unverschlossen. Er wankte über den Rasenplatz, klomm die Eingangstreppe hinauf und klopfte leise an die Tür. Dann schwanden seine Sinne und er sank ohnmächtig nieder. Man hat an die Haustür geklopft, sagte Herr Giles. Jemand muss öffnen gehen. Niemand rührte sich. Es ist doch komisch, dass man am frühen Morgen schon Einlass begehrt, meinte Herr Giles leichenblass im Gesicht. Aber die Tür muss aufgemacht werden, jemand muss öffnen, hört ihr nicht? Er sah bei diesen Worten Brittles an, dieser schien sich aber aus Bescheidenheit nicht als jemand zu betrachten. Er gab jedenfalls keine Antwort. Herr Giles heftete seinen Blick nun fragend auf den Kesselflicker, aber dieser war plötzlich eingeschlafen und von dem weiblichen Personal konnte von vornherein natürlich nicht die Rede sein. Wenn Brittles die Tür lieber in Gegenwart von Zeugen öffnen will, meinte Giles nach kurzem Schweigen, so will ich gern mitgehen. Ich auch, fügte der Kesselflicker hinzu, der ebenso schnell wieder aufwachte, als er eingeschlafen war. Auf diese Bedingungen hin kapitulierte Brittles und als man beim Öffnen der Fensterläden sah, dass es heller Tag sei, ging die ganze Gesellschaft mit den Hunden die Treppe hinunter, wobei die Weiber die Nachhut bildeten. Herr Giles riet, den Hunden in die Schwänze zu kneifen, damit sie recht wütend bellten und dadurch einem draußen stehenden Feinde Angst und Schrecken einjagten. Dann fasste er den Kesselflicker fest am Arm, damit dieser nicht ausrücke, wie er scherzend sagte, und befahl nun, die Tür zu öffnen. Brittles gehorchte, ängstlich sah einer dem anderen über die Schulter, aber nichts Verdächtiges war zu sehen. Nur der kleine Oliver Twist lag da, erschöpft und blass, und schlug die Augen stumm und mitleid flehend auf. Ein Junge, rief Herr Giles und drängte den Kesselflicker mutig zurück. Was ist mit ihm los? Sieh mal, Brittles, erkennst du ihn? Dieser stieß, als er Oliver erkannte, einen lauten Schrei aus. Herr Giles ergriff den Jungen bei einem Arme und einem Beine, zum Glück nicht bei dem Verwundeten, und zog ihn in den Hausflur. Hier ist er, schrie Herr Giles mächtig aufgeregt die Treppe hinauf. Hier ist einer der Diebe, gnädige Frau. Wir haben einen Spitzbuben erwischt, gnädiges Fräulen. Er ist verwundet. Ich habe ihn getroffen. Die Köchin und das Hausmädchen eilten die Treppe hinan, um die Nachricht zu hinterbringen, dass Herr Giles einen Einbrecher gefangen habe. Der Kesselflieger gab sich inzwischen die größte Mühe, Oliver wieder zu sich zu bringen, damit er nicht stürbe, bevor er gehängt würde. Durch diesen Lärm ließ sich jetzt eine sanfte, weibliche Stimme vernehmen, die sofort dem Tumult ein Ende machte. »Giles?« »Hier bin ich, gnädiges Fräulein. Erschrecken Sie nicht. Ich bin nicht zu Schaden gekommen. Er leistet keinen besonders starken Widerstand.« »Psst«, machte die junge Dame. »Nicht so laut. Ist der arme Mensch schwer verwundet?« »Sehr schwer, gnädiges Fräulein«, erwiderte Giles selbstgefällig. »Es sieht so aus, als ob es mit ihm zu Ende ginge, gnädiges Fräulein«, brüllte Brittles nach oben. »Wollen Sie nicht herunterkommen und ihn ansehen, falls er...« »Aber schreien Sie doch nicht so entsetzlich«, sagte die junge Dame. »Ich werde mit meiner Tante sprechen.« Sie eilte leichtfüßig weg und kehrte bald wieder mit dem Befehl zurück, den Verwundeten auf Herrn Giles' Zimmer zu tragen. Brittles aber sollte nach Jersey reiten und so schnell wie möglich einen Polizisten und einen Arzt holen. »Wollen Sie nicht einmal einen Blick auf ihn werfen, gnädiges Fräulein?«, fragte Giles stolz, als wenn Oliver ein seltener Vogel wäre, den er dank seiner Geschicklichkeit erlegt hatte. »Jetzt nicht. Nicht um alles in der Welt. Armer Kerl. Behandeln Sie ihn gut, Giles. Um meinetwillen.« Der alte Diener sah zu der Sprecherin, wie sie sich entfernte, voller Stolz und Bewunderung auf, als wäre sie seine eigene Tochter. Dann beugte er sich über Oliver und half ihn mit fast weiblicher Sorgfalt die Treppe hinauftragen. Auf Wiedersehen. »Wollen Sie ihn Impulieren?«